den verheerenden Krieg in der Ukraine finanziert. Energie im weitesten Sinne und Energiekosten, das ist heute auch Thema im Bundestag. Es ist ja Haushaltswoche und heute wird der Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz besprochen, dem Robert Habeck vorsteht. Und Erhard Schärfer hat das Ganze für uns im Blick. Vielen Dank, Tina Dausser. Und herzlich willkommen auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestags. Ja, in der Tat, wir können das, was wir nachher ab 9 Uhr im Plenum erleben, auch noch mal kurz verbinden mit dem, was wir gestern schon erlebt haben im Plenum, in der Generaldebatte, als das Thema Energieversorgung, Energiesicherheit und Energiekosten ja auch schon ein großes Thema gewesen ist, im Rededuell unter anderem zwischen Oppositionsführer Merz und Regierungschef Scholz. Da ging es ja auch schon ziemlich munter zur Sache. Und wir werden dieses Ganze hier genauso munter noch ein klein wenig vertiefen. Und deswegen freue ich mich, dass heute Morgen bei uns sind, Julia Verlinden, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Jens Spahn ist bei uns, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Guten Morgen. Frau Verlinden, ich habe zwei allgemeinere Einstiegsfragen. Was ist eigentlich so dramatisch daran, oder was wäre so dramatisch daran zu sagen, wenn wir auf die Energieversorgung gucken und wie wir die in dieser schwierigen Lage bewältigen? Wir lassen die Atomkraftwerke einen begrenzten Zeitraum noch mal weiterlaufen, bleiben aber beim Atomausstieg. Die Debatte wäre abgeräumt. Sie hätten in der Koalition wahrscheinlich deutlich weniger Stress und es gäbe eine, na sagen wir mal, eine klare Perspektive für, sag ich mal, maximal zwei Jahre. Die Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie und deswegen haben unter anderem auch Jens Spahn und alle anderen damals 2011 den Ausstieg erneut beschlossen. Und das ist auch richtig so. Wir müssen raus aus dieser gefährlichen Energieerzeugung und es macht einen Unterschied, ob wir im Augenblick alles daran setzen, dafür zu sorgen, dass die Netze stabil bleiben. Und dafür leistet eben die Atomkraft kaum einen Beitrag. Das heißt, was wir im Augenblick tun müssen, ist uns genau anzuschauen, was getan werden muss, um eben auch die Last gut zu verteilen. Und vor allem muss man auch noch mal dazu sagen, was diesen Stresstest angeht. Nur unter ganz bestimmten schlimmen Annahmen werden wir überhaupt nur in eine Krisensituation kommen. Also die Versorgungssicherheit ist gewährleistet in Deutschland und es ist nicht damit zu rechnen, dass wir einen Strommangel erleiden müssen. Also insofern ist es ein guter Weg zu sagen, wir tun alles, um da sicher jetzt auch durch den Winter zu kommen. Und die Atomkraft ist nun mal keine sichere Technologie. Wir gucken uns ein, zwei Punkte da gleich im Anschluss noch mal ran. Sie haben ja auch eine ähnliche Einstiegsfrage. Was wäre so dramatisch daran, auch mal zu sagen, okay, wir haben für den Atomausstieg gestimmt, wir haben für den Kohleausstieg gestimmt und wir haben in den vergangenen Jahren einfach viel zu wenig für die erneuerbaren Energien gemacht. Höre ich nicht so häufig aus Ihren Reihen. Nun zuerst, Herr Scherf, die erneuerbaren Energien haben sich verzehnfacht in den letzten Jahren in ihrem Anteil an der Energieerzeugung. Ich akzeptiere, dass noch mehr passieren soll, aber es ist viel passiert. Aber wir sind ja jetzt in einer anderen Lage. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Krisenlage und wir haben ja jeden Tag Strommangel. Höchstpreise an den Strom- und Gasmärkten entstehen, weil Mangel ist. So ist der Markt in Deutschland und in Europa. Der Strombedarf ist riesig. Und in einer solchen Krise, in einer solchen Ausnahmesituation muss man doch, müssen wir doch in der Lage sein, noch mal zu schauen, sind wir hier gerade auf dem richtigen Weg. Wir sollten alle Formen der Energieerzeugung, jede Kilowattstunde, die geht, nutzen. Dazu gehört Biogas, dazu gehören Kohlekraftwerke, dazu gehören sichere, die deutschen Kernkraftwerke sind nur wirklich sicher und verlässlich, sichere Kernkraftwerke. Und hier geht es darum, die Laufzeit für die nächsten zwei, drei Winter zu verlängern. Es geht nicht darum, den Ausstieg, einen Ausstieg zu machen, sondern in der Krisenlage Stromproduktion für Deutschland zu sichern. Und das scheint mir doch eine richtige, wichtige Entscheidung, die leider nicht getroffen wird. Ganz kurz zurück zu meiner Frage. Alles richtig gemacht in den letzten drei, vier Legislaturperioden? Das habe ich nicht gesagt. Das war auch im Übrigen nicht Ihre Frage. Wir haben in Deutschland gemeinsam, das ist übrigens nicht nur ein Thema der Union, weil ich immer die letzten 16 Jahre höre, was aufzuarbeiten, wie wir in diese große Abhängigkeit von Russland, von russischer Energie geraten konnten. Nord Stream 1 wurde von Rot-Grün, Schröder, Fischer, Trittin entschieden. Wir sind diesen Weg, ja, auch weitergegangen. Wir sind aus Kerne- und Kohleenergie auf dem Ausstiegsweg. Und jeder wusste, steht übrigens auch im Koalitionsvertrag der Ampel aus Dezember noch drin, Gas ist dann die Brücke hin zu den Erneuerbaren. Auch nach dem Koalitionsvertrag der Ampel hätten wir mehr Gaskraftwerke und damit mehr russisches Gas gebraucht. Also ich akzeptiere unseren Teil, aber ich habe schon den Eindruck, das war ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Sie haben eben gesagt, Frau Verlinden, die Energiesicherheit sei gewährleistet. Die Netzsicherheit, da gäbe es überhaupt gar keine Probleme. Die Netzbetreiber haben das nach dem Ergebnis des Stresstests anders gesagt. Sie haben gesagt, sie hätten sicherheitshalber dann doch die Atomenergie noch dabei. Ich muss da korrigieren. Ich habe gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir in ein Krisenszenario kommen, wo die Netzstabilität nicht gewährleistet ist. Es hängt von ganz vielen verschiedenen Dingen ab. Aber das weiß man ja vorher nicht. Das ist richtig. Und genau deswegen ist ja auch der Vorschlag von Robert Habeck, dass wir die drei im Augenblick noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke in eine Notfallreserve schieben, dass wir sie wie geplant am 31.12. abschalten, wie es der Atomausstieg vorsieht. Und dann für den Fall der Fälle, dass diese unwahrscheinliche Lage eintritt, dass sie doch noch gebraucht werden sollten, dann können wir sie wieder ans Netz nehmen. Das ist der Vorschlag, der gerade auf dem Tisch liegt. Wir reden über 6%. Anteil am Strommix, glaube ich, maximal. Warum muss es unbedingt Atomstrom sein, Herr Spahn? Warum nicht alternative Energien, erneuerbare Energien weiter ausbauen? Nun, wir stehen vor einem Winter, vor einem wahrscheinlich sehr harten Winter. Das wissen Sie auch nicht? Doch. Wettertechnisch, meine ich. Naja, Winter ist jedenfalls kälter als Sommer. Das, glaube ich, können wir immer noch festhalten. Und deswegen werden wir Strom und Gas mehr brauchen noch als im Sommer. Wir haben jetzt schon Höchstpreise. Ich habe auch diesen Stresstest nicht verstanden. Wir haben jeden Tag Stresstest. Familien, Handwerker, Pflegeheime wissen nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen. Und deswegen sind 6% der Stromerzeugung kein Gamechanger. Die ändern nicht alles, aber ein wichtiger Beitrag. Wie Kohlekraftwerke, wie Biogas. Der Wirtschaftsminister sagt jeden Tag, jede Kilowattstunde zählt. Damit begründet er Duschtipps, Einsparverordnung. Wenn aber jede Kilowattstunde zählt, zählt auch jede aus dem Kernkraftwerk. An den Preisen würde es nichts ändern. Doch, doch, doch. Das ist eine dieser Mehr, dieser Geschichten, die gerade erzählt werden. Natürlich würde es was ändern. Weil umso mehr, deswegen wird ja auch zum Beispiel die Kohle zurück ans Netz geholt, umso mehr andere Energieformen wir ans Netz holen. Desto öfter entsteht, der Strompreis wird ja jede Viertelstunde gemacht. Und desto öfter entsteht eine Situation, eine Preisbildung, wo Gas keine Rolle spielt. Klar, es wird auch Stunden geben, Viertelstunden geben, wo der Gas, das Gaskraftwerk den Preis immer noch bestimmt. Aber umso mehr Energie wir vorher mit anderen, auch mit erneuerbaren, aber auch Kernkraftwerken erzeugen, desto weniger oft. Und damit wird der Durchschnittspreis sinken. Das ist so an den Märkten. Da haben Sie mit dem Kopf geschüttelt. Ja, genau, weil wir haben jetzt gerade am Wochenende hat der Koalitionsausschuss getagt und zahlreiche Maßnahmen verabredet, um die Preise auch auf dem Strommarkt zu stabilisieren beziehungsweise zu senken, soweit es geht. Dazu werden gerade auch europäische Gespräche geführt, weil das wichtig ist, wir haben einen europäischen Strommarkt und da macht es keinen Sinn, wenn Deutschland Alleingänge macht. Zumindest sollten wir es versuchen, gemeinsam zu lösen. Und wir haben zahlreiche Maßnahmen auch verabredet, in der Ampel umzusetzen, um auch Menschen zu entlasten, bei den hohen Energiekosten. Und ich finde wichtig, an der Stelle noch mal darauf hinzuweisen, was wir da alles tun, was wir insbesondere auch tun, um mehr erneuerbare Energien an den Markt zu bringen. Und da gibt es natürlich jetzt sehr viel aufzuholen von den letzten Jahren, wo der Ausbau leider nicht so gut vorangegangen ist. Und das müssen wir jetzt alles mit Hochdruck quasi korrigieren von der Vorgängerregierung. Und da sind wir dran. Und wir haben zusätzlich auch, finde ich, noch den, Sie haben das Thema Energiesparen angesprochen, eine Option, die wirklich sehr viel bringt und vor allen Dingen auch bei den Preisen einen großen Unterschied macht. Es ist für mich wirklich noch mal wichtig zu betonen, dass wir sehr, sehr viel Geld im Augenblick aufwenden, um Menschen dabei zu unterstützen, Häuser energetisch zu sanieren. Denn das ist doch die Ursache des Problems. Das ist doch die Ursache... Das wird ja für den nächsten Winter nicht helfen. Aber das passiert ja schon seit Monaten, dass die Nachfrage dazu steigt. Ja, die Nachfrage nach dem energetischen Gebäude, die macht aber einen Riesenunterschied. Und deswegen ist es auch gut, dass wir das Problem an der Wurzel packen. Denn genau das hat uns ja in diese, nicht nur die Abhängigkeit von russischen Energieimporten, hat uns eine schwierige Lage gebracht, sondern auch, dass die Gebäude seit Jahren, Jahrzehnten mehr Energie verbrauchen als nötig. Und das heißt, insbesondere die alten, ineffizienten Gebäude sorgen dafür, dass Menschen hohe Heizkosten haben. Und da sind große Potenziale. Und da müssen wir jetzt ran. Ich bin noch mal ganz sofort. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Input. Wie viel günstiger wäre meine Kilowattstunde Strom, wenn diese Atomkraftwerke tatsächlich weiterlaufen würden in dem Umfang, wie Sie es sich vorstellen? Das kann man so natürlich auf einen Centpreis nicht sagen. Aber eines ist eben klar, es ist Marktwirtschaft. Umso größer das Angebot, desto geringer der Preis. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, stimme ich absolut und aus Überzeugung zu, keine Alleingänge, europäisch abgestimmt. Alle, alle unsere europäischen Nachbarländer bitten uns, die Kernkraftwerke am Netz zu lassen, weil es ja nicht nur um die deutsche nationale Netzstabilität geht, sondern auch um die europäische. Alle sagen, bitte produziert so viel Strom, wie es geht. Wir brauchen ihn in Europa. Und Deutschland geht da einen unsolidarischen Alleingang bei diesem Thema. Ich habe da doch noch mal einen Punkt, weil preisbestimmend werden ja weiterhin die Gaskraftwerke auch sein. Nein, also auch wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen wird, ja über die Gaskraftwerke, der Preis bestimmt für den Strom. Das ist nein. Und das sagten Sie vorhin, das sei eine mehr. Ja, nur dann, wenn die Gaskraftwerke benötigt werden. Wir haben ja nicht den ganzen Tag zu jeder Viertelstunde denselben Strombedarf in Deutschland, sondern der steigt und sinkt. Der ist mittags höher als Mitternacht. Und umso öfter Momente entstehen, wo die Gaskraftwerke nicht gebraucht werden, weil die anderen so viel produzieren, wird eben auch dann nicht der Strom da gesetzt. Zumal die Gaskraftwerke die Wärmekopplung machen, die gebraucht werden also für die Wärme auch, gar nicht so mit in den Preis mit einberechnet werden. Also es ist nicht ganz so einfach, auch beim Strompreis, wie uns das gerade gelegentlich erzählt wird. Möglicherweise sind es ein paar ganz wenige Minuten im Monat. Die Frage ist ja immer, die Atomkraftwerke produzieren Grundlaststrom und die Gaskraftwerke werden flexibel eingesetzt. Insofern ist es einfach auch schwer vergleichbar. Sie laufen gerade durch. Trotzdem ist, nein, die Gaskraftwerke laufen nicht durch, haben Sie eben selber gesagt. Im Moment müssen Gaskraftwerke so viel Gas verstromen wie nie, oder selten sofort. Das ist doch, in der Krise verstromen wie Gas jeden Tag. Ich will nur einfach darauf hinweisen, Sie haben halt eine andere Perspektive darauf, ob wir eine Hochrisikotechnologie einsetzen oder ob wir alle anderen Optionen, die uns zur Verfügung stehen, mehr erneuerbare Energien, auch aus den jetzt schon stehenden Anlagen rausholen. Das tun wir. Wir haben jetzt ein Energiesicherheitsgesetz, eine Reform auf den Weg gebracht. Nein, das ist jetzt, das ist das, weiß ich nicht, 20., 30. Gesetz, was wir im Energiebereich jetzt beschließen werden in den nächsten Wochen. Also wir haben zahlreiche Rahmenbedingungen verbessert, um mehr erneuerbare Energien ans Netz zu kriegen und auch aus den laufenden Anlagen mehr rauszuholen. Biomasse haben Sie angesprochen. Auch das ist auf den Weg gebracht. Und es geht darum, dass wir zusätzlich Energieeffizienzpotenziale nutzen. Und all das sind Dinge, die wir tun und die auch erfolgreich einen Beitrag leisten und in der Summe ausreichen werden, um die Situation im Winter zu gewährleisten. Und falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, das doch nicht, dann ist der Vorschlag der Reserve auf dem Tisch. Was ist Ihr Modell, Strompreise dauerhaft zu stabilisieren oder sogar zu senken? Erst mal so viel Angebot wie möglich, also alles ans Netz, was geht. Zum Zweiten die Rücklagen des EEG-Kontos zu nutzen, um Netzentgelte und Stromsteuer fürs nächste Jahr zu senken oder ganz aufzuheben. Und zum Dritten verlässlich ein Strom, ein Gasgrundbedarf für jeden Haushalt. Der ist geplant, aber keiner weiß im Moment, wann der startet, zu welchem Preis. Keiner kann planen für den Winter. Und das ist ein Problem. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gestern diverse Vorschläge gemacht. Welche halten Sie für realistisch, was die Umsetzung angeht innerhalb der nächsten Zeit? Deckelung, Gaspreisdeckel für russische Gasimporte, Reduzierung von Stromverbrauch in Zeiten hoher Nachfrage? Also das Lastmanagement ist ein ganz wichtiger Teil. Und das passiert ja auch schon auf dem Markt. Also insofern ist das auf jeden Fall etwas, was wir auch verstärkt einsetzen werden. Aber zusätzlich finde ich eben auch wichtig, dass es gut ist, dass Europa sich gemeinsam auch verabredet hat, deutlich Gas auch einzusparen. Julia Verlin, vielen Dank. Auch Jan Spahn, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Ich bin ein bisschen irritiert, wie Sie gemerkt haben, weil ich irgendwie von drinnen schon Applaus gehört habe. Die Uhren hier in der Lobby zeigen noch eine Minute vor neun. Ich würde sagen, Sie verlassen mich ganz fix, damit Sie im Plenarsaal sind irgendwie. Also wir haben es versucht irgendwie. Und da ist ja immer noch vor neun. Und es klingelt auch jetzt erst im Hintergrund. Also etwas ungewöhnliche Situation. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal. Und wir schauen direkt in den Plenarsaal rein, meine Damen und Herren. Da muss ich mich jetzt erst mal selber ein bisschen orientieren, wie da im Moment die Lage ist. Ob die Bundestagspräsidentin schon angekommen ist. Es gibt einen kurzen Ausblick auf das, was hier heute Vormittag bis um die Mittagszeit passiert. Es wird ja nicht nur über den Etat, über das Haushaltsgesetz 2023 geredet. Beginnend mit dem Etat des Bundeswirtschaftsministers, gleich um neun. Es wird auch dann um den Etat des Bundesgesundheitsministers gehen. Und es geht vor allem auch um das Infektionsschutzgesetz, beziehungsweise die Änderungen daran. Und jetzt höre ich im Hintergrund den Gong. Waren wir gar nicht so schlecht mit der Zeit und haben uns hier ein bisschen irritieren lassen von Geräuschen aus dem Plenarsaal. Und da ich den Gong gehört habe und da ich auch die Bundestagspräsidentin auf dem Weg zu ihrem Platz sehe, gebe ich jetzt doch einfach mal rein. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüße ich zunächst einen neuen Kollegen. Nils Gründer hat für den ausgeschiedenen Kollegen Dr. H.C. Thomas Sattelberger die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erworben. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Dann gab es in der parlamentarischen Sommerpause einige besonders erwähnenswerte Geburtstage. So haben die Kollegen Norbert Maria Altenkamp und Stefan Keuter jeweils ihren 50. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch! Die Kollegen Dr. Klaus Wiener und Detlef Seif jeweils den 60. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch! Und der Kollege, der hier gerade neben mir sitzt, Rainer Semet, hat den 65. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch! Und der Kollege Axel Schäfer seinen 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Das kommentiere ich nicht. Ich habe es auch Gott sei Dank nicht gehört. Dann müssen wir noch eine Wahl durchführen. In dem Beirat zur Auswahl von Themen für die Sonderpostwertzeichen ohne Zuschlag beim Bundesministerium der Finanzen, das ist der sogenannte Programmbeirat, soll auf Vorschlag der Fraktion der FDP der Abgeordnete Reinhard Huben als Nachfolger für den Abgeordneten Till Mansmann als ordentliches Mitglied gewählt werden. Sind Sie damit einverstanden? Das sieht so aus. Das ist der Fall. Damit ist der Kollege Huben gewählt. Ich komme schließlich zur Tagesordnung. Interfraktionell wurde vereinbart, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Es handelt sich dabei um mehrere Anträge, die ohne Debatte behandelt werden sollen. Sind Sie damit auch einverstanden? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das auch so beschlossen. Wir setzen jetzt die Haushaltsberatungen fort. Für die heutige Aussprache haben wir am Dienstag eine Redezeit von insgesamt neun Stunden und 39 Minuten beschlossen. Und wir beginnen die heutigen Beratungen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und das Wort hat zu Beginn für die Bundesregierung der Minister Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, guten Morgen. Eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Sehr geehrte Damen und Herren, und das tun wir mit einigem Erfolg. Seit einer Woche gibt es kein Gas aus Russland. Die Speicher füllen sich weiter. Nach einem kurzen Ausschlag in der Börse ist der Preis noch immer hoch und zu hoch, aber nicht explodiert. Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas wegen der konsequenten und vorausschauenden Handlungsfähigkeit dieser Regierung und dieser Koalition. Gestern hat Frankreich, nachdem es immer Abnehmerland war, erstmals Gas nach Deutschland geredet. Erfolg von diplomatischen Anstrengungen und Bemühungen. Es war ein Testbetrieb, dennoch gleichzeitig ein historischer, denn es verstärkt die europäische Solidarität. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir da stehen, wo wir sind, liegt daran, dass diese Regierung von Tag 1 an einen konsequenten Kurs gefahren hat. Und wusste, wohin sie will und weiß, was die Not des Tages erfordert. Nämlich ein Bekämpfen der aktuellen Krise bei Beibehalten der strukturellen notwendigen Veränderungen, die dieses Land in die Zukunft führen wird. Deswegen haben wir immer alle Maßnahmen mit der notwendigen Transformation kombiniert. Die Energieeffizienz, der Ausbau der Erneuerbaren war immer integraler Bestandteil unserer Politik. Und dass die Union in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise ernsthaft dagegen klagt, dass die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Wasserstoffhochlauf und auch noch in die Robustheit der Unternehmen verfassungswidrig sein soll, das ist ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn den Unternehmen erklären, dass sie am Ende in dieser Situation, wo wir einen Nachfrageschock haben, keine staatlichen Unterstützungen mehr bekommen? Es zeigt, wes fossilen Geistes Kind Sie noch immer sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Ausmaß die Herausforderungen der Zeit erfordern, welche Anstrengungen wir nehmen müssen, welche Umstellungen auch in der Art, wie wir Politik denken, notwendig sind. Stattdessen immer nur weiter das Oppositionsgeklinge und möchte gern Wirtschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden. Morgen ist der Energieministerrat in Brüssel. Die Vorschläge der Kommission liegen vor. Man sieht, wie gut Europa arbeiten kann. Und sie gehen sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber auch das muss man aussprechen. Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre Beratung gebraucht hätte. Wir gehen an das Strommarktdesign rein und wir halten uns eine Option offen. Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Wir werden auch beim Gaspreis etwas machen müssen, wenngleich komplizierter. Aber es ist nicht richtig, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, wo wir es für jeden Preis einkaufen. Wir werden auch dort Mechanismen finden und den Gaspreis herunterbringen. Wir stoppen damit den Abfluss des Geldes ins europäische oder ins globale Ausland. Und wir stoppen es am stärksten perspektivisch, indem wir uns nicht nur von russischen Energien, sondern von den fossilen Energien insgesamt losmachen. Wer das verkennt, verkennt, in welcher Phase wir uns eigentlich befinden. Bis wir die Preise runterbekommen haben, und das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die kleinen und die KMUs unter diesen Rettungsschirmen runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm, öffnen für KMUs. Wir werden damit die Handelsbezogenheit als Kriterium aufgeben. Wir werden es branchenöffen gestalten, aber an Kriterien natürlich festhalten. Kriterien kann beispielsweise der Energiekostenanteil am Produkt oder am Umsatz sein. Es wird zeitlich befristet sein, weil wir an anderen Instrumenten arbeiten, nämlich die Preise stoppen und so die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Es kann also keine Dauersubvention sein, aber dieses Programm wird aufgelegt werden und es wird der deutschen Wirtschaft den Weg in diese neue Zukunft erleichtern bzw. dafür sorgen, dass wir ihn gehen können. Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht alle Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten. Wir haben einen Nachfrageschock. Das Geld in den Haushalten wird knapp. Deswegen werden wir weitere Maßnahmen, wirtschaftspolitische wie vor allem strukturelle Maßnahmen ergreifen müssen, dass die Menschen in Deutschland genug Geld haben, auch zu konsumieren und so die Unternehmen stützen können bzw. Unternehmen ebenfalls geschützt werden, die nicht nur alleine über die energieintensive Produktionsweise von dem Programm, wie eben skizziert, erfasst werden. Und fünftens werden wir im Oktober einen Mechanismus auflegen, wo Gas gegen Geld den Gasverbrauch runterbringt und die Unternehmen, die dann in der Produktion etwas zurückfahren, schützt und finanziell entschädigt. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins Angriff zielt auch auf unser Wirtschaftssystem. Es wird immer gesagt, es ist die schwerste Energiekrise seit 1973. Das ist nicht richtig. Diese Energiekrise ist weit komplexer. Die Aufgaben sind weit größer. Und deswegen müssen wir das, was im Normalfall gut funktioniert, jetzt hinterfragen und ändern. Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidungen fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Und wir sollten vielleicht auch überdenken, in welcher Rolle Opposition und Regierung sich manchmal befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Mit Kritik an der Union an, wie er sagt, fehlender Selbstkritik bezüglich der Energiepolitik der vergangenen Jahre hat der Bundeswirtschaftsminister Habeck die Debatte über seinen Etat für 2023 eröffnet. Energie in allen Facetten wird beherrschendes Thema dieser Aussprache sein. Auch in der ersten Rede aus der Opposition, und da steht schon bereit, Jens Spahn, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Kilowattstunde zählt. Das ist Ihr Mantra in dieser Krise, Herr Minister. Damit begründen Sie Duschtipps und Einsparverordnungen. Denn wenn in dieser Krise aber jede Kilowattstunde zählt, dann müssen wir schon fragen, ob dieses Mantra, dieses Motto auch für Ihre Regierung und Ihr Handeln gilt. Denn wenn jede Kilowattstunde zählt, dann zählt auch jede Form, jede Form der möglichen Energieerzeugung, die hier in Deutschland möglich ist. Und da tun Sie nicht, da tun Sie nicht, was geht. Sie nutzen das Potenzial von Biomasse, Biogas nicht. Sie haben unseren Antrag im Juli hier abgelehnt. Im Sommer haben Sie gesagt, jetzt wollen Sie es doch tun. Einen konkreten Regelungsvorschlag haben wir bis jetzt nicht. Wir nutzen die erneuerbaren klimaneutralen Möglichkeiten beim Biogas seit Monaten nicht. Und das ist Ihr Versäumnis. Kohle. Wir haben hier im März gesagt, Kohlekraftwerke aus der Reserve hochfahren, um beim Gas die Verstromung runterzufahren. Da haben Sie noch gelacht. Im Juli haben Sie dann die Gesetze geändert, um es tun zu wollen, muss man ja sagen. Mittlerweile, zweieinhalb Monate später, sind zwei, in Worten, zwei Kohlekraftwerke nur neu am Netz wegen Ihrer bürokratischen Vorgaben, weil Sie zu spät gehandelt haben. Wenn jede Kilowattstunde zählt, dann hätten diese Kohlekraftwerke schon längst am Netz sein müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann Kernkraft. Sechs Monate Debatte mit Verschleppen, Falschaussagen, Streit. Sie hätten am Montagabend einen Befreiungsschlag machen können für Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Stattdessen haben Sie das Chaos perfektioniert. Sie handeln gegen die Empfehlung des Stresstests, der ausdrücklich sagt, die drei Kernkraftwerke im Streckbetrieb zu lassen. Sie haben uns immer gesagt, es ginge nicht. Personal, man müsse Gesetze ändern, Sicherheitsanforderungen. Jetzt machen Sie genau das. Sie ändern das Gesetz, Sie halten das Personal, Sie stellen die Sicherheit sicher. Nur, Sie produzieren keinen Strom. Das ist das Problem an Ihrer Lösung. Familien, Handwerker, Pflegeheime haben jeden Tag Stresstest seit Monaten. Die können nämlich ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Und Stromrechnungen, Strompreise sind deswegen hoch, weil das Angebot in Europa zu niedrig ist. Und das heißt, jedes Kraftwerk muss ans Netz. Aber, Herr Minister, das Kernkraftwerk in Lingen, das ist nur wirklich die Spitze des Irrsinns. Sie wollen, das ist der Vorschlag, Ölkraftwerke auf Schiffen zu teuren Preisen anmieten, um im Norddeutschland die Netzstabilität zu gewährleisten, anstatt das klimaneutrale Kernkraftwerk laufen zu lassen. Wer hier den Geist von fossilen Energien hat, das können wir da gerne mal diskutieren. Nur, weil Ihre Wahlkämpfe in Niedersachsen bei Bayatom auf die Plakate geklebt haben, lassen Sie als grüner Klimaminister lieber Ölkraftwerke auf Schiffen laufen, anstatt ein sicheres Kernkraftwerk. Und ich finde, das ist Harakiri in der Lage, in der wir aktuell sind. Und Gaspreise, das ist die Leerstelle auch ihres Entlastungspaketes. Beim drängendsten Thema von 20 Millionen Deutschen und vielen Unternehmen nichts, keine Lösung. Stattdessen die Gasumlage. Wie sagte jemand so treffend? Deutschland ist, wenn die Regierung plant, per Umlage auch Konzerne mit Milliardengewinnern zu subventionieren, dafür dann die Mehrwertsteuer gesenkt wird, um von der Umlage betroffene Verbraucher zu entlasten, um dann über eine Übergewinnsteuer die Unternehmen, die profitieren, dann wieder zu belasten. Stoppen Sie diese Chaosumlage, stoppen Sie diesen Irrsinn, stimmen Sie nachher unserem Antrag zu, das aufzuheben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und geben Sie vor allem den Menschen Sicherheit für diesen Winter, bei Gas und bei Strom. Strompreisbremse, keiner weiß wann, in welcher Höhe, beim Gas gar kein Angebot für jeden Haushalt verlässlich einen Grundbedarf, 75 Prozent des Vorjahresverbrauchs definieren und Sicherheit geben für diesen Winter. Das bräuchten wir dringend. Denn, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland steht ein schwerer Winter ins Haus. Deutschland und die Deutschen werden ärmer jeden Tag wegen hoher Gas- und Strompreise. Wir sollten alles tun, soziale Not zu lindern, Familien, Handwerkern, der Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Wir haben Ihnen mehrfach angeboten, Herr Minister, in dieser schweren Zeit mit in die Verantwortung zu gehen, Kompromisse zu suchen. Das haben Sie abgelehnt. Sie sind Ihren Weg gegangen, und das, finde ich, haben Sie gerade auch in der Art noch mal sehr, sehr deutlich gemacht. Das ist Ihr gutes Recht. Sie haben die Mehrheit. Aber damit ist eins auch klar. In diesem Winter sind Höchstpreise bei Strom und Gas. In diesem Winter ist die Unsicherheit von Millionen Menschen im Land. Ist jeder Strom- und Gasausfall, ist jede Insolvenz und jede Betriebsaufgabe dann auch Ihre Verantwortung. Reden Sie sich nicht mit 16 Jahren raus. Es geht hier um Ihr Krisenmanagement seit sechs Monaten. Darum geht es. Deutschland und die Deutschen bräuchten in dieser Lage nichts mehr als Zuversicht und Zusammenhalt. Sie müssen sich die Frage stellen, ob die Entscheidungen, die Sie treffen, und die Art, wie Sie Politik machen, wirklich geeignet sind, Zuversicht und Zusammenhalt im Land zu stärken. Mein Eindruck ist das nicht. Jens Spahn mit deutlichen Worten aus seiner Perspektive in Richtung Regierungsbank und in Richtung Ampelkoalition. Das war ein bisschen absehbar, wie diese Debatte hier verlaufen wird zum Etat des Wirtschaftsministers. Aber Sie merken, das Thema Energie ist tatsächlich das Beherrschende hier heute. Nächster Redner wird Matthias Miersch sein, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Und mit großem Interesse wird übrigens auch der Redebeitrag von Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion erweitert. Die ist in Kürze schon dran. Erstmal Matthias Miersch. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Spahn! Sie haben eben gewünscht, dass wir auf Sie hören, dass Sie mit Verantwortung übernehmen können. Sie haben viele Jahre hier Verantwortung getragen. Und sicherlich war nicht alles schlecht in der Großen Koalition. Aber das Thema Energiepolitik, wenn dort eine Ampel die letzten 16 Jahre regiert hätte, wären wir jetzt tatsächlich zukunftsfest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie auch jetzt noch in die Verantwortung gehen wollen, dann sage ich Ihnen, ich bin heilfroh, dass Sie es nicht sind. Nun ist das energiepolitisch bei Ihnen nicht so. Sie haben einen anderen Fachbereich gehabt. Deswegen nehme ich Ihnen das nicht so ganz übel. Aber hier so dicke Sprüche zu machen und dann Vorschläge zu machen, die dieses Land bereits im Frühjahr in die Knie gezwungen hätte, da finde ich, eine gewisse Selbstreflexion wäre angesagt. Und Herr Merz, als Partei- und Fraktionsvorsitzender, der gestern große Worte findet, Sie haben hier im März, deswegen kann man es sich gut merken, der Merz-Spruch, Sie haben hier im März ein Gasembargo gefordert. Wir wären jetzt keine, es wäre keine Möglichkeit gewesen, die Speicher zu füllen. Die Preise wären vorher schon explodiert, wenn wir Ihnen die Verantwortung gegeben hätten. Das ist die Wahrheit, und damit müssen Sie sich auseinandersetzen und nicht einen Bundeswirtschaftsminister kritisieren, der Tag und Nacht versucht, auch Versäumnisse Ihrer Politik wettzumachen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber richtig ist, wir leben in Zeiten, die diese Gesellschaft auch vor große Herausforderungen stellt. Und wir wissen gestern wieder einmal, dass es Gruppen in diesem Haus gibt, die sagen, es muss diesem Volk schlecht gehen, weil wir dann politisch Profit daraus ziehen wollen. Und ich bin Ihnen dankbar, Herr Merz, dass Sie gestern noch mal bekannt haben, alle demokratischen Parteien müssen hier zusammenhalten, und dieser Populismus darf nicht durchgehen. Aber wenn man diesen Populismus bekämpfen will, dann muss man sehr aufpassen bei der Argumentation, die man hier als Opposition vorbringt. Denn die Menschen haben zu Recht, finde ich, die Erwartung, dass wir hier streiten um den besten Weg. Aber wir müssen auch um belastbare Lösungen streiten. Und ich will Ihnen das an dieser Stelle sagen. So wie Sie mit dem Thema Atom in den letzten Monaten umgegangen sind, ist es für mich reiner Populismus. Die Atomkraft als Lösung in dieser Phase zu sehen, ist eine Sackgasse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum haben wir denn das Problem, weil augenblicklich 32 der 56 Atomkraftwerke in Frankreich nicht am Netz sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum haben wir ein Problem im Süden Deutschlands, weil Ihre Regierung in Bayern alles unterlassen hat, was an Thema Erneuerbare notwendig gewesen wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie suggerieren, durch die Zuschaltung und Laufzeitverlängerung von drei Atomkraftwerken würde sich beim Preis etwas ändern, dann machen Sie den Menschen etwas vor. Atomkraft ist nicht preismindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt nur einen Weg, augenblicklich die Preisspirale in den Griff zu bekommen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat zu Recht darauf hingewiesen, es muss ins System eingegriffen werden. Und deswegen ist es richtig, was am Danstag beschlossen worden ist. Und wenn Sie sagen, ja, wir machen das mit dem Stresstest, und dann muss es noch eine Laufzeitverlängerung geben, dann will ich Ihnen schon sagen, es ist elf Jahre her, elf Jahre, dass die Bundeskanzlerin Merkel an dieser Stelle gesagt hat, In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernkraft nicht sicher beherrscht werden können. Daraus ist eine Riesendiskussion entstanden. Und wir haben alle in diesem Haus den Ausstiegsbeschluss einvernehmlich gefasst, weil wir wussten, dass Atomkraft keine Lösung ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich unterstelle Ihnen, Sie haben es aus machttaktischen Gründen gemacht. Sie sind nie davon überzeugt gewesen. Und deswegen kommt jetzt sofort wieder eine Scheinlösung, die Sie hier präsentieren, weil Sie parallel dazu die letzten Jahre eben alles auch getan haben, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie suggerieren, dass Sie durch die Laufzeitverlängerung Versorgungssicherheit sicherstellen könnten, dann sage ich Ihnen, setzen Sie wieder aufs falsche Pferd. Was wir brauchen, ist in der Tat die Reservekraft, die wir jetzt bei Kohle zur Verfügung stellen, auch das Schöpfen von Biogas etc., aber den maximalen Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten Monaten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, und das sage ich für die SPD-Fraktion, auch hier im Bereich der Wärme muss das, was die Regierung vorgedacht hat beim Thema Strompreis, auch Realität werden. Auch beim Thema Gas, auch beim Thema Wärme brauchen wir systemische Eingriffe in den Markt. Wir können nicht gegensubventionieren, wenn Preise explodieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind sicher, dass die eingesetzte Kommission, denn nichts ist trivial, aber in den nächsten Wochen belastbare Vorschläge diesem Parlament macht, damit wir auch Wärme in den Griff bekommen und für Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen Sicherheit in diesem elementaren Bereich gewährleisten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir wissen auch, dass alles besser ist, wenn wir es europäisch machen. Und deswegen, lieber Robert Habeck, alles Gute für morgen. Die Europäische Union, das will ich hier betonen, steht vor einer großen Belastungsprobe. Es muss geliefert werden. Wenn nicht geliefert wird, müssen wir hier nationalstaatlich in diesen Elementen vorgehen. Das steht für uns als sozialdemokratische Fraktion fest. Energie ist Daseinsvorsorge. Wir brauchen einen starken Staat, der den Menschen jetzt Sicherheit gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Mirsch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, nennt den Versuch, eine mögliche Energielücke mit Atomenergie zu schließen, eine Sackgasse und eine Scheinlösung. Es ist hier viel Vergangenheitsbewältigung auch in dieser Debatte. Nächster Redner, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Fraktion, live Erik Holm. Guten Morgen, liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, Sie haben von der fehlenden Selbstkritik der Union gesprochen. Da sind wir uns völlig einig. 16 Jahre lang haben Sie an diesem Murks mitgewirkt. Aber ich vermisse bei Ihnen auch nur ein kleines bisschen Selbstreflexion im Angesicht des Murks, den Sie hier noch schlimmer betreiben in dieser Ampelregierung. Die verkorkste und unsoziale Gasumlage, die Abschaltung moderner Kernkraftwerke, das unsinnige Insolvenzgeplapper bei Maischberger. Die letzten Tage haben doch klar gezeigt, dieser Minister und diese Regierung, Sie können das einfach nicht. Wir werden regiert von energiepolitischen Geisterfahrern. Selbst jetzt, im Angesicht von Preisexplosionen und dramatischen Knappheiten, bleiben Sie weiter auf der Gegenfahrbahn und wollen den Energiewendewahnsinn noch weiter treiben, während Sie funktionierende Kraftwerke abschalten. Das kann man doch wirklich niemandem erklären. Was sind hier für Traumtänzer unterwegs? Machen Sie die Augen auf! Millionen Bürger haben Angst, ihre Rechnungen für Strom und Gas bald nicht mehr bezahlen zu können. Immer mehr Unternehmen gehen in die Insolvenz. Ein Anstieg wird erwartet für Oktober von einem Drittel, sagt das Leibniz-Institut. Harkle-Görz waren die ersten Vorboten. Gestern Dr. Schneider. In meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern steckt fast die Hälfte der Bäckereien schon in finanziellen Schwierigkeiten, wegen der explodierenden Preise. Und Sie erklären denen im Fernsehen, Herr Minister, dass sie gar nicht in Insolvenz müssten, sondern ja mal vorübergehend die Produktion einstellen könnten. Das wirkt nicht nur schräg, sondern kommt als Hohn an bei Unternehmen, die tagtäglich um ihre Existenz kämpfen. Man muss sich das ja mal vorstellen. Unternehmen und ihre Mitarbeiter wissen kaum noch, wie es weitergehen soll. Und Sie wollen die sichersten und modernsten Kernkraftwerke der Welt abschalten, die zur Senkung des Strompreises hätten beitragen können. Mehr Angebot bedeutet geringere Preise. Es wäre so einfach gewesen. Sie hätten einfach diese Ankündigung am Montag machen können, Laufzeitverlängerung, und sofort wäre der Future-Strompreis für das nächste Jahr gefallen. Das wäre schnelle Hilfe für die Bürger gewesen und für die Unternehmen. Und Sie verweigern diese Hilfe. Da betreiben Sie immer mehr Bürger und Unternehmen in existenzielle Not. Man muss es klar sagen, die Preistreiber, die sitzen hier vorne auf der Regierungsbank. Unsere Nachbarländer bauen ihre Kapazitäten aus. Wir bauen sie ab. Was ist daran solidarisch, Herr Minister? Das ist doch keine Solidarität. Das ist das Gegenteil. Wir sind die Energieparasiten dieses Europas. Das ist schlimm, peinlich. Stattdessen setzen Sie auf ein Entlastungspaket, das allein die Symptome bekämpft und wieder viele außen vor lässt. Die Unternehmen, die von der Mehrwertsteuersenkung bei der Gasumlage gar nichts haben zum Beispiel. Viele Fleißige, die noch jeden Tag zur Arbeit fahren für wenig Geld, aber nichts von ihren Zuschüssen haben, weil sie eben noch arbeiten gehen. Das ist nicht gerecht. Und was ist mit den Menschen auf dem Land? Denen haben Sie drei Monate ein Trostpflästerchen gegeben. Tankrabatt ist schon wieder vorbei. Warum eigentlich? Das war eine sinnvolle Maßnahme. Wir müssen runter von den Energiesteuern. Das ist das Einzige, was der Staat an dieser Stelle machen kann, um die Inflation einzudämmen und den Bürgern mehr Geld in der Tasche zu lassen. Diese Energiesteuersenkung beim Tanken, sie muss kommen. Sie muss bleiben. Dauerhaft. Es kommt nichts von Ihnen. Meine Damen und Herren, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Die sind jetzt zu treffen. Die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen. Und die drei, die vom Netz genommen wurden im letzten Jahr, müssen wieder angefahren werden. Das brauchen wir jetzt. Wir brauchen auch keine vorschnellen Sanktionen, die nur uns selber schaden. Und wir brauchen keine Steuern und Abgaben auf Sprit, auf Gas und Strom, die den Menschen kein Geld mehr in der Tasche lassen, runter mit den Energiesteuern. Das kann der Staat jetzt tun. Das muss er tun. Ihr Weg führt geradewegs in die Katastrophe, wenn Sie den weitergehen. Übrigens, die Bäcker, letzter Satz, die Bäcker in Norddeutschland, die Bäcker in Norddeutschland gehen heute auf die Straße und sagen, bei uns gehen bald die Lichter aus. Und wenn Sie so weitermachen, dann wird es in Deutschland nicht nur symbolisch, sondern wirklich zappenduster. Vielen Dank. Der Bundestag berät und diskutiert in erster Lesung über den Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und da habe ich garantiert nicht alle Debatten zum Etat des Wirtschaftsministeriums gesehen. Aber ich wage mal die These, das hier ist eine der lebendigsten und ein bisschen auch aufgeregtesten, die wir heute haben. Carsten Klein ist der nächste Redner. Er ist Obmann im Haushaltsausschuss und kommt aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Stabilität der Gesellschaft, der soziale Frieden, die wirtschaftliche Entwicklung und der Wohlstand sind durch die Inflation gefährdet. Inflation sorgt für Unsicherheit. Steigende Kosten gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Arbeitsplätze. Jetzt ist es außer Frage, dass die originäre Aufgabe zur Preisentwicklung, zur Preissteigerungsbekämpfung die EZB hat, die Europäische Zentralbank. Aber jetzt sind wir keine Zuschauer. Auch wenn wir natürlich der Meinung sind, dass die EZB viel zu zaghaft, viel zu langsam reagiert hat. Aber deshalb müssen wir auf der politischen Bühne trotzdem die Bekämpfung der Inflation flankieren. Und das tun die Herr Minister durch zwei Maßnahmen. Das eine ist die Schuldenbremse und das andere ist die kalte Progression. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass wir keine expansive Ausgabenpolitik haben. Denn es wäre fatal, wenn der Staat die Nachfrage nach knappen Gütern auch noch anheizt. Deshalb ist die Schuldenbremse ein wichtiges Instrument zur Inflationsbekämpfung. Und die Bekämpfung der kalten Progression, die führt dazu, dass die Lohnerhöhung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Menschen ankommt, statt beim Staat. Und sie verhindert, dass es zu einer Lohnpreisspirale kommt. Und deshalb, Herr Minister, brauchen wir für die Inflationsbekämpfung einen klaren Kurs und auch eine klare Unterstützung des Wirtschaftsministers, weil die Inflation so eine große Gefahr für die Wirtschaft darstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zweite Thema, das ich ansprechen will, ist natürlich die Energieversorgung. Energieversorgung, Energiesicherheit, dass Energie überhaupt zur Verfügung steht, das vergessen ja manche, und auch die Bezahlbarkeit der Energie. Und weil es in Deutschland in der Diskussion ja so ein bisschen in Vergessenheit gerät, der Ausgangspunkt für die Energieproblematik, die wir haben, ist der verbrecherische Krieg von Wladimir Putin in der Ukraine. Und das ist, dass Wladimir Putin Energie als Waffe gegen unsere freiheitdemokratische Gesellschaft einsetzt. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung hier, wie man der ein oder andere behauptet, die Preise irgendwie anfachen würde, sondern der Grund dafür sitzt in Moskau. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen ja eine ganze Anzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, um die Preisentwicklung abzudämpfen. Bei der Versorgungssicherheit will ich in der Kürze nur auf die LNG-Terminals eingehen, die in den nächsten zehn Jahren 2,7 Milliarden Euro kosten werden. Oder dass wir es ermöglicht haben, für 15 Milliarden Euro Gas zu beschaffen, das in unsere Gasspeicher eingelagert werden kann. Und wir werden in den Haushaltsberatungen, Herr Minister, auch dafür Sorgen tragen, dass der Speicher, der für Bayern zuständig ist, aber in Österreich sitzt, auch eine Einspeisung erfährt. Aber wir müssen natürlich weiterhin die Preise im Blick haben, Herr Minister. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die jetzt beschlossene Strompreisbremse am Wochenende auch schnell umgesetzt wird. Denn wir wollen, dass diese negative EEG-Umlage, die Entlastung bei den Haushalten und bei den kleinen und mittleren Unternehmen, bei den Bäcker und Metzger auch ankommen, weil wir die eben in dieser Krise nicht vergessen und uns wichtig sind. Aber dazu, Herr Minister, gehört aus, dass wir Druck aus dem System insgesamt nehmen. Wir verstromen immer noch zu viel Gas. Wir erzeugen zu viel Strom aus Gas. Und deshalb müssen wir das substituieren durch mehr Kohle und durch mehr Atomkraft. Ein Reservebetrieb am Anfang des nächsten Jahres ist zu wenig. Wir brauchen einen weiteren Betrieb dieser Realität. Und natürlich, neben den kleinen und mittleren Unternehmen, haben wir auch den Blick auf die großen energieintensiven Unternehmen. Dafür haben wir ja ein großes Paket auch beschnürt mit 4 Milliarden Euro im Haushalt, um diese Unternehmen zu unterstützen. Jetzt steht es außer Frage, und deshalb hätte ich schon ein bisschen mehr Demut auch von der Union erwartet. Sie haben ja sehr große Baustellen übernommen von Ihrem Vorgänger. In jeglichem Bereich große Herausforderungen, Daueraufgaben, Klimawandel, Energiewende, Fachkräftesicherung, auch im Bereich der Raumfahrt, die großen Posten, finanziell auch in Ihrem Etat, in dem wir ja in den letzten vier Jahren eine Schlafwagenpolitik erlebt haben. Wir haben Bundesrechnungshofberichte, in denen klar drinsteht, dass bei der Wirksamkeit der Einsetzung von Steuermitteln und Sie haben erhebliche Steuermittel jetzt auch wieder zur Verfügung mit 13 Milliarden Euro, 1,7 Milliarden Euro mehr als in 2022, dass bei diesem Einsatz der Steuermittel nicht wirksam vorgegangen wird, nicht koordiniert vorgegangen wird. Das hat Ihr Vorgänger Ihnen als große Baustelle überlassen. Aber ich erwarte auch von Ihnen, Herr Minister, dass Sie diese Probleme in Ihrem Haus abstellen. Denn letztendlich haben die Bürgerinnen und Bürger einen Anricht darauf, dass wir natürlich die Energiesicherung, die Energieversorgung sicherstellen, aber dass wir auch mit den Steuermitteln am Ende wirksam und zielgerichtet vorgehen und diese verausgaben. Und dafür werden wir in den Haushaltsberatungen sicher noch einiges zu tun haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kassenklein war das, Obmann der FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss. Und wie schon vorhin mal angekündigt mit einem etwas größeren Interesse erwartet Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion. Und das größere Interesse bezog sich auf die eigenen Reihen vor allem, Ihre eigenen Reihen. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft, vor explodierenden Lebenshaltungskosten, vor Horrorabrechnungen und immer mehr auch um ihren Arbeitsplatz. Und auch wenn es sich noch nicht bis ins Wirtschaftsministerium herumgesprochen hat, in Schlüsselindustrien werden Betriebe reihenweise schließen, schreibt das Handelsblatt. Denn, Herr Habeck, in der Wirtschaft ist das leider nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss leider tatsächlich keine Insolvenz anmelden. Sie sind das beste Beispiel dafür. Aber ein Unternehmen, das wegen der hohen Preise nichts mehr verkaufen kann, das verschwindet vom Markt. Und das heißt eben schlicht im Klartext, wenn wir die Energiepreisexplosion nicht stoppen, dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Und die hohen Energiepreise, viel höher als in vielen anderen europäischen Ländern, die sind doch nicht vom Himmel gefallen. Die sind doch das Ergebnis von Politik. Sie sind zum einen das Ergebnis ihrer völligen Rückgratlosigkeit gegenüber den Absahnern und Krisenprofiteuren. Die Mineralölkonzerne werden in diesem Jahr in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen als im Schnitt der letzten Jahre. Die Stromerzeuger sogar 50 Milliarden Euro. Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag aus der Tasche gezogen wird. Andere Länder haben dieses Marktversagen längst mit Preisdeckeln oder wenigstens mit Übergewinnsteuern darauf reagiert. Frankreich hat den Anstieg des Strompreises auf 4 Prozent begrenzt. Da sind Sie nicht erst nach Brüssel gefahren und haben lange Verhandlungen geführt. Ein Liter Sprit kostet rund 40 Cent in Frankreich weniger als bei uns. Und der Beitrag des hochkompetenten deutschen Wirtschaftsministers zur Energiekrise? Er lässt sich von den Energielobbyisten ein Gesetz zu einer Gasumlage schreiben, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Familien und Unternehmen, die sowieso schon leiden, zusätzlich zur Kasse bitten wird. Also da muss man wirklich sagen, auf so einen Einfall muss man erst mal kommen. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur, weil Sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht, Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie. Und wo haben Sie denn Ersatz aufgetan, Herr Habeck? Bei amerikanischen Fracking-Gasanbietern, die aktuell 200 Millionen Euro Gewinn mit jedem einzelnen Tanker machen. Klar, so kann man die Gassprecher auch füllen. Aber den Ruinen von Familien und Mittelständlern, die diese Mondpreise am Ende bezahlen müssen, den werden Sie damit nicht aufhalten. Und es fängt doch schon an. Ich meine, dass der Gaspreis, dass der Gasverbrauch der Industrie um fast ein Fünftel eingebrochen ist, das liegt doch nicht an plötzlichen Effizienzgewinnen. Das liegt doch daran, dass die Produktion schon jetzt dramatisch zurückgeht. Und bevorzugt das Ziel von Produktionsverlagerungen, das ist übrigens neuerdings wieder, die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen achtmal so hoch ist wie in Übersee. Make America great again! Tolle Strategie für eine deutsche Regierung. Der Hauptgeschäftsführer des THK geht davon aus, dass Deutschland bei Fortsetzung der jetzigen Strategie in wenigen Jahren 20 bis 30 Prozent ärmer sein wird. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen, verhandeln wir in Russland, mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Wir machen sich doch uns und uns etwas vor. Und lieber Herr Habeck, es mag ja sein, dass Ihnen auch egal ist, was Ihre deutschen Wähler denken. Aber Sie haben nicht das Recht, Millionen Menschen, die Sie mehrheitlich nicht gewählt haben, Ihren bescheidenen Wohlstand und Ihre Zukunft zu zerstören. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck, denn Ihre Laufzeitverlängerung, die führt mit Sicherheit zum Super-GAU der deutschen Wirtschaft. Dankeschön. Mit einer Rücktrittsforderung an Bundeswirtschaftsminister Habeck endet die Rede von Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion die Sicht. Deutschlandführe ein Wirtschaftskrieg gegen, Zitat, unseren wichtigsten Energielieferanten. Diese Perspektive hat sie hier im Plenum einigermaßen exklusiv. Felix Banaschak aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ob Sie die oberste Kreml-Lobbyistin Sarah Wagenknecht in dieser Rede reden lassen wollen. Ich sage mal in aller Verbundenheit, das war eine dumme Idee. Eine richtig, richtig schlechte Idee. Herr Spahn, Sie haben gerade sechs Monate mit 16 Jahren verglichen. Und ich übersetze das mal in die gleiche Einheit. 192 Monate hat die unionsgeführte Regierung alles dafür getan, den Ausbau der Erneuerbaren zu verschleppen. Den Ausbau der Stromnetze zu verschleppen. Insbesondere bei Ihnen in Bayern, Herr Dobrindt. 192 verlorene Monate. Und das bis heute. Fünf Minuten hatten Sie zur Verfügung. Kein Wort zum Ausbau der Erneuerbaren. Kein Wort zum Ausbau der Stromnetze für die Versorgungssicherung. Das ist Ihre Politik. Und Nordrhein-Westfalen in den Koalitionsverhandlungen haben wir stundenlang diskutiert, weil Sie jedes Windkraftwerk verhindern wollten. Weil Sie jedes Solarpaneel verhindern wollten. Mit Rücksicht auf die Wahlkreise. Ich habe folgende These, meine Damen und Herren. Wenn in dieser Debatte nur noch Menschen reden zum Thema Atom, die bereit sind, in ihrem Wahlkreis ergebnisoffen nach einem nuklearen Endlager zu suchen, ist diese Debatte in fünf Minuten zu Ende. Herr Banatschak, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ernst aus der Fraktion Die Linke. Aber gerne. Herr Ernst, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Die erste Bemerkung, ich komme nicht drum herum. In dem Moment, wo man hier den Versuch unternimmt, das zu tun, was Herr Habeck sagt, nämlich uns darum zu kümmern, dass wir mehr Energie herkriegen, dass wir tatsächlich mehr Gas herkriegen, dass wir Öl herkriegen. Sagen Sie, das ist Interesse Putins, das sind Putin-Leute. Also diese Form der Auseinandersetzung, tut mir leid, diese Form der Auseinandersetzung, ich weiß nicht, ob das Ihr Stil ist. Ich finde diesem Haus eigentlich unangemessen. Und nun die zweite Frage. Die zweite Frage ist, wir haben nun mehrfach erlebt, dass Vertreter der Koalition darauf hinweisen, dass 16 Jahre in der falsche Politik betrieben worden ist. Das wissen wir inzwischen aber auch, Sie haben es ja oft genug gesagt. Was Sie aber schuldig bleiben ist, wie Sie denn die gegenwärtige Krise nun eigentlich wirklich bewältigen wollen. Wir wissen, da könnt ihr euch aufregen, wie ihr wollt. Ich habe den Eindruck, über Ankündigungen, wir wollen, wir werden, kommen wir doch überhaupt nicht hinaus. Wir haben bis jetzt keine Lösung zum Beispiel für Schwedt. Sie haben keine Lösung für das, was uns im Winter blüht. Sie haben keine Lösung, wie wir genug Energie herkriegen. Und im selben Moment lehnen Sie aber eine Möglichkeit ab, wo wir auch nicht wissen, wie sie endet. Aber man kann doch zum Mitteln miteinander reden und fragen, wie kriegen wir denn mehr Gas her und mehr Öl. Das könnte man doch mal machen. Und wenn Sie das ablehnen, dann kann ich sagen, dann stimmt natürlich das, dass Ihnen andere Interessen als die, die die Bürger und die Industrie in diesem Lande haben, wichtiger sind als das, was Sie eigentlich wirklich machen. Das ist wirklich ein Problem. Herr Ernst, Herr Ernst, ich habe zwar bei dem, was Sie gesagt haben, das Fragezeichen nicht gehört, aber ich will trotzdem gerne antworten. Es spricht ja Bände für Ihre Fraktionen, auch Herr Dr. Bartsch, dass Sie dazu klatschen, dass ausgerechnet die beiden hier sprechen, Sarah Wagenkrecht und Klaus Ernst, die entgegen der Fraktionslinie, muss man ja sagen, die Öffnung von Nord Stream 2 fordern und damit das zentrale Sanktionsargument gegen den Kriegsverbrecher Wladimir Putin außer Kraft setzen wollen und dass Sie hier diese Täter-Opfer-Umkehr betreiben und Wladimir Putin und Russland quasi zum Angriffsopfer eines westlichen Wirtschaftskrieges stilisieren wollen, obwohl Wladimir Putin nicht nur den Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen Deutschland, gegen Europa und gegen den Rest der Welt führt mit Energie, mit Hungerskrisen und so viel mehr. Das ist beschämend und das sagt alles zu dem, was Sie in dieser Debatte zu sagen haben. Kommen wir zurück zur Union. Herr Merz ist jetzt, Herr Merz ist leider nicht mehr da, hat bestimmt andere Termine. Herr Merz hat ja völlig richtig schon im Juli gesagt, wir müssen uns auf Wohlstandsverluste einstellen, wenn wir Frieden und Freiheit gegen unter anderem das, was dort gesagt wurde, verteidigen können. Völlig richtig. Aber Herr Merz bleibt leider die zwei zentralen Antworten schuldig, die sich aus dieser Analyse ergeben. Nämlich, wie wollen wir diesen Wohlstandsverlust sozial gerecht verteilen? Das ist die sozialpolitische Frage, die wir mit diesem Entlastungspaket seit dem Wochenende angehen. Und die zweite, die zweite und die ist mindestens genauso wichtig, das ist die ökonomische Frage, wie wir diesen Wohlstandsverlust begrenzen wollen. Und diese Bundesregierung will und sie wird den Wohlstandsverlust begrenzen, trotz enormer Herausforderungen. Und das hat Robert Habeck gerade überzeugend dargestellt. Wir haben in dieser Debatte schon am Dienstag viel über Inflation gehört, unbestrittene große Gefahr. Aber die zweite große Gefahr, die laut, das ist doch eine Rezession, eine Rezession mit Abschwung, mit Arbeitslosigkeit und mit Bedrohung für ganze Wirtschaftsbranchen. Und deswegen ist es richtig, dass die Unternehmenshilfen ausgeweitet werden, dass das Energiekostendämpfungsprogramm für kleine und für mittlere Unternehmen ausgeweitet wird, dass wir den Spitzenausgleich bei Strom und Energie verlängern und damit 9000 Unternehmen stabilisieren, das ist die kurzfristige Antwort auf die wirtschafts- und energiepolitischen Herausforderungen, die sich hier stellen. Herr Scholz hat gestern gesagt, wir lösen die Probleme, wovon andere Sie direkt erkannt haben. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber wir haben Sie immerhin erkannt. Wir gehen Sie an. Und Sie können leider nur dagegen opponieren, ohne einen eigenen Vorschlag zu haben. Das ist ziemlich bedauerlich. Aber, meine Damen und Herren, hinter den kurzfristigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, stehen ja noch viel größere. Und deswegen ist es wichtig, bei allem, was wir tun, um beispielsweise LNG-Terminals jetzt schnell ans Netz zu bringen, neue fossile Infrastrukturen ja zu schaffen, dass wir gleichzeitig den Blick für die Zukunft nicht verlieren, dass wir die großen Transformationsherausforderungen, vor denen wir sowieso schon stehen und die jetzt ja nicht kleiner geworden sind, intensiv angehen. Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Elektrolysekapazitäten, damit wir bald grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, damit an der Direktreduktionsanlage von ArcelorMittal in Hamburg, die jetzt wegen der hohen Produktionskosten vom Netz gehen wird, vielleicht bald schon CO2-neutral Stahl produziert werden kann. In diesem Haushalt und im Klima- und Transformationsfonds ist ein Rekordbetrag für Energieeffizienz vorgesehen, ein Rekordbetrag für den Ausbau einer klimaneutralen Wasserstoffinfrastruktur, ein Rekordbetrag beispielsweise auch für das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Alles, was Sie immer gefordert und selbst nie umgesetzt haben, das ist die Politik dieser Regierung, kurzfristig die Not lindern, langfristig die Herausforderung angehen. Vielen Dank. Felix Banaschak war das aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner in dieser sehr munteren Debatte ist Andreas Jung. Er kommt aus der Unionsfraktion und ist dort Sprecher für Klimaschutz und Energie. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Sie haben in Ihrer Rede einen kritischen Blick zurück angemahnt. Dazu will ich eine Bemerkung machen. Wir haben in der Corona-Pandemie eine Lehre aus vorangegangenen Krisen gezogen. Diese Lehre war, in der Krisenbewältigung darf nie wieder der Klimaschutz hinten angestellt werden. Nie wieder darf es so sein, dass man über die Bewältigung der einen Krise die andere Krise, die Klimakrise, aus dem Blick verliert. Deshalb haben wir gleichzeitig in Stabilisierung, in Entlastung, in Zukunftstechnologien, in Klimaschutz investiert. Wir haben alles zusammengebracht. Das ist unsere Erwartung an Sie. Das ist unser Befund, dass es in dieser Krise eben nicht gemacht wird. Sie stellen den Klimaschutz in dieser Krise hinten an. Bei der Energiesicherheit sind wir nicht so weit, wie Sie und Olaf Scholz gestern darstellen wollten. Es ist nicht geritzt, dass wir über den Winter kommen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben es am Montag doch klar aufgeschrieben. Es droht weiterhin eine Notlage. Deshalb müssen alle Kapazitäten genutzt werden. Das heißt, da muss mehr gemacht werden. Bei den Entlastungen ist es unkonkret. Sie haben jetzt wieder Ankündigungen gemacht, obwohl Sie doch den ganzen Sommer darüber verhandelt haben, wie Normalverdiener, die jetzt hart getroffen sind, besser unterstützt werden können, wie Betriebe unterstützt werden können. Die Industrie Russwurm war bei Ihrer Klausurtagung und hat gesagt, es geht um die Substanz der Industrie. Sie haben darauf keine Antwort bisher. Die Bäckereien, der Mittelstand, alle weisen darauf hin, wie hart sie getroffen sind. Da gibt es Ankündigungen. Aber nach wochenlangen Beratungen keine Antwort. Es soll jetzt ein Expertengremium eingesetzt werden. Das ist zu wenig. Es ist zu langsam. Es muss konsequenter sein. Und bei all dem wird der Klimaschutz hinten angestellt. Ich will es konkret am Beispiel machen. Stresstest. Sie haben bei dem Stresstest prüfen lassen auf Netzstabilität, aber Sie haben nicht prüfen lassen auf die Stabilität der Ökosysteme. Sie haben nicht die Frage gestellt, ob befristet etwas länger Kernenergie, weniger Kohle und damit weniger CO2 bedeuten könnte. Diese Prüfung, diese Frage liegt aber auf der Hand. Sie ist aber kein Maßstab in Ihrer Prüfung. Deshalb setzen Sie einseitig auf die Kohle. Sie setzen einseitig auf das Öl. Und deshalb fällt es auf Sie zurück, wenn Sie sagen, alles tun, um aus den fossilen Energien rauszugehen. Das tun Sie gerade nicht. Und das wird deutlich bei der Bioenergie. Wir haben hier im Deutschen Bundestag beantragt, den Deckel bei der Bioenergie wegzumachen. Da könnte jetzt kurzfristig, nicht erst langfristig, kurzfristig könnten Potenziale genutzt werden. Das Mais liegt in den Lagern. Es könnte jetzt mehr Strom, mehr Wärme, Biomethan produziert werden. Im Stresstest von Montag schreiben Sie auf, die Situation im nächsten Winter, die sei eine andere, aus einigen Gründen. Und ein wichtiger Grund sei, dann würde ja mehr Strom aus Biogas, aus Bioenergie zur Verfügung stehen. Im nächsten Winter, werden Sie unserem Antrag gefolgt, wird es in diesem Winter zur Verfügung stehen. Deshalb, wenn Sie sagen, verbockt und verhindert, es fällt auf Sie zurück. Das haben Sie verbockt. Das haben Sie verhindert. Wir könnten in diesem Winter mehr Bioenergie nutzen. Stattdessen haben Sie es erst ignoriert, dann abgelehnt und jetzt verbummelt. Sie haben im Juli dann angekündigt, Sie wollen es doch so machen, wie wir es beantragt haben. Im Juli. Es gibt auch immer noch keinen Kabinettsbeschluss. Immer noch keinen Kabinettsbeschluss. Den wollen Sie jetzt im September machen. Das ist richtig, dass Sie es jetzt machen. Aber es ist zu spät. Es ist verbummelt. Es hätte mehr getan werden müssen. Und es zeigt, es wird eben Klimaschutz und Energiesicherheit nicht zusammengedacht. Und ich will es ganz konkret machen am Klimaschutzgesetz. Auch das war eine Lehre. Es war die Lehre aus dem Jahr 2019, dass die Klimaziele nicht ausreichend verbindlich waren. Wir haben nach langer Diskussion, Umweltpolitiker vieler Fraktionen, wir haben lange dafür gekämpft. Und wir haben es, lieber Matthias Miersch, 2019 erreicht. Und du hast im Deutschen Bundestag gesagt, wir werden es nie wieder einem Minister durchgehen lassen, der es der Klimaziele nicht erreicht. Und das tun Sie jetzt. Sie haben die gesetzliche Verpflichtung. Das ist kein grüner Parteitagsbeschluss. Es ist nicht das Wahlplakat eines selbsternannten Klimakanzlers. Es ist eine gesetzliche Verpflichtung aus dem Klimaschutzgesetz, zum 30. Juni diesen Jahres ein Sofortprogramm vorzulegen zur Schließung der Klimalücke. Sie haben nichts gemacht. Ihre Experten haben die Vorschläge aus dem Verkehrsministerium zerrissen. Die haben denen sogar die Ernsthaftigkeit abgesprochen. Es gibt keinen Vorschlag. Das widerspricht der gesetzlichen Pflicht. Und es hat ja einen Sinn, dass zum 30. Juni gemacht werden sollte, dass nachgesteuert werden kann, dass sofort Maßnahmen auf den Weg gebracht werden können. Und stattdessen wollen Sie das Klimaschutzgesetz, das Ihre Partei als zu lax kritisiert hat, aufweichen. Sie wollen weg davon, dass in Jahresscheiben und Sektoren das vorgelegt werden muss. Das war aber gerade die Lehre. Gegen die verstoßen Sie jetzt. Und deshalb muss man sagen, Sie müssen mehr tun für Energiesicherheit, mehr tun für Entlastung und mehr tun für Klimaschutz. Sie müssen es zusammenbringen. Das ist unsere Erwartung. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Frank Junge. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht zunächst noch mal sagen, Putins verbrecherischer Angriffskrieg auf die Ukraine ist gleichzeitig auch ein von ihm bewusst und von Anfang an kalkulierter Nahrungsmittel- und Energiekrieg gegen Europa und die Welt. Und Frau Wagenknecht, es ist erschütternd, es ist erschütternd, Sie heute hier mit diesen Aussagen zu hören. Sie könnten faktisch drüben Platz nehmen. Das ist unison und genau das Gleiche, was die AfD hier auch verlauten lässt. Die verheerenden Folgen dieser Situation ist hier in voller Breite vorgetragen worden. Und ich denke, und das ist auch noch mal ein Punkt, den man hier ganz klar herausstellen muss, das, was diese Regierungskoalition auch mit diesem Wirtschaftsminister und dem gesamten Haus in den zurückliegenden Monaten auf die Beine gestellt hat. Das ist bemerkenswert. Davon muss man den Hut ziehen. Wir wären mit anderen Wirtschaftsministern untergegangen. Wir haben die Wirtschaft an der Stelle am Laufen gehalten, die Energiesicherheit sichergestellt. Und das ist eine Situation, die kann man nicht so diskreditieren, wie das hier gerade vorgefallen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor genau diesem Hintergrund halte ich es für Hanebüchen und für Gaukelei, wenn Ihre Vorschläge, Herr Merz, aus Ihrer Fraktion darauf abheben, dass Sie den Leuten scheinbar einfache Lösungen sozusagen offerieren, die aber entweder gar nicht umsetzbar sind oder aber am Ende noch viel, viel teurer werden als das, was gegenwärtig zu bewältigen ist. Der Punkt Atomenergie ist ja hier schon angesprochen worden. Und vor dem Hintergrund ist das aus meiner Sicht reiner Populismus, den man hier auch als solchen benennen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Punkt noch. Während Sie mit Ihren scheinbaren Vorschlägen oder gar keinen konstruktiven Beiträgen versuchen, in der Öffentlichkeit zu punkten, mit markigen Worten, hat diese Regierungskoalition drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die nicht nur dazu beitragen, die soziale Sicherheit und auch die Solidarität ein Stück weit zu unterstützen, die auch gerade Unternehmen im kleinen und im mittelständischen Bereich jetzt schon entlasten. Vor dem Hintergrund ist es aber für uns alle eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit diesen Maßnahmen nicht eben aufhören, sondern jetzt schon daran denken, wie geht es weiter. Die Fragen Strommarktdesign angehen, die Frage, wie kriegen wir eine vernünftige Gaspreisbremse hin, sind ja hier schon erwähnt worden. Und genau das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, bevor Sie hier in diesem Bausch und Bogen uns kritisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme noch mal ganz kurz auf den Haushalt selbst des BMWK zu sprechen. Natürlich, und das unterstreiche ich auch ausdrücklich, der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt uns neben der Frage der Krisenbewältigung in eine Situation, wo wir unsere Wirtschaft insgesamt krisenresilienter machen, wo wir dazu beitragen, sie unabhängig von solchen Preisentwicklungen im Energiesektor zu machen wie die, die wir gerade erleben. Und hier gestatte ich mir auch noch mal den Hinweis, dass wir jetzt auch beim Ausbau der Stromnetze das ausmerzen müssen, Stichwort Merz, was Sie im Rahmen Ihrer bisherigen Politik mitverhindert haben. Wenn wir also jetzt schon vernünftige Stromnetze hätten, könnten wir auch ganz anders andere Bundesländer mit Ökostrom versorgen. Das ist ein Versäumnis, wo wir jetzt gerade stehen müssen dafür, aber es auch anpacken werden. Und noch einen Punkt will ich erwähnen. Es geht nämlich darum, dass wir mit diesem Haushalt nicht nur die Energietransformation, die Transformation der Wirtschaft, die Investitionen in Wasserstofftechnologie, in E-Mobilität, in Energie-, Wärme- und Mobilitätswende vornehmen. Es geht ja auch darum, in althergebrachter Form klein- und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Und hier will ich ein Beispiel nennen. Das wurde hier schon ganz kurz erwähnt. Wir investieren damit nämlich auch in die Fragen, wie wir Innovationsförderung, aber auch Forschung und Entwicklung weiter voranbringen können. Und das ist eine Situation, die gerade diesen Unternehmen in Größenordnungen zugutekommt. Und wenn ich hier im Entwurf sehe, dass schon von vornherein 80 Millionen Euro mehr drin stecken, und wir beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand schon auf 700 Millionen Euro Investitionsmöglichkeiten kommen, ist das eine gute Entwicklung, die man gerade für diese Unternehmen hervorheben muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass ich natürlich auch an diesem Haushaltsentwurf Verbesserungsbedarf sehe. Vor allen Dingen dann, wenn es um die Frage geht, die Gemeinschaftsaufgabe, regionale Wirtschaftsstruktur in Angriff zu nehmen. Wenn wir die Frage diskutieren, wie wir schwächere wirtschaftliche Regionen unterstützen können, dann bietet genau diese Kulisse hervorragende Möglichkeiten. Und vor dem Hintergrund ist der Haushaltsansatz für mich völlig unzufriedenstellend. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren regeln. Ich lade Sie alle zu konstruktiver Mitarbeit ein. Vielen Dank. Frank Junge ist für die SPD im Haushaltsausschuss. Und dasselbe gilt die Mitgliedschaft im Haushaltsausschuss jedenfalls für Wolfgang Wiele. Fraktions- und Parteizugehörig ist er der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Bis vor kurzem hieß das Wirtschaftsministerium Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Der zweite Begriff, Energie, musste dem Klimaschutz weichen. Das ist bezeichnend dafür, wie wenig eine sichere Energieversorgung dieser Regierung noch wert ist. Anscheinend hat niemand analysiert, wie verletzlich unser Land, die Bürger und die Wirtschaft sind, bevor man die Sanktionsspirale gegen Russland losgetreten hat. Und anscheinend hat auch niemand analysiert, was der gleichzeitige Ausstieg aus Kohle und Kernkraft für die Stromversorgung bedeutet. Wenn Wind und Sonne nicht liefern, dann hängt das Land nun in fataler Weise von Gaskraftwerken ab. Diese Politik ist ein völliger Fehlschlag. Nur die Regierung will es nicht zugeben. Jetzt reaktivieren Sie, Herr Minister Habeck, sogar Kohlekraftwerke, um den großen Blackout vielleicht noch abzuwenden. Ihre politischen Freunde von Greenpeace sagen heute schon öffentlich, welchen Preis das in der grünen Weltsicht hat. Das zusätzliche CO2 aus der Kohle müsste künftig wieder eingespart werden. Im zusätzlichen Kohlestrom von heute stecken nach dieser Logik also schon die Heizbeschränkungen, die Fahrverbote und die Betriebsschließungen von morgen. Gerade mal eine Milliarde haben Sie zusätzlich zur Stützung energieintensiver Unternehmen. Damit, Herr Minister, werden Sie die Deindustrialisierung Deutschlands nicht verhindern. An die Ursachen müssen wir heran. Im Mittelpunkt der Krise steht die gescheiterte Energiewende. Obwohl die Kernenergie dringend gebraucht wird und noch dazu CO2-neutral ist, halten Sie am Atomausstieg halsstarrig fest. Der Kollege Bannerstark hat das noch einmal bestätigt. Zwei Kraftwerke für ein paar Monate in Bereitschaft zu halten, produziert keine einzige Kilowattstunde und senkt den Strompreis nicht um einen Zehntel Cent. So wird Deutschland mit dieser Regierung zum Gefangenen der Ideologie grüner Minister und der grünen Partei. Die Zukunft dieses Landes, der Bestand zahlloser Unternehmen, Hunderttausende Arbeitsplätze und die Existenz genauso vieler Familien stehen auf dem Spiel. Eine solche Partei, meine Damen und Herren, ist absolut regierungsunfähig. Mit diesen Grünen darf es keine Koalitionen mehr geben. Das sage ich hier nicht nur den Kollegen von SPD und FDP, sondern auch von der Union. Denn fast die Hälfte der Bundesbürger lebt in Ländern mit schwarz-grünen Koalitionen. Eine solche Partei, die ihre Ideologie ohne Rücksicht auf Verluste über die Interessen unseres Landes stellt, gehört abgewählt, und zwar für Jahrzehnte. Wolfgang Wiele aus der AfD-Fraktion. Und hier geht es weiter mit einem der profiliertesten oder kenntnisreichsten Umwelt- und Klimaschutzpolitiker aus den Reihen der FDP-Fraktion. Lukas Köhler, inzwischen auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Meine sehr verehrte Präsidentin, meine lieben Damen und Herren, keine Sorge, wir bleiben oben. Die Menschen haben Sorgen. Die Menschen haben Sorgen in diesem Land. Die Unternehmen haben Sorgen. Und für viele ist diese Situation dramatisch. Und wir stellen uns hier hin. Und ehrlicherweise, was wir in dieser Debatte bisher geführt haben, überrascht mich doch sehr. Wir streiten uns darüber, wer Verantwortung für irgendwas übernimmt. Und wir streiten uns darüber, wer Verantwortung übernehmen soll. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, es ist absolut richtig und es ist wichtig, dass wir eine starke Opposition brauchen. Die Stärke sollte aber nicht in rhetorisch geschwungenen, geschliffenen Worten über Robert Habeck kommen, sondern in der Sache. Die Vorschläge müssen da sein. Und wir müssen darüber diskutieren und debattieren, was wir verändern wollen, um dieses Land nach vorne zu bringen. Die Leute wollen Streit in der Sache. Und wir als regierungstragende Fraktionen, wir liefern eine Menge an Dingen, die dafür sorgen werden, dass es den Menschen in Deutschland und den Unternehmen in Deutschland besser gehen wird. Und das ist richtig so. Es ist richtig so, dass wir darüber diskutieren, wie wir es hinbekommen und dass wir das geschafft haben, die Gasspeicher zu füllen, meine Damen und Herren. Es war ein Kraftakt. Und es ist ein Kraftakt, dass wir bei 87 Prozent sind. Und es sichert in Deutschland weiter die Produktion und das Heizen ab. Und es ist richtig, dass wir in mittlerweile drei Entlastungspaketen den Menschen da helfen, wo es schwer für sie ist. Den Menschen, die wenig Geld haben. Die Menschen, die wenig Möglichkeiten haben, die hohen Kosten noch zu tragen. Dass wir die entlasten, ist völlig richtig. Und das setzen wir als Regierung konsequent um. Und ich finde, darüber können wir uns unterhalten. Da können Sie sagen, das sind gute oder schlechte Ideen. Wir können auch darüber streiten, was für eine Art von Wirtschaftspolitik wir jetzt brauchen. Und ich glaube, in einer Inflation ist es absolut klar, dass wir eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass Produktivität gesteigert wird. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass es einen nach der Krise geben wird. Und das bedeutet, dass dann die Wirtschaft auch wieder wachsen muss, dass dann gute Jobs geschaffen werden müssen, dass es dann weitergehen muss und weiter aufwärts gehen muss mit diesem Land. Und das bedeutet, dass wir jetzt in den notwendigen Bürokratieabbau investieren müssen. Dass wir jetzt als Regierung dafür sorgen müssen, dass Dinge einfacher werden. Und das machen wir. Das machen wir täglich. Das machen wir, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen bei den Solaranlagen einfacher ihr Geld verdienen können. Dass sie nicht mehr so viele Hürden haben. Das machen wir, wenn wir über den ganzen Bürokratieabbau in den Planungsprozessen sprechen. Das machen wir mit einem LNG-Beschleunigungsgesetz, das in einer Zeit vorgelegt wurde, die unvergleichlich ist. Und die dafür sorgt, dass wir in enormster Geschwindigkeit Dinge ans Netz bringen. Und das machen wir auch, wenn wir darüber diskutieren und streiten, wie wir in Zukunft unsere Energieversorgung ausrichten. Und dazu brauchen wir die erneuerbaren Energien. Und zwar in riesigem Maß. Aber wir brauchen auch, über den Winter und über den Winter zu kommen, jede einzelne Produktionskapazität, die wir haben. Und deswegen sind wir im Moment noch in der Diskussion darüber, wie das mit der Atomenergie weitergeht. Wir sind der Meinung, dass wir auch die drei im Weiterbetrieb brauchen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Claudia Müller. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Dietmar Bartsch! Ich muss doch einmal ganz kurz meine Enttäuschung ausdrücken, dass du die einzige Redezeit eurer Fraktion hergegeben hast für eine Täter-Opfer-Umkehr, für populistische und falsche Argumente und nicht für Lösungen, sondern für das Wortreden eines Kriegsverbrechers. Ganz ehrlich, das ist auch eurer Fraktion nicht würdig. Wir sehen, an der Transformation der Wirtschaft und unserer Energieversorgung führt kein Weg vorbei. Das gilt an Land wie auf See. Resilienz unserer Versorgungssysteme geht nur mit einer starken, klimaneutralen Schifffahrt und mit zukunftsfähigen Häfen, wie zum Beispiel in meiner Heimatstadt Rostock. Und deswegen bin ich Robert Habeck und seinem Haus sehr dankbar, dass im Maritimbereich trotz der schwierigen Haushaltslage vieles vorangebracht wird. Aktuell findet in Hamburg die weltgrößte Messe der maritimen Industrie statt, die SMM. Die Fragen, die dort diskutiert werden, sind die grundsätzlichen Wirtschaftsfragen, die wir uns alle stellen. Energie, Transformation, Sicherheit von Lieferketten, Resilienz. Und die maritime Welt spielt eine entscheidende Rolle bei unserer Versorgungssicherheit, denn wir im- und exportieren in erster Linie per Schiff. Frau Müller, Entschuldigung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Und für die jetzt anstehenden Fragen der kurzfristigen Energiesicherheit spielt ebenfalls die Schifffahrt eine entscheidende Rolle. Stichwort LNG, FSI Use. Und auch lang- und mittelfristig für den Import von Wasserstoff und entsprechenden Derivaten ist die Schifffahrt und die Häfen entscheidend. Und dabei werden wir jetzt nicht vergessen, wer jetzt für andere Verantwortung übernimmt. Wie zum Beispiel Rostock und Schwedt es angesprochen wird, wurden für die Rohölversorgung, für die Raffinerie in Schwedt. Das wird später bei Investitionen beim Thema Wasserstoff berücksichtigt werden. Und zweitens, natürlich auch beim Thema Offshore-Energie, spielt der maritime Bereich eine entscheidende Rolle. Denn es sind eben nicht nur die Windkraftanlagen, es sind Konverterstationen, es ist die Kabelverlegung, es sind die Jack-up-Schiffe und natürlich auch hinterher der Service, der für die Sicherheit sorgt. Wir sehen, Energiepolitik und Wirtschaft- und Industriepolitik sind eng miteinander verzahnt. Und im maritimen Bereich fallen die Fragen der Energieproduktion, Imm- und Exportstrukturen und die Nutzung zusammen. Deshalb ist die Unterstützung für Projekte wie dem klimaneutralen Schiff, der Maritiminnovationsprogramm und der Innovationshilfenwerft sowie der Forschung im Bereich der Entwicklung maritimer Energiesysteme so wichtig. Und deshalb ist die maritime Infrastruktur systemrelevant. Wir werden hier unsere Unterstützung weiterhin stärken, stark halten. Und das tun wir mit diesem Haushalt. Claudia Müller ist eine der Koordinatorinnen für bestimmte Aufgabenbereiche durch der Bundesregierung, in diesem Fall für maritime Wirtschaft. Und in dieser Rolle hat sie hier natürlich auch gesprochen in der Debatte über den Etat des Bundeswirtschaftsministers. Jetzt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion CDU-CSU, Julia Klöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Wirtschaftsminister Habeck, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines vorab. Ich war mehr als irritiert. Jetzt beziehe ich mich nicht auf irgendeine Sendung, sondern auf Ihren Auftritt hier, Herr Bundeswirtschaftsminister. Sie haben ein merkwürdiges Demokratieverständnis, dass die Opposition Sie nicht beim Regieren irgendwie stören soll. Ich kann Ihnen sagen, es ist gut, dass wir Sie mal beim Denken gestört haben, denn Sie hatten vergessen, dass die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zum Beispiel noch draufkommt. Und wenn wir uns noch mal anschauen, Sie holen Zahlen raus, werfen der Union vor, wir hätten jahrelang den Ausbau der erneuerbaren Energien speziell in Bayern blockiert. Also wenn wir uns mal die Tabellen richtig anschauen, Herr Kretschmann, Grün aus Baden-Württemberg, hat jahrelang den Tabellenkeller angeführt beim Windkraftausbau. Auch das gehört am Ende dazu, wenn man ordentlich miteinander umgehen will. Ich verstehe, dass Sie unter Druck sind. Und ich finde auch, dass man auch Verständnis haben muss, dass eine Regierung, die im Krisenmodus ist, auch Fehler macht. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass hier geholzt wird gegen eine Opposition, die mit ganz konkreten Vorschlägen hier in die Diskussion geht und sich von ganz rechts und ganz links abgrenzt, weil wir wissen, was es heißt, für dieses Land auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann komme ich zur Wirtschaft. Und Sie haben heute in Ihrer Rede die Wirtschaft, die Mittelständler, die Industrie, die Lage, wie sie ist, noch nicht mal annähernd mit einer Empathie versehen, dass man sich hoffen kann, dass sie wirklich in ganz konkretes Arbeiten kommen, um es konkret zu machen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hat es beziffert. Wir haben eine Insolvenzzahl oder Steigerung. Wir haben 26 Prozent mehr Insolvenzen im Vergleich zu 2021. Im Herbst wird es ansteigen. Ich muss die Namen nicht alle nennen. Das sind aber alles Arbeitsplätze. Das sind Steuereinnahmen. Das ist Wirtschaftsstandort Deutschland. Und am Ende ist Ihre Antwort einfach nur das dritte Entlastungspaket. Und dann gehen wir doch mal rein in dieses sogenannte Entlastungspaket. Da ist für die Wirtschaft überhaupt nichts drin. Die Wirtschaft, ich habe manchmal den Eindruck, die Deindustrialisierung kommt den Grünen gerade recht, damit sie ihre CO2-Klimaziele erreichen. Aber wirtschaftlicher Wachstum, Wohlstand sind doch kein Selbstläufer. Denken Sie doch mal an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dieses Land zusammen mit ihren Mitarbeitern am Laufen halten. Und dann gehen wir doch mal rein in Ihr Programm. Da sagen Sie, Sie wollen ein Programm für energieintensive Unternehmen auflegen, die Steigerung Ihrer Energiekosten nicht weitergeben können. Jetzt sagen Sie, gibt es schon. Moment mal, Sie haben im Entlastungspaket geschrieben, Sie wollen eins auflegen. Wir schauen uns das Ganze an, hören aus dem Ministerium, es muss nachgebessert werden. Und wir alle wissen, bisher hat dieses Programm gar nichts gebracht bei Ihnen. Frau Klöckner, Entschuldigung, ich wollte den Redefluss nicht unterbrechen. Ich habe die Zeit angehalten. Gestatten Sie eine Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von Herrn Banatschak? Frage oder Zwischenbemerkung? Herr Kollege, hat hier gesagt, wenn er seine Sachen nicht untergekriegt hat, falsch verstanden worden ist, wie das öfter bei Grünen ja ist. Dann denke ich, ist seine Zeit gewesen. Zweiter Punkt. Das Energiekostendämpfungsprogramm soll für weitere Unternehmen geöffnet werden, die nicht auf der Kübelliste stehen. Ja, wann kommen denn diese Anpassungen? Und für wen? Was sagt die Europäische Kommission? Das sind alles Ankündigungen. Und dann sagen Sie noch, Unternehmen sollen bei Investitionen in Effizienz- und Substitutionsmaßnahmen unterstützt werden. Ja, und was heißt das? Also Sie alle sagen, auch von der FDP, wir sind noch in der Diskussion. Soll ich Ihnen was sagen? Während Sie in der Diskussion sind, gehen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern die Lichter aus und Menschen verlieren ihre Arbeit. Wir haben doch keine Zeit, hier ständig noch in Diskussion zu sein. Und deshalb bin ich mehr als erstaunt über diesen Haushalt, den Sie vorlegen. Sie kürzen die Mittel für digitale Technologien, die Mittel für innovative Unternehmensgründungen. Sie kürzen die Mittel für berufliche Bildung und Mittelstand, Fortbildungseinrichtungen. Ich kann nur sagen, wir brauchen einen Wirtschaftsminister und keinen Insolvenzverwalter in dieser Bundesregierung. Julia Klöckner aus der CDU-CSU-Fraktion, wo sie wirtschaftspolitische Sprecherin ist und wirtschaftspolitischer Sprecher ist auch Bernd Westphal. Allerdings kommt er aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in einer sehr schwierigen Situation ohne Frage und alle beschäftigt das sehr, nicht nur hier uns im Bundestag, sondern auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Menschen in unserem Land. Aber ich sage Ihnen, diese Reden, die wir hier heute von ganz links und ganz rechts in diesem Haus gehört haben, die Angst schüren, da will ich nur sagen, Angst muss in diesem Land keiner haben. Diese Politik sorgt dafür, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Entlastung. Wir nehmen das ernst, was hier diese Situation vorträgt. Diese Ampelregierung, noch nicht ein Jahr im Amt, hat mit wahrlich schweren Themen zu tun. Deshalb muss man das honorieren, was hier auf den Weg gebracht worden ist, das dritte Entlastungspaket, was neben Kaufkraftsicherung und sozialem Ausgleich auch Perspektiven schafft. Deshalb hat der Wirtschaftsminister zu Recht heute Morgen angekündigt, dass wir die Programme erweitern und öffnen werden, dass Mittelstand und Industrie auch davon profitieren. Ich sage, Herr Minister, wir müssen auch an die preissetzenden Mechanismen dran, so wie Gas- und Strompreise entstehen auf dem Markt. Können wir nicht weiter zugucken, das können wir nicht kompensieren. Deshalb ist es gut, wenn Sie morgen im Ministerrat in Brüssel darüber sprechen, mit unseren europäischen Freunden, denn wir sind in einem europäischen Binnenmarkt, und wir können es national nicht alleine. Vielleicht nehmen Sie als Idee noch mit, einen europäischen Industriepreis zu verankern. Das wäre wirklich ein Fortschritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reden von Frau Klöckner und gestern von Herrn Merz sind wirklich Weltmeister im Problembeschreiben. Diese Ampelkoalition ist aber dabei, dieses Land zu reagieren und Probleme zu lösen, und nicht nur zu beschreiben. Deshalb werden wir in diesem Bundeshaushalt, um den geht es ja hier in dieser Debatte, gestern habe ich nur Zitate gehört und irgendwelche Zeitungsartikel, die hier vorgelesen wurden, keine vernünftigen Konzepte, wie man diesen Wirtschaftsstandort in die Zukunft entwickelt. Das werden wir in der Ampelkoalition machen. Wir haben hier eine Situation, dass wir mit Unternehmen mit einer Transformation befindlich zu tun haben, die das Angebot erneuerbarer Energien brauchen, um eine Perspektive zu haben. Das ist bei der Stahlindustrie, das ist bei der Chemie, bei der Produktion von Aluminium oder Kupfer der Fall und in vielen anderen Bereichen. Ich habe gestern erst im Harz mit einem metallerzeugenden Betrieb gesprochen, der heute mit Kokskohle und Strom die Stahlschmelze organisiert. Der ist darauf angewiesen, erneuerbare Energien zu haben. Weil die Leitungsstruktur dort nicht vorhanden ist, bemüht er sich jetzt, mit Freiflächen- Photovoltaikanlagen die Energieversorgung zu organisieren, mit Wasserstoff auch die schwankende Erzeugung. Das sind Unternehmen, die zuversichtlich anpacken und die Zukunft organisieren, um Arbeits- und Ausbildungsplätze und Wertschöpfung zu erhalten. Das ist das, was wir politisch unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben mit dem Bundeshaushalt fast ein Drittel die Investitionen erhöht. Das zeigt doch schon, dass diese Bundesregierung dabei ist, Mittel zu organisieren, die eben genau Unternehmen bei den Investitionen unterstützen, flankieren. Wir haben sehr erfolgreiche Programme mit dem ZIM, was gerade abhebt auf den Mittelstand. Wir haben mit der GRW, wie eben schon Frank Jung darauf hingewiesen ist, ein Instrument, wo wir Regionen, die wirtschaftlich zurück sind, helfen, auch Anschluss zu halten. Und wir haben weitere Potenziale, die wir nicht aus den Augen verlieren müssen. Und deshalb sind in den Berichterstattergesprächen der Haushälter vielleicht noch die Punkte auch aufzunehmen, mit dem IPSAI, die sehr erfolgreich in den Bereichen Zukunftstechnologien wie Wasserstoff etabliert sind, auch die Frage der Gesundheitswirtschaft mit aufzunehmen. IPSAI Health ist etwas, was wir sehr erfolgreich haben und weiterentwickeln können. Und sicherlich auch die Luft- und Raumfahrt ist ein Bereich, der uns hilft, die Zukunft zu gestalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD ist sehr nah an den Unternehmen und der Entwicklung. Sie können sich sicher sein, dass wir mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften, mit Unternehmen, mit Management sprechen. Und deshalb werden die nächsten Wochen entscheidend sein. Und diese Entlastungspakete, die auf den Weg gebracht worden sind, haben ja auch noch Optionen, Anschlussprogramme zu finanzieren. Und ich bin zuversichtlich, dass diese Bundesregierung, die über ihren Koalitionsvertrag mehr Innovationswagen geschrieben hat, genau diese Politik verankert. Und deshalb bin ich zuversichtlich, auch den Menschen gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zukunft mit positiven Politik zu begleiten. Vielen Dank. Bernd Westphal aus der SPD-Fraktion, da ist er wirtschaftspolitischer Sprecher. Es folgt Carsten Hilse aus der AfD-Fraktion, Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, der Haushaltsentwurf zeigt sehr deutlich, dass sich die dümmste Energiepolitik der Welt nicht nur auf fatale Weise in den Geldbörsen der Menschen und in den Balanzen der Unternehmer widerspiegelt, sondern auch im Haushalt der durch die grünen Kommunisten angeführten Bundesregierung. Statt in dieser fundamentalen und seit dem Zweiten Weltkrieg schlimmsten Wirtschaftskrise alle Mittel einzusetzen, um diese zu bewältigen, wird das Geld der Steuerzahler zum Fenster hinausgeworfen. Milliarden werden für grün-kommunistische Luftschlösser ausgegeben. Die Mitstreit am Geist der NGOs und klebstoffsüchtige Arbeitsschöhe-Elemente alimentiert und die Vernichtung der wertschöpfenden Industrie in Deutschland vorangetrieben. Viele Mittelstände gehen jetzt reihenweise aufgrund der explodierenden Energiepreise pleite. Sie bekommen nach den sinnlosen Lockdown-Maßnahmen nun den Rest, dank der schon von vergangenen Regierung praktizierten und nun eskalierten Energieverknappungspolitik. Als Gegenrezept empfiehlt Wirtschaftszerstörer Robert Habeck allen Ernstes, die Unternehmen sollten doch einfach aufhören zu produzieren, aufhören zu verkaufen. Dann müssten sie nicht in die Insolvenz gehen. Dümmer geht immer. Ihre Aufgabe ist es zuallererst, Schaden vom deutschen Volk abzufinden und seinen Wohlstand zu mehren. Sie tun das genaue Gegenteil. Sie verknappen in böswilliger Absicht bezahlbare Energie, wodurch die schon vorher höchsten Energiepreise der Welt nun durch die Decke gehen. Das Abbrechen der Gasversorgung durch Russland als Antwort auf Sanktionen, Vertrags- und Wortbruch wirkt dabei nur als Brandbeschleuniger. Denn Sie, Sie allein, zusammen mit Ihren willfährigen Vorgängerregierungen, haben diesen Brand gelegt und die Lunte schon vor vielen Jahren gezündet. Klimaschutz und Energiewende nennen Sie es in Wahrheit wahr und ist es ein Programm zur Zerstörung unserer Wirtschaft und Verelendung des deutschen Volkes. Die AfD hat diesen Irrweg von Anfang an als rein ideologisch begründet benannt. Es gibt daher nur eine Richtung, Kohleverstromung, Förderung deutschen Schiefergases, laut Bundesbehörde 2,5 Billionen Kubikmeter und natürlich Nutzung der Kernenergie. Lassen Sie die sichersten Kernkraftwerke der Welt weiterlaufen, fahren Sie die stillgelegten Kraftwerke wieder hoch, die die technischen und Sicherheitsbedingungen erfüllen. CDU und FDP fordern allen Orten, auch hier im Parlament, den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Unsere Fraktion ist allerdings die Einzige, die ein entsprechendes Gesetz eingebracht hat. Sie können gemeinsam mit uns dieses Gesetz beschließen. Tun Sie es nicht, würden Sie, und das muss ich leider sagen, auch wenn ich einige Ihrer Kollegen schätze, sind Sie nur erbärmliche Heucher, die zwar große Töne spucken, aber im entscheidenden Moment den Schwanz einziehen. Die Menschen, die für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung auf der Straße sind, beweisen, dass man trotz unterschiedlicher politischer Grundüberzeugung gemeinsam etwas erreichen kann. Das Kippen der allgemeinen Impfpflicht hat jedem Menschen gezeigt, es macht Sinn, für seine Rechte zu demonstrieren. Ich hoffe, dass sich in diesem Herbst viele Menschen ihrer Macht bewusst werden und sie die Deutschlandzerstörer hier auf der Regierungsbank in die Schranken weisen. Vielen Dank. Ich muss einen kurz durchatmen, aber wir haben uns vereinbart, uns nicht mit irgendwelchen Titeln zu belegen, und erbärmliche Heuchler sollten wir uns hier im Hause nicht gegenseitig nennen. Ich bitte Sie in Zukunft, auf Ihre Wortwahl zu achten, Herr Helge. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Reinhard Huben. Und Reinhard Huben ist wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Niveau der Debatte ist zum Teil schon schwerlich zu ertragen. Aber Frau Klöckner, dass Sie hier antreten und sich über Holzen in der Debatte beschweren, dann aber keine Zwischenfrage zulassen und dieser Regierung zu unterstellen, wir würden systematisch für die Deindustrialisierung dieses Landes sorgen zu wollen, das ist AfD-Niveau, Frau Klöckner. Lieber Herr Spahn, 16 Jahre ist ja für die FDP nicht das Thema. Aber die Bundesregierung für die Bekämpfung der Krise in den letzten sechs Monaten zu kritisieren, ist im Vergleich zur Professionalität der Probleme zu Corona-Zeiten auch ein bisschen schräg. Denn die Maßnahmen, die während der Corona-Maßnahmen getroffen wurden, haben dem Mittelstand bisher zumindest mehr geschadet, als alle Unternehmungen dieser Bundesregierung, die Energiekrise zu bekämpfen. Und es ist uns vorgeworfen worden, ja, ihr habt ja noch gar nichts gemacht. Also, ja, die hören zu, die hören zu, deswegen kommen Sie nicht zum Klatschen. Sie haben uns vorgeworfen, wir hätten ja noch gar nichts gemacht. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch nur wirklich Irrsinn. Wir bauen LNG-Terminals. Als Zwischenlösung kommen die FAUs. Wir kaufen womöglich Gas ein. Wir schieben an die Kohlenstromversorgung. Das machen wir doch alles. Kohle wird eingekauft. Es ist doch nicht so, dass man ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk einfach an- und ausschaltet. Sie müssen ja Beschaffungswege, Sie müssen doch Beschaffungswege ermöglichen. Das ist doch möglich. Es tut mir leid. Also Fragen aus der AfD nehme ich nicht. Wollte ich gerade fragen, Herr Hofer. Ja, hat sich schon erledigt. Gut. Und deswegen, die Beschaffungswege sind eröffnet. Aber, wissen Sie, die Kohle kommt doch nicht mit dem Flugzeug. Die muss ja erst mal über eine Logistik auch herangebracht werden. Und deswegen finde ich diese Vorwürfe, die Sie hier machen, wirklich an der Realität vorbei. Und seien Sie gewiss, wir haben am Sonntag die Fragen der Entlastung debattiert. Heute ist Donnerstag. Morgen wird es unter Umständen auf europäischer Ebene eine Lösung geben. Also noch nicht mal eine Woche. Und das als langsam zu bezeichnen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Eine letzte Bemerkung. Preisbildung am Energiemarkt. Ich will es mal unideologisch einführen. Wenn die OPEC beschließt, im nächsten Monat die Ölförderung zu steigern, dann sinkt am nächsten Tag der Ölweltmarktpreis. Und so ist es eben auch beim Strom. Und deswegen ist die FDP der festen Überzeugung, dass wir in dieser Notlage die drei AKWs, die uns zur Verfügung stehen, noch einmal mit Brennstäben ausstatten und sie über anderthalb bis drei Jahre entsprechend der Not dann auch betreiben. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat jetzt das Wort zu einer Kurzintervention aus der AfD-Fraktion Rainer Kraft. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Huben, ich komme nicht umhin. Ganz kurz noch. Sie haben die Frau Glöckner kritisiert, dass sie keine Zwischenfrage zugelassen hat. Sie haben es dann selber gemacht. Nur eine Brandbemerkung. Wenn Sie Kernkraft gut finden, wunderbar. In zwei Wochen gibt es einen Gesetzentwurf-Antrag meiner Fraktion dazu. Der ist sehr simpel gehalten. Dem kann man zustimmen. Dann passiert genau das, was Sie möchten. Aber die eigentliche Frage ist, Sie haben sehr viel vom LNG gesprochen, den FSRUs. Und deswegen die konkrete Frage als Sie, als regierungstragende Koalition, wie viele unterschriebene Kontrakte für wie viele Milliarden Normkubikmeter LNG-Gas liegen denn derzeit vor? Wie viel ist bereits gekauft? Denn erst dann kann das Gas bei den Verbrauchern ankommen. Herr Huben, Sie dürfen antworten. Also, Herr Kraft, ich lasse eigentlich immer Fragen zu. Ich bin jetzt fünf Jahre in diesem Hause. Aber in den fünf Jahren hat sich Ihre Fraktion einfach derartig aus der Debatte herausgebrüllt und gepöbelt, dass ich das nicht machen möchte. Und das bitte ich als persönliche Entscheidung zu akzeptieren. Sie fragen nach den konkreten Zahlen. Weiß ich nicht. Nein, ich werde auch nicht schätzen. Wir sind doch hier nicht bei einer Quizveranstaltung. Das Wirtschaftsministerium arbeitet an den Zahlen. Machen Sie eine kleine Anfrage an den Wirtschaftsminister. Wird Ihre Frage schon beantworten. Danke. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lisa Badum. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn die Beiträge aus der Union heute so gehört hat, dann muss ich einfach nur sagen, ich bin wirklich froh, dass Sie nicht mehr in der Regierung sind. Denn das Ausmaß der Realitätsverweigerung, mit dem Sie hier antreten, werden Sie nicht fähig, Entscheidungen zu treffen. Und das ist genau das, was wir tun. Entscheidungen treffen auf der Basis von Fakten. Und was die Atomenergie betrifft, sind die klar. So gut wie kein Beitrag zur Gaseinsparung, so gut wie kein Beitrag zur Senkung des Strompreises und ein geringer Beitrag in einem extremen Notfall zur Sicherung der Netzstabilität. Das ist die Wahrheit. Und da können Herr Söder und Herr Merz noch so oft vor Isar 2 posieren. Davor wird sich nichts ändern. Und jetzt kommen wir zum Klimaschutz, Herr Jung, den die Union jetzt in dieser Legislatur für sich entdeckt hat. Ich begrüße das. Und Sie haben natürlich recht, der Verkehrsbereich muss mehr liefern. Und deswegen haben wir 1,5 Milliarden mehr für die Schiene eingestellt. Aber klar ist, es muss mehr kommen. Und dann schlage ich einfach vor, dass die unionsregierten Länder heute schon mal die Straßenbauprojekte, die nicht benötigt werden, an den Verkehrsminister schicken. Das ist sicher eine gute Hilfestellung. So ein Lötzicht. Es ist so. Jetzt kommen wir aber zum Balken, zum Klimaschutzbalken in Ihrem eigenen Auge. Ein kongeniales Duo von Herrn Altmaier und ich weiß nicht, wer damals bayerischer Ministerpräsident war, haben ja die bayerische Windkraftverweigerung gestützt. Und Herr Dobrindt, es wundert mich nicht, dass Sie sich heute nicht ans Redepult trauen, weil als Fränkin und als Bayerin muss ich sagen, diese Wehleidigkeit, dieses Jammern, wie Sie nur mit dem Finger nach Berlin zeigen, das geht mir so auf den Geist. Übernehmen Sie endlich Verantwortung für das Land. Bayern ist Bürgerenergieland, Bioenergieland. Bayern kann Windenergieland werden. Und wenn wir es hier schaffen, zehn Gesetze zu Energie und Klima im Bundestag zu verabschieden, dann werden Sie es wohl hinbekommen, ein Energiewendegesetz zu verabschieden. Und das ist die Abschaffung der 10-H-Regel in Bayern. Und zwar zackig. Das erwarten wir. Lisa Badum aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo sie Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie ist bemängelt. Klimaschutzmaßnahmen in Bayern. Nächster Redner ist hier Hans-Jörg Durz aus der Unionsfraktion, Obmann im Wirtschaftsausschuss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für Politik gibt es viele Definitionen, doch eine gilt ganz besonders in Krisenzeiten. Und die lautet, Politik ist die Kunst des Möglichen. Wenn man diese Definition anwendet, habe ich große Zweifel, ob die Ampel in dieser Krise wirklich Politik gestaltet. Denn sie weigert sich, in einer der größten Krisen dieses Landes alles zu tun, was möglich ist. Und die völlig vermolkste Gasumlage, die auch noch die Inflation anheizt, hat gezeigt, wie weit es mit der Regierungskunst her ist. Ob nun als Zufallsgewinnabschöpfung oder ein neues Strommarktdesign, die von Ihnen angekündigten Ideen brauchen nicht nur Zeit, sondern lösen nicht die Ursachen des Preisanstiegs auf den Energiemärkten, sondern dämpfen allenfalls die Folgen. Denn die größte Energiekrise seit Jahrzehnten ist vor allem eines, ein Angebotsschock. Und wie reagiert man zuallererst auf einen Angebotsschock? Man muss dann das Angebot ausweiten und alle möglichen Kapazitäten ohne ideologische Scheuklappen ans Netz bringen. Und es gilt eben auch für Biomasse. Und es gilt eben auch für den befristeten Weiterbetrieb von Atomkraft. Und wenn Sie uns das schon nicht glauben, dann können Sie zumindest auf die FDP hören, die das ja auch einfordert. Und die Wirtschaftsweisen, die übrigens Folgendes auch gesagt haben. Die Atomkraftwerke als Notreserve einzusetzen, mal abgesehen davon, ob das technisch überhaupt möglich ist, steht ja auch noch in der Diskussion. Aber sie als Notreserve einzusetzen, hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm als die schlechteste aller Möglichkeiten bezeichnet, weil man nämlich weiterhin die Kosten hat, aber kein Strom produziert wird, der eine positive Wirkung auf den Strompreis hätte. Und unsere Betriebe und Handwerker brauchen dringend, und zwar schnellstmöglich niedrigere Strompreise. Ja gut, dann hören Sie halt auf die Wissenschaft und die FDP, die sehr wohl alle der Meinung sind, dass es sehr wohl Wirkung auf den Strompreis hat. Denn der Bäcker wird sein Brot nicht erst dann nicht mehr backen können, wenn er gar keine Energie mehr hat, sondern dann, wenn er zum Beispiel aufgrund der Knappheit die extrem hohen Preise nicht mehr bezahlen kann oder wenn er die Preise nicht mehr weitergeben kann an seinen Kunden. Und der einzige Ausweg ist dann, die Produktion zu stoppen und Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Ein Vertreter meiner Handwerkskammer hat mir in diesen Tagen gesagt, im Handwerk stirbt man still. Ihre Aufgabe als Wirtschaftsminister ist es deshalb, das Angebot an Energie auszuweiten, allein schon um den immensen Preissteigerungen entgegenzuwirken. Denn einer der einfachsten volkswirtschaftlichen Lehrsätze lautet Angebot hoch, dann sinkt der Preis. Und da hilft jede zusätzliche Kilowattstunde. Darüber hinaus sind Unterstützungsmaßnahmen mit Sicherheit auch notwendig. Energiekostendämpfungsprogramm ist im Grundsatz richtig, nur wirkt es nicht. Und wirkt es vor allem nicht für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie haben angekündigt, dass Sie dort jetzt mit einem Rettungsschirm agieren wollen. Allerdings hätten Sie über Monate Zeit gehabt, den auch vorzubereiten. Das heißt, es wird jetzt endlich Zeit, dass dieser auch umgesetzt wird. Sie müssen handeln, auch beim Strom, insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Und um einem Angebotsschock zu begegnen, braucht es in einer sozialen Marktwirtschaft dringend auch Innovation und Leistung. Der Haushaltsentwurf zeigt in innovativen Bereichen auch Kürzungen. Darüber müssen wir in den Haushaltsberatungen reden. Das kann nicht sein. Im Gegensatz dazu übrigens ist der Haushaltsposten Öffentlichkeitsarbeit des BMWK deutlich angestiegen. Bedienen Sie sich nicht allein der Kunst des Redens, sondern vor allem der Kunst des Möglichen. Vielen Dank. Hans-Jörg Durz aus der CSU-Landesgruppe Obmann im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, der den Einzelplan 09 des Haushalts 2023 diskutiert, beziehungsweise den ersten Entwurf für das Haushaltsgesetz 2023. Und in dieser Debatte ist jetzt die drittletzte Rednerin dran, Nina Scheer aus der SPD-Fraktion, Sprecherin für Klimaschutz und Energie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit ein paar Fakten aus dem Haushalt, die ganz klar eines erkennen lassen, auch wenn natürlich über das letzte Wochenende noch mal weitere Haushaltstitel angeklungen sind, die dann noch im Weiteren aufzugreifen sein werden. Wir haben einen kräftigen Aufwuchs gegenüber dem letzten Jahr, und wir haben im zentralen Bereich, auch den internationalen Klimaschutzbereichen, einen Zuwachs. Wir haben Investitionsanreize mit Zusatz, das ZIM ist mit Zuwachs versehen. Allerdings haben wir auch tatsächlich noch ein bisschen Klärungsbedarf, wie das eben ist, auch für ein ordentliches parlamentarisches Verfahren gehört das dazu, auch bei der neuen Mobilität, bei den GRW-Mitteln und auch noch bei Auslandsinvestitionen, um nur einige Sachen zu nennen. Ich möchte aber auch erwähnen, dass wir mit dem KTF, also dem Klimatransformationsfonds, über den Zeitraum von 2023 bis 2026, und das fällt dann leicht hinten runter, wenn man immer nur in Jahreshäppchen rechnet, dass wir da 177,5 Milliarden Euro investieren wollen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, die unmittelbar anknüpft an das, was sich im Übrigen in der Gesetzesmaterie tut. Und da haben wir schon eine ganze Menge im ersten Halbjahr auf den Weg gebracht, selbst wenn wir viele Notfallgesetze machen mussten. Mit dem USP-Paket sind auch mit einer großen EEG-Novelle viele Hemmnisse abgebaut worden, für erneuerbare Energie, viele Hemmnisse abgebaut worden. Und weitere Hemmnisabbauten werden auch noch kommen mit den nächsten Paketen. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir hier enorm viel aufzuräumen haben. Wir haben es ja auch schon in der Großen Koalition erlebt, wie mühselig es war, Fortschritte für erneuerbare Energien reinzuverhandeln, auszuverhandeln, die Gegenwehr zurückzudrängen, die leider in den reinen CDU-CSU über Jahre vorhanden waren. Das war ein mühseliges Geschäft. Und häufig sind darüber Kompromisse entstanden, die wenigstens ein bisschen Mehrwert für die Erneuerbaren bedeuteten, aber häufig auch Komplexität geschaffen haben. Und das jetzt alles so zurückzudrehen, dass wir tatsächlich diesen Booster für die Erneuerbaren hinkriegen, den wir brauchen, das ist wirklich auch kein einfaches Unterfangen. Und in diesem Sinne haben wir schon eine ganze Menge geleistet. Man muss dazu sagen, wenn wir jetzt im Moment darauf schauen, wie kriegt man die Versorgungssicherheit gewährleistet, dann haben wir natürlich einmal die finanzielle Fähigkeit einer Gesellschaft, die es zu stärken gilt. Da haben wir jetzt mit der Vereinbarung über das dritte Entlastungspaket schon einen weiteren dicken Meilenstein gesetzt, den es in die Umsetzung zu überführen gilt. Wir haben aber natürlich auch die weitere Fähigkeit, aus der Gesellschaft heraus mit den Unternehmen, aus den Unternehmen heraus mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch sich weiter aus der Führe herausführen zu können. Deswegen muss das miteinander verzahnt werden, einmal zielgenau und möglichst wirklich zielgenau auch dort, wo der Schuhe am meisten drückt, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den privaten Haushalten, anzusetzen mit Hilfen. Aber zeitgleich eben auch die Weichen immer weiter ein Stückchen weiter zu öffnen in Richtung Transformation, in Richtung erneuerbare Energien. Und hier möchte ich auch betonen, klar, wir haben eine Menge erneuerbaren Energien Ausbaubedarf. Das ist ohnehin auf unserem Zettel, auf unserer Haben-Seite bei vielen Gesetzesänderungen, die wir schon gemacht haben. Aber wir können auch, wenn wir jetzt akut uns überlegen, wie können wir noch mehr Energie reinbringen in den Markt, dann haben wir auch noch eine ganze Menge schon installierte erneuerbare Energien, die noch weiter ausgelastet werden können. Wir haben zum Beispiel Nachtabsenkungen für Windkraftanlagen. Die sind lärmbedingt durchaus in gewissem Rahmen sinnvoll. Aber jetzt in der Krisenzeit kann man sehr wohl überlegen. Lasst uns da ran. Wir können diese Potenziale brauchen. Sie sind installiert. Das Gleiche bei Bioenergie. Natürlich, und da braucht es uns auch nicht CDU, CSU erst drauf zu bringen. Das ist natürlich schon längst auf dem Zettel. Das ist schon längst in Arbeit. Da brauchen wir keine Nachhilfe. Das ist schon längst in Arbeit. Sie wissen auch ganz genau, deswegen der Verweis, Herr Jung, ich glaube, Sie haben es erwähnt, dass wir eine Entscheidungshilfe von Ihrer Seite mit irgendwelchen Anträgen bräuchten, die in der Haushaltswoche ohnehin nicht ziehen. Nein, diese Dinge sind, das wissen Sie auch ganz genau, Sie wollten wahrscheinlich jetzt so wirken, als ob Sie schneller seien. Aber wie gesagt, es ist Haushaltswoche. Danach, in den nachfolgenden Wochen, werden solche Anträge wieder behandelt. Und dann haben wir natürlich eine Überarbeitung des Energiesicherungsgesetzes. Und das zeigt auch die Handlungsfähigkeit der Koalition. Und im Rahmen dessen wird natürlich auch weiter an den Befähigungen in Richtung erneuerbare Energien Nutzung gearbeitet. Vielen Dank. Nina Scheer aus der SPD-Fraktion hat gleich mehrere Abkürzungen verwendet in ihrem Redebeitrag. Einen will ich Ihnen auflösen. ZIM, das ist das zentrale Investitionsprogramm Mittelstand, eines der Förderprogramme des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ungefähr in acht, neun Minuten geht es hier weiter mit dem Einzelplan Gesundheit. Und der zuständige Minister ist, wie Sie sehen, auch schon da. Karl Lauterbach, wir schauen zurück ans Pult. Da steht Andreas Mattfeld aus der Unionsfraktion, Mitglied im Haushaltsausschuss. Ich wäre da wirklich ein bisschen demütiger in diesen Tagen. Ihre Selbsteinschätzung zu Beginn Ihrer Rede, Herr Habeck, ich darf Ihnen das sagen, die hat mich fassungslos gemacht. Fassungslos gemacht, wie Sie sich selber sehen und wie die realen Ergebnisse sind, die Sie hier vorzuweisen haben. Und dabei habe ich Ihnen im Frühjahr gesagt, dass ich Sie nicht um Ihren Job beneide. Ich habe Ihnen sogar Respekt gezollt, weil ich den Eindruck hatte, dieser Mann stellt Parteipolitik hinten ran. Und ich habe Sie hierfür sogar öffentlich gelobt, was in meiner Fraktion nicht so gut ankam. Das darf ich ganz deutlich sagen. Ich bin selten so enttäuscht worden wie von Ihnen, Herr Habeck. Das darf ich hier in aller Öffentlichkeit sagen. Und ich sage Ihnen, wenn nur der Publicity wegen agiert, wer hinterher nicht liefert, der wird das Vertrauen der Menschen schneller verlieren, als er es sich selbst vorstellen kann. Und deshalb auf eine anständige Performance, und die geben Sie wirklich öffentlich ab, da muss vor allen Dingen eine gute, aber auch schnelle Umsetzung erfolgen. Nur mit Quatschen, nur mit medialen Auftritten, da haben Sie, Herr Habeck, noch kein Problem gelöst. Und dass der Maischberger Auftritt totaler Quatsch und total lost war, ich glaube, das haben Sie selbst gemerkt. In so einer existenziellen Krise, wie sich unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, da dürfen einfach handwerkliche Fehler und Versäumnisse in dieser Art nicht passieren. Das sind bei Ihnen keine Einzelfälle mehr. Ja, Frau Präsidentin? Entschuldigung. Gerne. Es gibt eine Frage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Aber sehr gerne. Sie dürfen. Lieber Kollege Mattfeld, vielen Dank, wo Sie das jetzt gerade ansprechen, würde ich gerne Sie fragen, ob Sie zur Kenntnis nehmen wollen, zu Beginn der Ampelkoalition, als wir das hier übernommen haben, dass dort geplant war, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, dass dort die Gasspeicher so leer waren wie eigentlich im Jahresdurchschnitt nie, im Oktober letzten Jahres viel zu wenig Gas war eingespeichert. Und dass Sie in den letzten 16 Jahren die erneuerbaren Energien blockiert haben, statt vorangebracht. Und deswegen stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Und wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass Nord Stream 2 jetzt gestoppt ist, dass derzeit sogar nicht mal mehr durch Nord Stream 1 Gas fließt, dass die Gasspeicher so gut gefüllt sind, wie im Jahresdurchschnitt seit Langem nicht mehr und dass diese Ampelregierung noch vor dem Sommer ein massives Gesetzespaket zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien umgesetzt hat? Das sind so viele Gesetze, wie selten ein anderes Ministerium in so kurzer Zeit umgesetzt hat. Wollen Sie diese Leistungsbilanz zur Kenntnis nehmen, Herr Mattfeld? Ich freue mich sehr, Frau Dr. Christmann, dass Sie mir diese Frage stellen, insbesondere zu Nord Stream. Und jetzt sage ich mal Nord Stream 2, da gibt es auch Nord Stream 1. Und wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass Nord Stream 1 Ihre Erfindung ist, Sie Nord Stream 1 mit an den, ich sage es mal, an die Versorgung gebracht haben. Das war zu Ihrer Regierungszeit. Insofern, auf andere Fingerzeiten hilft hier in diesem Fall überhaupt nicht. Sie haben dann, und diese Frage mir zu stellen, diese Frage mir zu Gasspeichern zu stellen, das ist schon eine Frechheit. Diese Frage müssten Sie Ihrem Koalitionspartner stellen. 2014 hat der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Gasspeicher in Reden, die Erdgaskonzessionen in Niedersachsen an Gazprom verkauft. Ich war seinerzeit Mitglied der Regierungskoalition, und das macht man sehr selten, dass man als Mitglied einer regierungstragenden Koalition den eigenen Wirtschaftsminister kritisiert, warum er das in dieser Phase gemacht hat. Wir erinnern uns, 2014 ist gerade die Krim überfallen worden, und der SPD, dem Wirtschaftsminister Gabriel fällt nichts anderes ein, als den Gasspeicher Reden an Gazprom zu verkaufen. Ich habe das für einen Skandal gehalten. Und Sie haben noch eine dritte Frage gestellt. Die Präsidentin hat das ja zugelassen. Diese Mehr, davon wir hätten bei Windenergie nichts getan, Frau Dr. Christmann, 2005 waren wir, wenn ich es richtig weiß, bei 5 Prozent Windenergie-Strom. Heute, in den Jahren danach, sind wir bei 50, im Moment über 50 Prozent. Das hat diese Regierungskoalition mit Partnern, die auch hier in der Mitte sitzen, die Geld waren, auch gemacht. Und wenn ich das sagen darf, ich war viele Jahre Altbürgermeister, fast zehn Jahre. Wir haben uns größte Mühe gegeben, Windenergie auszuweisen. Es waren Ihre Leute allzu häufig vor Ort, die das verhindert haben. Und deshalb, Herr Minister Habeck, was wir erleben, sind keine Einzelfälle. Die Gasumlage, die ist mit Verlaub solch ein Murks gewesen. Sie wäre gar nicht notwendig gewesen, weil Sie mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein Instrument haben, wie Sie dieses Problem zu einem Großteil hätten lösen können. Eine weitere Luftnummer, das war doch die Energiepartnerschaft mit Katar, die nicht vorankommt. Nicht ein Kubikmeter Gas wurde hier ratifiziert und konnte zu einer Entspannung der Märkte beitragen. Der Gaspreis, Herr Habeck, der ist auch dadurch durch die Decke gegangen, weil Sie auch in Norwegen, in Kanada nichts erreicht haben. Und vom abrupten Stopp Ihrer CO2-Gebäudesanierung, da redet schon keiner mehr. Und deshalb, es ist schon verwunderlich, Sie präsentieren uns in diesen Tagen jetzt einen Haushaltsentwurf, in dem Sie sogar die Wirtschafts-, Energie- und Klimapolitik gegeneinander ausspielen. Das ist übrigens auch gegenüber den 10.038 Mitarbeitern, müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, über 10.000 Mitarbeitern in Ihrem Geschäftsbereich nicht fair. Sie haben jetzt für 2023 für das Habeck-Haus 13 Milliarden Euro zur Verfügung im Entwurf. Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr als 2022. Die Ausgabereste türmen sich auf mittlerweile über 2 Milliarden Euro auf. Und natürlich geht bei Ihnen auch die Stellenausweisungsorgie noch wieder munter weiter. Noch einmal bringen Sie 49 Stellen on top auf, wobei Sie den nachgeordneten Behörden zugunsten Ihres Mutterhauses sogar noch Stellen wegnehmen. Herr Habeck, es ist schon seltsam. Ich komme jetzt noch mal zu ein paar Punkten im Haushalt. Da gibt es eine Verliererseite. Das ist bei Ihnen im Hause ganz klar die Mittelstandspolitik, der Sie 56 Millionen Euro, also gut 5 Prozent, streichen. Bei der Außenwirtschaft, die für den Export so existenziell wichtig ist, streichen Sie 286 Millionen Euro. Also fast ein Drittel. Bei der Deutschen Zentrale für Tourismus, die wollen Sie anscheinend kaputt schießen, kürzen Sie wieder 5 Millionen Euro. Das sind fast 30 Prozent weniger als noch bei Herrn Altmaier. Und im Bereich Luft- und Raumfahrt auch mal eben 59 Millionen Euro. Und bei der Lehrlingsunterweisung und bei Fortbildungseinrichtungen für Auszubildende wird der Rotstift auch noch mal richtig angesetzt. Aber, Herr Habeck, Sie haben natürlich auch eine Gewinnerseite. Das ist beispielhaft die Investition. Die Investition zum Schutz der Biodiversität im Ausland, im Ausland, die erhält über 685 Millionen Euro mehr, obwohl bislang in diesem Jahr lediglich magere 110 Millionen abgeflossen sind. Sie haben auch Kryptisches. Das ist die energiepolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine. Die wird erneut mit 50 Millionen Euro angesetzt, obwohl bislang kein Euro abgeflossen ist. Gleiches gilt für den Wirtschaftsfonds Afrika. Eigentlich eine tolle Sache, aber 10 Millionen Euro und keine Abflüsse im laufenden Jahr? Da frage ich mich, was da los? Oder was ist da besser nicht los bei Ihnen? Und deshalb, Herr Habeck, ich würde mir, wenn ich Wirtschaftsminister wäre, schon die Fragen stellen. Ist das jetzt der richtige Moment, bei den Lehrlingen in unserem Land zu kürzen? Stichwort schlimmster Fachkräftemangel ever. Ist das jetzt der richtige Moment, bei der gebeutelten Tourismuswirtschaft noch einmal zu kürzen? Stichwort Umsatzausfall durch Corona. Und ist das jetzt der richtige Moment, bei der wertschöpfenden Industrie und bei Hochtechnologien zu kürzen? Stichwort Wettbewerbsfähigkeit in einer globalen Wirtschaft. Herr Habeck, Sie können nicht für die globale Gesamtlage etwas. Sie wirken aber, das darf ich Ihnen sagen, krisenverstärkend. Und nach 14 Haushalten in Ihrem Ministerium darf ich sagen, das ist der schlimmste Entwurf, den ich in 14 Haushaltsjahren für das BNWK erlebt habe. Eigentlich müsste dieser Haushalt noch einmal mit Blick auf die derzeitige Krise ganz neu aufgestellt werden. Herzlichen Dank. Andreas Mattfeld aus der Unionsfraktion. Und weil er seine Zeit als Bürgermeister erwähnt hat, Andreas Mattfeld kommt aus dem Wahlkreis 34, Osterholz-Pferden. Das ist natürlich Niedersachsen. Und in Niedersachsen ist am 9. Oktober Landtagswahl. Lena Werner ist die letzte Rednerin in dieser Debatte nochmal aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte BürgerInnen, sehr geehrte Kolleginnen, zum Abschluss der Beratung würde ich jetzt gerne noch einmal auf einen wirtschaftsrelevanten Aspekt eingehen, und zwar den Tourismus. Hat der Herr Kollege ja auch gerade schon aufgegriffen. Natürlich sind Urlambreisen und Restaurantbesuche eine Art Luxusgut. Und in Krisenzeiten ist das wahrscheinlich das Erste, worauf man dann verzichtet. Aber wir brauchen alle mal eine Auszeit. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann eine Wandertour durch die Eifel sein. Es kann ein Städtetrip sein, ein Strandurlaub oder eben auf dem Campingplatz nebenan. Und gerade in diesen Zeiten der Krise ist das für unsere mentale Gesundheit besonders wichtig. Und unsere Gesellschaft befindet sich schon zu lange im Krisenmodus. Die gesamte Tourismusbranche wurde in den letzten beiden Jahren hart getroffen. Erst die Corona-Pandemie mit weitreichenden Folgen. Und nun folgt direkt eine Energiekrise und eine Inflation. Dazu kommt der seit Jahren wachsende Arbeitskräftemangel. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir weiterhin Geld in unsere touristische Infrastruktur investieren, um sie zukunftsfähig zu machen. Dazu zählt die Unterstützung, vielen Dank, Herr Kollege, der Deutschen Zentrale für Tourismus. Die Zentrale ist maßgeblich für das Marketing für den Tourismusstandort Deutschlands zuständig. Und für einen gut funktionierenden Tourismus braucht es neben Marketing, aber auch die entsprechende Infrastruktur und Rahmenbedingungen. Und als Querschnittsbranche wird der Tourismus von den Vorhaben der Koalition maßgeblich profitieren. Durch den Ausbau des ÖPNV und dem vorgesehenen bundesweiten Anschlussticket für das 9-Euro-Ticket schaffen wir einen bezahlbaren und unkomplizierten Nahverkehr. Und dessen Nutzung ist eben für Einheimische, aber auch Gäste sehr attraktiv. Durch die Modernisierung der Einwanderungsgesetze und der Stärkung der dualen Ausbildung bekämpfen wir den Fachkräftemangel und schaffen Erleichterungen in der Tourismuswirtschaft. Um das Gastgewerbe in der Krise weiterhin zu entlasten, haben wir uns darauf geeinigt, die Reduzierung der Umsatzsteuer auf Speisen zu verlängern. Das schafft Planungssicherheit für die Gastronomie. Und hier möchte ich mich vor allem noch mal bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz dafür bedanken. Auch von der Kulturförderung des Bundes profitiert der Tourismus maßgeblich. Die Aufrechterhaltung und Pflege unserer Kulturdenkmäler sowie die vielfältige deutsche Kulturlandschaft sind für viele BesucherInnen entscheidende Faktoren, Deutschland zu bereisen. Und deshalb ist es umso bedeutsamer, dass das Bundesprogramm Neustartkultur verlängert wurde. Davon profitiert die Veranstaltungswirtschaft und der ganze Kulturbereich. Und einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen. Es ist auch weiterhin ausschlaggebend, dass wir in anderen Ländern, besonders im globalen Süden, finanziell unterstützen. Der Tourismus ist nicht nur bei uns eine starke Wirtschaftskraft für viele Länder, trägt er zur nachhaltigen Entwicklung und finanziellen Unabhängigkeit bei. Das ist feministische Entwicklungspolitik. Und deshalb ist es elementar, dass Deutschland weiterhin an internationalen Projekten zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung sich beteiligt. Und damit stärken wir den Tourismus eben auch weltweit. Vielen Dank. Lena Werner war die letzte Rednerin in der ersten Beratung des Einzelplans 09, Wirtschaft und Klimaschutz, der Etat des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Und jetzt wird weiter diskutiert in den zuständigen Ausschüssen und da vor allem dann auch im Haushaltsausschuss. Und auch wenn sich Andreas Mattfeld gerne einen völlig neuen Einzelplan gewünscht hat, Einiges wird hier durchaus noch verändert werden in den Haushaltsberatungen der kommenden Wochen im November. Dann zweite und dritte Lesung hier im Plenum auch. Wir kommen zum Einzelplan 15. Das ist der für das Gesundheitsministerium. Und der fällt in diesem Jahr deutlich kleiner aus als der Vorgängeretat im vergangenen Jahr, der ja noch überwiegend von Jens Spahn verwaltet worden ist als Gesundheitsminister, zumindest bis Anfang Dezember. Seitdem ist Karl Lauterbach in Amt und Würden. Er muss mit 22 Milliarden auskommen. Im Jahr davor waren es 64 Milliarden, die dem Haushalt zur Verfügung standen. Aber da ging es auch um Impfstoffe, Tests, Testzentren, Maskenbeschaffung. Auch ein wichtiger Punkt. Corona ist nicht weg und deswegen wird es auch ein Thema in seiner Rede jetzt sein am Pult, während die Abgeordneten hier noch ein klein wenig rotieren. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir sind in der Haushaltsdebatte für das Bundesgesundheitsministerium. Ich möchte beginnen, indem ich mich zunächst einmal bei allen Haushälterinnen und Haushältern für die guten Beratungen ganz herzlich bedanke. Wir haben einen großen Haushalt hier zu verabschieden. Der Haushalt schrumpft allerdings von derzeit 64 Milliarden auf 22 Milliarden im nächsten Jahr, also auf ungefähr ein Drittel. Das ist damit zu erklären, dass wir davon ausgehen, dass die Pandemie uns im nächsten Jahr nicht mehr vor teure und unlösbare Probleme stellen wird. Ich rechne damit, dass wir in diesem Herbst noch einmal Schwierigkeiten bekommen. Für diese sind wir aber sehr gut vorbereitet. Diese Vorbereitung werde ich später vortragen in der Diskussion um das Infektionsschutzgesetz. Ich konzentriere mich jetzt auf die Situation, wie wir das Gesundheitssystem modernisieren werden. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass ich davon ausgehe, dass wir im Herbst die Pandemielage gut im Griff haben werden. Das werde ich später ausführen. Jetzt geht es um die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Da sind im Hintergrund zahlreiche Projekte der Modernisierung weitergeführt worden. Ich werde mich in meiner Rede auf mehrere Bereiche konzentrieren. Ich fange zunächst einmal an, indem ich darauf eingehen werde, was wir verändern werden in der Pflege. Dann werde ich auf Krankenhausreformen zu sprechen kommen. Dann den Bereich der Digitalisierung und dann schließlich das, was wir für sozial benachteiligte Menschen tun wollen, um das Gesundheitssystem gerechter zu machen. Ich fange einmal an mit der Pflege. In der Pflege haben wir tatsächlich wichtige Reformen vor uns. Eine ganz konkrete Reform, das sogenannte Krankenpflegeentlastungsgesetz, beschäftigt sich mit dem Problem, was wir eigentlich gegen die chronische Überlastung der Pflege in vielen Bereichen machen. Was wir dort machen, ist zunächst einmal, wir gleichen ab durch ein Instrument, wo man den Pflegebedarf mit der Pflege vergleichen kann, die angeboten wird. Welche Stationen sind eigentlich besonders überlastet? Wenn wir diese Überlastung dann feststellen, dann kommt eine entsprechende Entlastung, entweder durch mehr Urlaubstage, durch Entlastungstarife oder durch Zuschläge, die steuerfrei und abgabenfrei organisiert werden können. Das führt dazu, dass tatsächlich die Pflege als Arbeitsplatz wieder interessanter ist. Man kann ja zunächst einmal die Frage stellen, was bringt es denn überhaupt, wenn ich nur auf der Station die Überlastung der Pflege dokumentiere. Naja, wenn, wie in diesem Gesetz vorgesehen, dann tatsächlich eine Entlastung auch kommt, dann wird die Pflege als Arbeitsplatz wieder interessanter. Und wir wissen, dass ungefähr 300.000 Pflegerinnen und Pfleger bereit sind, im Prinzip wieder in die Pflege zurückzukehren. Dieses Gesetz wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Das ist der Grund, weshalb das Gesetz auch von den Gewerkschaften nicht nur unterstützt, sondern auch gefordert wird. Dafür bedanke ich mich. Wir werden mit diesem Gesetz die Pflege wieder deutlich attraktiver machen und dem Pflegenotstand entgegenwirken. Im Krankenhaus muss mehr geschehen. Und ich fange mit einem Bereich an, der mir besonders am Herzen liegt, und zwar den Kinderkrankenhäusern. Wir haben ungefähr 350 Kinderkliniken, Abteilungen und Kliniken für Kinder. Und diese Kliniken haben in den letzten Jahren deutlich gelitten. Auch dort gibt es einen Reformstau. Wir haben dort etwas vorbereitet, und zwar eine weitgehende Reform. Und zwar, dass die Kinderkliniken komplett aus dem Bereich der Fallpauschalen entfernt werden. Damit wird der Druck, der ökonomische Druck auf diese Kliniken, der wird von jetzt auf sofort, wird er beendet. Die Kliniken können dann wieder die Kosten abrechnen, bekommen ein Budget und müssen nicht durch Leistungssteigerungen quasi das Budget sich von Jahr zu Jahr erkämpfen, neu erkämpfen. Das heißt, hier haben wir dann einen Bereich, der komplett ohne die Pauschalen, im Wesentlichen nach dem System der Kostendeckung funktioniert. Gerade bei den Kindern ist das unbedingt notwendig. Es kann nicht länger akzeptiert werden, was wir viel zu lange akzeptiert haben, dass in der Kinderkrankenhausversorgung ökonomische Aspekte im Prinzip Einfluss auf die Therapieentscheidung haben. Das können wir nicht hinnehmen. Und da ist das ein Gesetz, das wir mit den Ländern vorbereiten. Wir werden auch mehr Geld in die Hand nehmen. Die Kinderheilkunde wird in den Kliniken deutlich entlastet. Wir gehen aber weiter auf den Krankenhaus. Wir werden auch die Fallpauschalen allgemein entlasten. Und zwar dahingehend, die Fallpauschalen haben derzeit keine Vorhaltekosten, die pauschal sind, die abdecken, wie stark ist ein Krankenhaus eigentlich gebraucht. Die Fallpauschale gibt im Prinzip den gleichen Preis in einer Region, wo es sehr viele Krankenhäuser gibt und wo es schon Überversorgung gibt, und Regionen, wo es eine Unterversorgung gibt. Und wir wollen jetzt durch eine Vorhaltepauschale dort mehr Geld hinsteuern, wo die Krankenhäuser unbedingt benötigt werden. Und dafür soll es Abschläge geben, relative Abschläge geben, dort, wo eine Überversorgung ist. Damit steuern wir im Prinzip die Krankenhausversorgung sehr viel besser. Wir geben Anreize, dass tatsächlich die demografische und die medizinische Situation dafür verantwortlich ist, wo investiert wird. Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Endökonomisierung unserer Krankenhausversorgung. Überfällig. Sie kommt jetzt. Sie wird vorbereitet. Wir sind mit den Sachverständigen schon in einem konkreten Umsetzungsplan. Nicht vergessen werden darf, dass wir auch die kurzfristigen Bedürfnisse der Krankenhäuser hier berücksichtigen. Wir werden die Energiekosten, die Inflationskosten, die zurückgegangenen Fallzahlen werden wir also analysieren. Wir werden ein Hilfspaket schnüren, damit die Krankenhäuser jetzt nicht in der Situation, wo 40 Prozent der Krankenhäuser Liquiditätsprobleme haben, in unüberbrückbare Schwierigkeiten kommen. Auch da arbeiten wir an einer kurzfristigen Lösung. Wir lassen in dieser Energie- und Inflationskrise unsere Krankenhäuser nicht im Stich und werden sie über den Herbst und über den Winter bringen. Das haben wir vor. Dafür werden wir konkrete Vorschläge in den nächsten Wochen vorlegen und mit den Ländern beschließen. Ich komme zum Bereich der Digitalisierung. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist der Bereich, über den am meisten gesprochen wird und wo am wenigsten passiert. Wir sind nach wie vor, was die Digitalisierung angeht, im Prinzip im europäischen Vergleich ein Entwicklungsland. Wir können nicht mithalten mit Ländern wie Dänemark, den Niederlanden, geschweige denn mit Ländern außerhalb von Europa, zum Beispiel Israel, wo einfach viel mehr möglich ist. Viel mehr möglich ist. Was wir jetzt machen, wir bauen auf. Die Pandemie hat ja nur Nachteile gebracht. Die schreckliche Pandemie hat nur Nachteile gebracht. Aber in einem Bereich hat sie tatsächlich etwas angestoßen, in der Digitalisierung. Bei der Digitalisierung ist es zu viel mehr Telesprechstunden gekommen, Telekonsultationen. Das elektronische Rezept ist möglich geworden. Wir haben Pflegeberatung digitalisiert. Wir haben mit der Corona-Warn-App die Versicherten quasi herangeführt an die Digitalisierung. Wir wollen darauf aufbauen. Wir sind da jetzt sozusagen in eine Kurve eingebogen. Wir wollen aus der Kurve heraus beschleunigen. Wir wollen das elektronische Rezept, letzte Woche eingeführt. Wir wollen die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, 23 Millionen Mal schon genutzt bis zum August. Wir wollen die elektronischen Patientenakte als Opt-out-Lösung einführen. Damit ist sozusagen jeder zunächst einmal mit einer elektronischen Patientenakte unterwegs. Wir wollen diese dann aber auch für Forschungszwecke nutzen, indem wir das System, das in Israel praktiziert wird, des digitalen Zwillings nutzen, um aus Routine-Daten heraus Forschung machen zu können, sodass wir aus den Routine-Daten heraus sehen können, welche Behandlungskonzepte effizienter funktionieren besser. Das ist ein wesentlicher Schritt nach vorne. Dafür reisen wir. Wir sind mit den Israelis diesbezüglich im engen Kontakt. Aber dafür reisen wir am Samstag mit einer Delegation von Experten nach Israel und werden einen Kooperationsvertrag unterschreiben. Wir orientieren uns hier an den Besten. Israel ist, was die Digitalisierung des Gesundheitssystems angeht, weltweit führend. Das wollen wir aufgreifen. Wir wollen mit den Besten zusammenarbeiten und greifen das aus der Kurve heraus beschleunigen. Die Digitalisierung wird ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit unseres Hauses werden. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal sagen, wir müssen heute etwas tun für die Ärmsten. Wir dürfen sie nicht zurücklassen. Wir wollen mit 1 000 Gesundheitskiosken, das sind neue Strukturen, wo man einen Termin bekommt für einen Facharztbesuch, beispielsweise einen Krankenhausbesuch, wo Vorbeugeleistungen abgerufen werden können, wo soziale Dienste abgerufen werden können, wo Hebammendienste vermittelt werden können, wo man Übersetzungen bekommen kann, wo Pflegeberatung stattfinden kann, wo Ernährungsberatung stattfinden kann. Mit 1 000 Kiosken in den ärmsten oder in einigen der ärmsten Stadtteile und Regionen Deutschlands bauen wir eine neue Struktur auf, die es längst hätte geben müssen, dass es in den ärmeren Stadtteilen eine niederschwellige, schnelle, gute Zugangsmöglichkeit gibt für die Menschen, auch die Menschen, die die Sprache nicht gut sprechen, auch die Menschen, die zum Beispiel noch keine Versicherung haben, diejenigen, die keinen richtigen, guten Zugang haben. Wir müssen das machen. Das spart auch Geld. Das spart Notfalleinweisungen. Das spart Krankenhauseinweisungen. Das führt zu einer besseren Medizin. Wir helfen hier den Ärmsten. Das ist uns sehr wichtig. Das haben wir als eine Priorität ausgeholt. Wir haben viel vor. Wir machen viel auch schon im Hintergrund. Wir machen nicht nur Pandemie, sondern wir machen viel für die Modernisierung. Ja, es ist klar, dass Sie davon weder etwas verstehen noch mitbekommen. Aber es ist so. Es ist so. Und ich danke denjenigen, die diesen Weg begleitet haben. Ich danke Ihnen auch für den großzügigen Haushalt. Den werden wir benötigen und den werden wir effizient einsetzen. Dankeschön. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu seinem Etat für das Jahr 2023. Corona, die Pandemie hat er anfangs erwähnt. Da wird er nachher in der Debatte über das Infektionsschutzgesetz ausführlicher zu berichten. Hat er eben angekündigt. Ansonsten die Schwerpunkte Pflege mit dem Krankenpflegeentlastungsgesetz, jetzt die Krankenhausreform, wo er insbesondere die Kinderkliniken im Blick hat. Und das Thema oder ein großes Thema, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie das elektronische Rezept oder die elektronische Patientenakte. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind und damit entfallen diese Tagesordnungspunkte. Und das Wort geht an Sepp Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Die Bundestagsvizepräsidentin hat noch ein paar Punkte gestrichen von der heutigen Liste des Bundestages. Aber da geht es natürlich nicht um die Einzeletats. Da bleibt alles so, wie es ist. Nächster Redner, Sepp Müller aus der Unionsfraktion, einer der stellvertretenden Vorsitzenden. Ihre Worte höre ich gern. Nur allein mir fehlt der Glaube, Faust, Johann Wolfgang Goethe. Kommen Sie endlich aus dem Modus des Ankündigungsministers in den Machminister. Werden Sie Gesundheitsminister, verlassen Sie die Corona-Pandemie und kümmern Sie sich um unser Gesundheitssystem. Sie hatten nach der letzten Welle im Frühjahr angekündigt, dass endlich Zeit ist, um Gesetzesvorlagen vorzulegen. Aus Ihrem Haus kamen zwei. Die Gesundheitskioske, 1.000 an der Zahl angekündigt. Wissen Sie, was ein Gesundheitskiosk im ländlichen Raum und für die meisten Städte bedeutet? Das ist die Hausarztpraxis. Wir brauchen Hausarztpraxen. 4.000 Hausarztpraxen in unserem Land sind seit über zwei Jahren nicht besetzt. Und Sie diskutieren 1.000 zusätzliche Gesundheitskioske, wo das Material nicht da ist, wo das Geld nicht vorhanden ist, wo das Personal fehlt. Was Sie vorgelegt haben, ist ein Finanzstabilisierungsgesetz für die gesetzliche Krankenkasse. Es ist weder ausreichend noch der Lage und vor allem den Problemen in unserem Land gerecht. Schauen wir unseren Haushalt an, dann kann der geneigte Leser zu dem Entschluss kommen, dass der Bundesfinanzminister mit dem roten Stift, dem roten Karl Lauterbach, etwas diktiert hat. Ihre Ideen für diesen Haushalt umfassen keine seltenen Erkrankungen. Wie sieht es aus mit den Tausenden MS-Erkrankten? Was ist mit der Volkskrankheit Alzheimer? Wie geht es weiter mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? All das, Herr Lauterbach, haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, und wir finden in Ihrem Haushalt nichts. Kommen Sie weg vom Ankündigungsminister, werden Sie endlich Gesundheitsminister. Und Herr Lauterbach, nur ein Wort zu Corona. Sie haben Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, sich mit Millionen Impfdosen eingedeckt. Diese werden jetzt verfallen. Das sind dreistellige Millionenbeträge, die an Steuergeld verbrannt waren. Hätten Sie dieses Geld medizinischen Fachangestellten, zahnmedizinischen Fachangestellten als Bonus gezahlt, dann wäre das der Respekt gewesen, den wir auch von einem Gesundheitsminister für diese Branche erwarten. Herr Gesundheitsminister, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung steht auf tönernen Füßen. Bereits jetzt werden knapp 17 Milliarden Euro angenommen, die fehlen. Mit der Inflation werden wir bei 25 Milliarden Euro rauskommen. Sie sprachen davon, als Sie das Gesetz eingebracht haben, nicht an der Qualität zu streichen und zu arbeiten. Was legen Sie vor? Sie wollen die Neupatientenregelung für Ärzte streichen. Wissen Sie, was das für Hausärzte und Fachärzte bedeutet? Sie werden an der Qualität streichen, weil Sie neue Patienten, junge Patienten, Patienten, die von A nach B umziehen, keinen Termin mehr geben können, weil das Budget voll ist. Sie sind der Minister, der die Axt an die Wurzel des Qualitätssystems in unserem Gesundheitswesen anlegen. Sie haben da versagt, Herr Lauterbach. Und wenn Sie alleine das umsetzen würden, was in Ihrem Koalitionsvertrag steht, wie die Beteiligung des Bundesfinanzministeriums und des Ministeriums BMAS bei der Frage der Finanzierung der GKV, sprich die ALG-2-Empfänger, komplett mit zu beteiligen, hätten wir 10 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. Und die brauchen wir. Und liebe Sozialdemokratie, da haben Sie uns an Ihrer Seite. Da werden wir Sie auch unterstützen. Das muss jetzt endlich auf den Weg gebracht werden. Und Herr Lauterbach, werden Sie endlich Gesundheitsminister und kommen Sie weg von den anderen Themen. Danke. Sepp Müller war das aus der Unionsfraktion zum Etat des Bundesgesundheitsministers. Und ich kann Ihnen auch fix nachtragen, welche Punkte hier heute nicht aufgerufen werden. Das ist nämlich die Wahl eines Vizepräsidenten aus den Reihen der AfD und die Wahl eines Mitglieds für das Parlamentarische Kontrollgremium. Auch da fehlt noch ein Vertreter oder eine Vertreterin der AfD. Beide Wahlen finden nicht statt, weil die AfD von sich aus diesen Tagesordnungspunkt quasi zurückgezogen hat. Am Pult ist Paula Pichota für Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Haushaltsausschuss und Ärztin übrigens. Aber wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, wir brauchen einen Machminister und das nur knapp zwölf Monate, nachdem Jens Spahn abgetreten ist, wo wir alle wissen, dieser Ansatz von Politik viel zu machen, auch mit den Konsequenzen, dass da einfach unglaublich viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen wurde. Ich will nicht in alle inhaltlichen Punkte einsteigen, weil ich nicht im Fachausschuss mit hauptropischem Sitz sitze. Aber wenn Sie jetzt hier zum Beispiel die Neupatientenregelung ansprechen, Sie tun so, als ob die Streichung unglaubliche Unterschiede in der Versorgung machen würde. Sie erwähnen nicht, wie wenig Neupatienten diese Regelung tatsächlich geschaffen hat, wie viele zusätzliche Arzttermine sie tatsächlich geschaffen hat oder aber eben nicht. Was wir ja jetzt machen müssen, nach so viel Zeit Union und vor allen Dingen auch Jens Spahn im Bundesgesundheitsministerium, der regiert hat in Zeiten, wo er klotzen konnte und eben oft nicht aufs Geld geschaut hat, ist, dass wir das jetzt ausbaden und das in unglaublich schwierigen Rahmenbedingungen tun, weil einfach das Geld uns jetzt an allen Ecken und Enden fehlt. Und hier so zu tun, als ob Karl Lauterbach nicht mit Geld umgehen könnte, wenn man selber die Partei der Maskendeals ist, der Betrugsfälle in den Corona-Testzentren, ist vielleicht ein bisschen unvorsichtig in so einer Debatte. Und jetzt möchte ich dann doch wieder über das Geld sprechen, aber noch mal daran erinnern, wie das war am Anfang der Pandemie. Am Anfang der Pandemie, wo wir alle aus unserem Alltag rausgeworfen waren und wo tatsächlich gefühlt Gesundheitspolitik in Deutschland zum ersten Mal viele Menschen interessiert hat. Das war ja wirklich, gerade für Menschen, die viel Gesundheitspolitik gemacht haben, eine sehr besondere Situation. Und da haben viele auch hier im Bundestag die Hoffnung gehabt, dass sich nach der Pandemie unglaublich viel im Gesundheitswesen verbessern würde. Gerade auch Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die sehen jetzt, so viel hat sich gar nicht verändert. Und die haben die blöde Vermutung, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen könnten mit genau den gleichen Problemen, aber noch weniger Geld im Gesundheitswesen und damit auch noch schlechteren Arbeitsbedingungen für sie in den Kliniken und Praxen. Und deswegen muss man schon mal darauf hinweisen, dass es dann doch Lerneffekte aus der Pandemie gibt, auch in diesem Gesundheitsetat. Der Etat des Gesundheitsministeriums, der finanziert nicht das komplette Gesundheitswesen. Der ist nur ein Bruchteil dessen, was die Kassen in diesem Wesen leisten. Aber auch an diesem Etat sieht man, wie die Lerneffekte der Corona-Pandemie jetzt auch ganz konkret umgesetzt werden. Wir haben zum Beispiel, und der Minister hat es ja angesprochen, und wir hatten diesen unglaublichen Aufwuchs von vor der Pandemie knapp 15 Milliarden Etat in weniger als drei Jahren quasi vervierfacht auf über 60. Und jetzt nehmen wir das wieder zurück auf knapp 22 Milliarden im Entwurf. Das zeigt aber auch, wir gehen nicht auf Vorkrisenniveau zurück, sondern wir bleiben deutlich mit den 22 Milliarden über dem vorpandemischen Niveau. Und da sind Punkte drin, die Lerneffekte darstellen aus der Pandemie. Zum Beispiel, ich möchte auf drei Punkte eingehen, weil ich auch glaube, dass wir die alle, über alle Fraktionen hinweg gut im Blick behalten sollten, weil die teilweise auch sehr teuer sind, aber nicht nur, weil sie teuer sind. Wir steigen jetzt mit diesem Entwurf ein in die sogenannten Pandemiebereitschaftsverträge. Das ist ein neues Instrument. Da geben wir Herstellern als Bund hohe dreistellige Millionenbeträge über mehrere Jahre an die Hand, damit sie Kapazitäten vorhalten für Impfstoffproduktion, falls es nochmals von der epidemischen oder pandemischen Lage kommt. Und das müssen wir alle sehr genau im Blick behalten. Vor allen Dingen auch, ob die Kapazitäten, die da geschaffen werden sollen, tatsächlich auch zuverlässig geschaffen werden. Die Beratungshotlines für die Patienten werden weitergeführt. Das ist auch eine Errungenschaft der Pandemie. Und was auch eine Errungenschaft ist, ist ja die Erkenntnis, dass gerade in der Frühphase der Pandemie die WHO nicht immer suffizient die frühe Detektion, die frühe Vorwarnung, die frühe Beratung von Regionen und Ländern geleistet hat. Und deswegen finanzieren wir jetzt weiter den WHO Hub for Pandemic Intelligence und werden das hier in Berlin als Zentrum etablieren, wo eben Frühdetektion und Warnung und Beratung für alle Regionen und Länder dieser Welt geleistet wird. Das sind Verbesserungen in diesem Etat. Aber natürlich ist es so, dass in diesem Etat, gerade auch aus Sicht von Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern, natürlich unglaublich viel Luft nach oben ist. Und ich kann für uns sprechen, vor allen Dingen die Punkte Prävention, Modernisierung, Gesundheitswesen und internationale Gesundheitspolitik, werden wir uns noch mal sehr genau anschauen. Aber jetzt möchte ich noch mal auf die haushaltspolitischen Lehren aus der Corona-Pandemie für diesen Etat kommen. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich hatte, möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen aus der CDU- und CSU-Fraktion? Ausnahmsweise nicht, aber ich komme gleich vorbei. Ich habe gerade schon gesagt, von knapp 15 Milliarden Euro in drei Jahren hat sich dieser Etat wirklich, das kann man nicht als organisches Wachstum bezeichnen, vervierfacht auf über 60 Milliarden. Und die Möglichkeiten und die Realisierung der Kontrollmöglichkeiten ist da oft nicht in gleichem Maße mitgewachsen. Und deswegen müssen wir auch haushaltspolitisch aus dieser Zeit lernen, auch in der Krise, auch im Gesundheitsbereich. Auch wenn wir jetzt in die nächste Krise gehen und ihr begegnen müssen, brauchen wir den fairen Lastenausgleich zwischen Bund und Ländern, teilweise auch den Kommunen. Das gilt auch im Gesundheitsbereich und das muss auch im dritten und im vierten Pandemiejahr gelten und eben nicht nur im ersten, wie wir das erlebt haben. Auch in der Krise müssen wir sicherstellen, dass Steuergelder so ausgegeben werden, dass Betrug verunmöglicht wird. Das ist eine enorm große Leere aus der Corona-Zeit, gerade im Einzelplan 15. Wir sehen jetzt, dass teilweise Gelder zurückfließen aus Betrugsfällen, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was wahrscheinlich wirklich nicht bei Patientinnen und der Bevölkerung angekommen ist. Und wir müssen natürlich auch sicherstellen, gerade wenn jetzt eine Krise nach der anderen kommt und das eine Hilfspaket das nächste ablöst, dass das, was wir an Kriseninterventionen machen, nicht unsere mittel- und langfristigen Ziele im Gesundheitswesen, zum Beispiel im Bereich Krankenhauslandschaft, konterkariert. Deswegen sehen Sie es uns bitte nach. Wir Haushälter werden uns auch in diesen Haushaltsberatungen wieder sehr genau jeden einzelnen Euro anschauen, weil jeder einzelne Euro, der hier eben nicht dafür ausgegeben wird, dass Gesundheitsversorgung besser und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen attraktiver werden, das ist ein Euro, der eine verpasste Chance ist für bessere Lebenserwartungen. Und deswegen sehen Sie es uns nach. Wir werden das wieder sehr genau beraten. Vielen Dank. Der Bundesgesundheitsminister hat zu Beginn dieser Debatte gesagt, dass er sich später mit der Pandemie beschäftigen wolle. Die Abgeordneten beschäftigt das Thema schon jetzt. Paula Pichotter zum Beispiel eben ist unter anderem eingegangen auf Betrugsfälle im Gesundheitswesen rund um Covid-19. Jetzt eine Kurzintervention aus den Reihen der Union. Auch der Grünen, Frau Pichotter, immer Behauptungen in den Raum stellen. Und wenn dann eine Zwischenfrage gestellt werden soll, diese Zwischenfragen nicht zulassen. Meine Kurzintervention. Mich würde interessieren, ob Sie mit mir auch einer Meinung sind, wenn Sie hier schon ankündigen und sagen, wir brauchen gerade als Ergebnis, als Erkenntnis aus der Pandemie wieder einen besseren Gesundheitsstandort in Deutschland, sprich Produktion, Forschung, Entwicklung. Wir brauchen Hilfe für den Gesundheitsstandort, Stichwort Energiepreisexplosion. In den Kliniken brennt die Hütte lichterloh. Das wissen Sie. Wir werden erst Insolvenzen bekommen. Wir werden, wenn die Regierung weiter so untätig bleibt, wirklich Versorgungsprobleme bekommen, weil Kliniken schließen müssen, dass Sie sich hier hinstellen und in einer süffisanten Art so tun. Wir werden machen. Wir könnten. Der Bundesgesundheitsminister hier wieder nur Ankündigungen gebracht hat. Ich sage immer, wir können froh sein, dass es im Deutschen den Konjunktiv gibt. Er möchte, er wird, er könnte. Ob Sie mit mir auch einer Meinung sind, dass viele Unternehmen die Rahmenbedingungen, so wie sie in Deutschland sind, insbesondere im Hinblick auf neue Technologien, als völlig unzureichend erachten mittlerweile, weil sie nichts tun und sich hier hinzustellen und so zu tun, als gäbe es keine Probleme. Das finde ich wirklich alle Achtung wert. Aber das geht an der Sache völlig vorbei. Dann gebe ich jetzt das Wort an den Kollegen Wolfgang Wiele für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Von 64 Milliarden auf 22 Milliarden. Die Corona-Fieberkurve des Gesundheitsetats geht deutlich zurück. Aber erhöhte Temperatur muss man beim Blick auf die Zahlen immer noch feststellen. Während andere Länder zur Normalität zurückkehren, planen Sie, Herr Minister Lauterbach, wieder über 2 Milliarden Euro für neue Impfstoffkäufe ein, während vorhandene Überbestände vom Verfallsdatum bedroht werden. Es ist ein Unterschied, ob man im Angesicht neuartiger Gesundheitsgefahren das Nötige tut oder ob man den Menschen Angst macht, um sich anschließend als der große Retter in Szene setzen zu können. Das habe ich Ihnen schon anlässlich der Beratung des Haushalts 22 gesagt. Jetzt sind wir ein halbes Jahr weiter. Ihre Alarmmeldungen wirken zunehmend hysterisch und skurril. Deutschland wird immer mehr zum gesundheitspolitischen Geisterfahrer. Eine Konstante hat der Gesundheitshaushalt aber. Diese stimmt mich ausgesprochen nachdenklich. Die Pharmaindustrie profitiert mit zehnstelligen Beträgen nicht nur durch die Impfstoffbeschaffung, sondern auch durch ihre sogenannten Pandemiebereitschaftsverträge. Natürlich kann man sich eine Welt zurechtlegen, in der uns große, global aufgestellte Konzerne vor den Gefahren des Lebens immer besser bewahren. Die technologische Machbarkeit trägt uns durch diese Brille betrachtet in ein leuchtendes neues Zeitalter. Aber ist diese Art von Fortschrittsglauben nicht völlig naiv? Ist der drastische Anstieg von Arztbesuchen wegen Impfnebenwirkungen Zufall? Ist das Auftauchen des neuartigen, plötzlichen Erwachsenentods Zufall? Ist das plötzliche Absinken der Geburtenziffern in westlichen Ländern Zufall? Oder versagt die Technologie in vielen Fällen und versagen die Regierungen und die meisten Medien im Umgang damit? Was man in Zahlen klar messen kann, sind freilich die zweistelligen Milliardengewinne bestimmter Pharmaunternehmen. So wie das Coronavirus unerwartet über uns hereingebrochen ist, halte ich diese Gewinne für Zufall. Etwas anderes will ich niemandem unterstellen. In der Logik der Politik dieser Regierung müssten solche sogenannten Zufallsgewinne eigentlich abgeschöpft werden. Notlag gibt es derzeit viele, in denen mehr Geld dringend gebraucht wird. Die deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm angesichts der Inflation, die diese Regierung mit ihrer Energie- und Sanktionspolitik schürt. Gleichzeitig droht, dass sich die Pflege im Alter nur noch die Reichen leisten könne. Diese Regierung hat nämlich völlig verschlafen, die Tarifanpassung beim Pflegepersonal dafür vorzusorgen. Und nun gehen die Eigenbeiträge der Betroffenen durch die Decke. Wir werden in den nächsten Wochen diskutieren, ob erhöhte Zuschüsse für Krankenkassen und Pflege die angemessene Reaktion sind. Wir werden fragen, wie die Versorgung durch Krankenhäuser auch in der Fläche gesichert wird. Wir fragen aber auch, warum die reguläre Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums nun sieben statt fünf Millionen Euro kosten soll. Darauf ist Verlass. Die AfD-Fraktion achtet jenseits der politischen Fieberkurven immer darauf, dass das Geld des Gesundheitsministeriums für die Dinge ausgegeben wird, die die Leute in unserem Land wirklich brauchen. Vielen Dank. Carsten Klein spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, formal, Herr Minister, werden die Mittel in Ihrem Haushalt 2023 sehr stark zurückgefahren. Es liegt aber in erster Linie, Sie haben dasselbe angesprochen, ja, daran, dass wir die Corona-Ausgaben herauswachsen. Und die wachsen aus zwei Gründen heraus. Auf der einen Seite beurteilen wir die Lage für 2023 so, dass sie nicht nötig sind. Aber ich sage auch ganz bewusst dazu, wir erwarten natürlich auch nach so einer langen Zeit, dass viele Kosten, die in der Corona-Zeit vom Bund übernommen worden sind, aber eigentlich Länderaufgaben sind, im Zweifel dann auch von den Ländern endlich übernommen werden, dass die entsprechenden Strukturen vorhanden sind, dass die Länder reagiert haben, ihre Gesundheitsämter auf Vordermann gebracht haben, die Digitalisierung dort endlich eingeführt haben. Alles Länderaufgaben, die wir als Bund kitten mussten. Und wo ich davon ausgehe, wenn 2023 es noch mal ernst wird, die Länder dann auf eigenen Füßen stehen können. Wie ernst die Länder das ja meinen, konnte man dieses Jahr bei der Debatte im April um die Verlängerung der Testverordnung sehen. Also ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir hatten eine sehr intensive Debatte, weil bisher ist es so, dass ja die Bürgertests, die eigentlich Aufgabe der Länder sind, komplett vom Bund übernommen worden sind. Und dann gab es eine intensive Debatte und viele Länder, Gesundheitsminister, vor allem auch aus meinem Heimatland Bayern, waren die Bürgertests unheimlich wichtig, dass die kostenlos weitergeführt werden. Und wir haben ja dann eigentlich einen schönen Weg gefunden, Herr Minister, nämlich, dass es bei einer Zuzahlung von drei Euro eben weiterhin diese Tests gibt. Und wo Wunder, kein einziges Bundesland hat danach die Tests, die kostenlosen Tests noch so wichtig gefunden in der Pandemiebekämpfung, dass es die drei Euro übernommen hätte. Und ich glaube, das ist beispielhaft, wie die Länder in dieser Corona-Krise vorgehen. Alles, was vom Bund bezahlt wird, alles, was kostenlos ist, nimmt man mit, aber selber bringt man zu geringen Beiträgen. Und das ist nicht akzeptabel in einer solchen Krisensituation. Der Einzelplan des BMG wird ja schon immer sehr stark, die Mittel so stark, sehr stark gebunden von dem Zuschuss in den Gesundheitsfonds über die GKV. Auch das ist eine intensive Diskussion. Der Schätzerkreis ist ja zum Ergebnis gekommen, dass wir 2023 mit einem Defizit von 17 Milliarden Euro noch rechnen müssen, das wir füllen müssen. Das war vor der Inflation, das war auch vor der Energiekrise. Also das wird mit Sicherheit nicht weniger werden. Und dieses Defizit wächst bis 2026, laut dieser Zahlen von damals, auf 30 Milliarden Euro an. Und jetzt haben wir in der Diskussion einen Vorschlag von Ihnen, Herr Minister, wo wir den Bundeszuschuss noch mal um 2 Milliarden Euro erhöhen, dann auf 16,5 Milliarden Euro und noch mal 1 Milliarde Euro Darlehen geben, um diesen Defizit im nächsten Jahr auszugleichen. Aber ich glaube, uns ist allen klar, dass das Konzept, das jetzt vorliegt, mit dem Nutzen der Reserven aus den Krankenkassen nur Luft holen bedeuten kann. Wir brauchen echte Strukturreformen, wir brauchen Diskussionen über diese Strukturreformen. Die müssen jetzt auch angegangen werden. Und da erwarte ich natürlich auch Lösungsvorschläge aus dem Ministerium. Aber ich denke, da sind auch viele anderen betroffen. Denn der Weg kann nicht sein am Ende, dass dieses Problem über noch einen höheren Bundeszuschuss gelöst werden soll. Herr Minister, Sie haben die Digitalisierung angesprochen, von der wir uns auch große Kostenerlastungen, Entlastungen erwarten. Aber es geht auch um die Frage, zum Beispiel im Krankenhausbereich, um das Thema Krankenhausinvestition. Und auch da findet ja aktuell eine sehr intensive und sehr spannende Debatte vonseiten der Ländergesundheitsminister statt. Ich will einfach mal in Erinnerung rufen, es gibt schon seit Längerem einen Bericht des Bundesrechnungshofs, der feststellt, dass die Länder über Jahre jährlich bis zu 5 Milliarden Euro zu wenig in die Krankenhäuser, in dieses Land investieren. Das führt natürlich zu einem schlechten Stand bei der Digitalisierung. Das führt zu schlechten Arbeitsabläufen, weil wir alte Krankenhausstrukturen haben. Und es führt im Ebenen auch dazu, dass wir keine attraktiven Arbeitsbedingungen haben. Thema Fachkräftemangel. Es führt aber auch dazu, dass die Gebäudesubstanz schlecht ist. Und das fällt uns jetzt in den aktuellen Krisen natürlich noch mal auf die Füße. Veraltete Energiezentralen, schlechte Gebäudehüllen führen zu stark steigenden Energiekosten. Und deshalb habe ich vorhin noch mal erwähnt, Herr Minister, wie spannend diese aktuelle Diskussion sind. Die gleichen Minister, die Länderminister, die über Jahre zu wenig für ihr Gesundheitssystem, für ihre Aufgabenstellung getan haben, melden sich jetzt Pressemedialen mit großem Getöse, vor allem wieder mein Heimatminister aus Bayern, und schiebe dem Bund die Verantwortung zu. Die Länder haben über Jahre geschlafen. Deshalb kämpfen die Krankenhäuser mit großen Defiziten im Betriebsbereich und jetzt bei den Energiekosten. Und ich erwarte, dass die Länder bereit sind, dann auch dieses Defizit zu decken, statt immer nur an der Tür des Bundesgesundheitsministers, um beim Bundeshaushalt anzuklopfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein aus der FDP-Fraktion hat ein Thema zum Schluss angesprochen, was uns in den kommenden Wochen noch beschäftigen wird, nämlich die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Sie merken, im Moment sind die Haushälter dran in dieser Debatte über den Gesundheitsetat. Es geht also um pekuniäre Aspekte. Dazu auch Gesine Lötzsch, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Das ist dann endlich mal nicht in der Comedy-Show, habe ich gedacht. Aber leider hat Ihnen der Moderator nicht die Frage nach der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge gestellt. Und da sagen wir, das ist eine dreiste Abzocke. Das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Und Sie selber, Herr Minister Lauterbach, wissen doch, was die Alternative ist zur Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Seit 18 Jahren, mindestens reden Sie darüber, seit 18 Jahren sind Sie in einer Arbeitsgruppe der SPD zur Einführung der Bürgerversicherung. Ich frage Sie, wo bleibt endlich, wo Sie jetzt Minister sind, diese Bürgerversicherung. Und wenn Sie, Sie werden jetzt sagen, Sie sind koalitionstreu, aber schauen Sie sich an, was so alles nicht passiert ist, was oder passiert ist, was nicht im Koalitionsvertrag steht. Leider reicht meine Zeit nicht, um das alles aufzuzählen. Meine Damen und Herren, Sie könnten ja zumindest mal anfangen, von den Ex-Kollegen der CDU, CSU, die mit Masken-Deals Millionäre geworden sind, das Geld zurückzuholen. Das wäre ein erster richtiger Schritt. Zweitens. Sie haben angekündigt, dass Sie von der Pharmaindustrie, die in der Pandemie Traumgewinne gemacht haben, sich Geld zurückholen, Sie zur Kasse bitten. Aber auch da sind Sie vor der FDP in die Knie gegangen. Das darf nicht so weitergehen, meine Damen und Herren. Richtig finde ich, und das unterstützen wir ausdrücklich, dass Sie einen ersten Schritt zur Abschaffung der Fallpauschalen unternommen haben. Die Fallpauschalen waren von vornherein eine falsche Entscheidung. Und dass Sie jetzt bei den Kinderkliniken anfangen, ist der richtige Schritt. Folgen muss die generelle Abschaffung der Fallpauschalen, meine Damen und Herren. Sie wissen doch selber, wie die Situation ist. Viele Ärztinnen und Ärzte müssen auf Profit orientiert in den Krankenhäusern arbeiten. Sie leiden darunter. Es widerspricht Ihrem Berufsethos. Und das dürfen wir nicht länger hinnehmen, meine Damen und Herren. Und welche Auswirkungen zum Beispiel diese unsäglichen Fallpauschalen haben, konnten Sie sich vor kurzem in der ARD-Dokumentation, wie viel Geld bringt ein Frühchen, anschauen. Die Krankenhäuser bekommen von der Krankenkasse mehr Geld für eine Frühgeburt als für eine normale Geburt. In Europa sinkt die Zahl der Frühgeburten, und in Deutschland steigt sie. Und das ist doch Ergebnis der Profitlogik. Damit werden die Krankenhäuser erpresst. Das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Die Situation der Krankenhäuser ist dramatisch. Wir alle sind von Krankenhäusern in unseren Wahlkreisen sicher angeschrieben worden. Und da hilft es nicht, jetzt anzukündigen, mitten in der Haushaltsdebatte, irgendwann kommt da etwas. Sie brauchen jetzt einen Inflationsausgleich. Das Roulette, das Karussell mit den Ländern hilft nicht weiter. Wir müssen die Krankenhäuser in unserem Land stabilisieren und retten. Und letzter Satz, ich wiederhole, wir brauchen endlich eine solidarische Bürgerversicherung. Packen Sie es an. Dankeschön. Die Sine Lötzsch, haushaltspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Linksfraktion. Hier geht es weiter mit Svenja Stadler, die Mitglied im parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie ist und aus der SPD-Fraktion kommt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen und vor den Bildschirmen. Erst vor wenigen Monaten haben wir ja den Haushalt für das Bundesgesundheitsministerium verabschiedet. Und es wurde an vielen Stellen schon gesagt, in der Höhe von 64 Milliarden Euro. Und ich finde, diese 64 Milliarden Euro haben einmal sehr deutlich auch gezeigt, dass die Bundesregierung in besonderen Lagen und in dem Fall war es die Corona-Lage bereit sind, etwas zu investieren und aufzufangen und zu unterstützen. Und das haben Sie nicht nur damals gezeigt, sondern das zeigen Sie in den vielen Krisen, die wir jetzt auch haben. Und ehrlich gesagt, die Situation in Deutschland hat sich durch Corona verändert. Sie hat die Welt verändert. Und es wurde auch noch mal sehr deutlich gemacht, wo wir ansetzen müssen, was wir verändern müssen, vor allen Dingen auch im Bereich der Gesundheit. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das mit dieser Fortschrittskoalition, mit der Ampelkoalition auch hinbekommen, denn wir reden nicht, sondern wir packen an, setzen um und mit dem Minister an der Spitze geht das sehr gut sogar. Und dann, ich finde das immer total spannend, wenn auf der, von mir aus gesehen, auf der rechten Seite dann immer rumgenölt wird und geärgert wird. Machen Sie das. Sie hatten ganz lange Zeit, das zu verändern. Sie haben es nicht getan. Jetzt machen wir es. Dem Regierungsentwurf 2013, ich komme jetzt mal auf den Haushalt zu sprechen, und das wurde ja auch schon gesagt, gibt es eine Senkung von diesen 64 Milliarden auf die 22,1 Milliarden Euro. Und wenn wir uns auch da das anschauen, 2019 vor Corona, zu jetzt diesem Haushalt, haben wir eine Steigerung um 6,8 Milliarden. Und das zeigt, dass es uns wichtig ist, etwas zu verändern. Und diese Herausforderungen, die wir haben, die werden ja nicht weniger. Um Gottes Willen. Und auch die Anstrengungen werden nicht weniger, weil wir wollen ja etwas verändern mit aller Kraft und Macht. Und vor diesem Hintergrund ist es aber wichtig, dass wir sagen, wir müssen mehr handeln, aber genau da, wo es notwendig ist und richtig ist, mit mehr Qualität und eben auch Effizienz. Und wenn man sich dann den Gesundheitsbereich im Ganzen anguckt, das ganze Gesundheitssystem, wie viel Geld da drin steckt, dann reden wir über einen dreistelligen Milliardenbereich. Und wenn wir uns das anschauen und das, dass wir ein modernes Gesundheitssystem haben wollen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir das hinbekommen. Und zwar nicht zu, also, dass wir es hinbekommen, ohne die Patientinnen und Patienten zu belasten und ohne auch das Personal zu belasten. Wir bekommen das hin. Es gibt andere Aktionäre bzw. Protagonisten, die dann ein wenig leiden werden. Wir müssen Parallelstrukturen abschaffen. Und was wir auch machen müssen, ist, dass wir es gemeinsam abschaffen, mit sämtlichen Akteuren des Gesundheitswesens, aber auch mit den Bundesländern und auch natürlich mit dem Bund. Und der Bund ist bereit dazu, seine sehr begrenzten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und auch der Verantwortung gerecht zu werden. Und ich freue mich, wenn alle daran sich beteiligen. Der Minister hat es angesprochen, meine beiden Koalitionäre haben es angesprochen. Die Digitalisierung haben wir vor knapp 20 Jahren beschlossen. Und jetzt ist es endlich Zeit, nach 20 Jahren auch mit dieser Digitalisierung die Erfolge herbeizuführen, auch im Gesundheitswesen. Wir haben bisweilen drei Milliarden bisher investiert. Und diese Digitalisierung gibt Chancen, Prozesse zu vereinfachen und sie auch tatsächlich flexibler zu gestalten und zu beschleunigen. Und dass das nicht nur eine lustige, fixe Zukunftsidee ist, das habe ich mir angucken können. Ich war in Schüttdorf, Niedersachsen natürlich, das beste Bundesland ever, sage ich Ihnen. Und dort ist es die Gesundheitsregion Euregio. Die zeigt, wie es funktioniert, wenn sämtliche Akteure aus dem Gesundheitswesen zusammenstehen, wenn Krankenkassen dabei sind, wenn IT-Unternehmen zusammenstehen und auch Juristen. Und da ist das E-Rezept und auch die EPA überhaupt gar keine Zukunftsmusik mehr. Da wird es umgesetzt. Und da wird daran gearbeitet, Herausforderungen anzunehmen und nicht so Kosten, nein, sondern wie schaffen wir das gemeinsam. Und das ist dann auch der Erfolgsschlüssel. In dieser Region, bei diesen Protagonisten, bei dieser Gemeinschaft geht es nicht, gewinnmaximierend zu agieren, sondern an der Sache zu agieren und eben den Menschen im Mittelpunkt zu haben. Und dann sehe ich das bei uns auch so, dass die Wissenschaft einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir gut durch diese Corona-Krise gekommen sind. Und jetzt heißt es aber auch, die Wissenschaft zu stärken, und zwar besonders in der Forschung. Es ist wichtig, effizient zu forschen und auf deutsches Datenmaterial zurückzugreifen. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass der Minister am Wochenende nach Israel fahren wird und sich gute Beispiele holen kann und einen guten Impulsgeber hat, wie wir es zukünftig auf sehr gute Beine stellen können, um die Wissenschaft auch zu unterstützen. Eine effiziente Medizin bedeutet, auch einen effizienten Umgang mit Ressourcen zu haben. Ein funktionierendes und gutes Gesundheitssystem stellt eine gesellschaftliche Ressource dar, die es nachhaltig zu gestalten gibt. Und wissen Sie, hierzu müssen wir die Prävention stärken und auch die Wissensvermittlung, da müssen wir auch investieren. Denn viele Krankheiten, sage ich Ihnen, werden erst gar nicht entstehen, wenn die Willensbildung bzw. Aufklärung, auch die Prävention gut, wie sagt man, nicht nachhaltig, sondern gut funktioniert. Dankeschön. Ich bin sehr dankbar. Und deshalb bin ich sehr dankbar, auch in dem Fall, dass wir darüber gesprochen haben, in Form von Gesundheitskiosken, aber auch die Digitalisierung in Form von Apps, gibt es viele Möglichkeiten. Denn dadurch gelingt es uns, eine Zugangsbedingung zu Präventionsprogrammen zu schaffen und auch zur Gesundheitsversorgung, die alle Menschen mitnimmt. Denn es gibt unterschiedliche Menschen, das wissen Sie selber, mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen. Sie müssen alle gleichzeitig die Möglichkeit haben, teilzuhaben an der gesundheitlichen Versorgung und Prävention. Und der Fokus muss auch in der Zukunft sehr viel stärker auf den sozialen Faktoren liegen. Denn Sie wissen selber, unterschiedliche soziale Hintergründe und ja auch unterschiedliche Lebensweisen haben einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit des einzelnen Menschen. Das ist nichts Neues. Aber jetzt heißt es, dass diese Erkenntnis, die wir haben, endlich auch umzusetzen in Maßnahmen. Also, was will ich im Großen und Ganzen sagen? Wir haben einen guten Regierungsentwurf bekommen. Ja, Sie hüsten, klar, Sie kennen auch keinen guten Regierungsentwürfe, das weiß ich. Aus Ihrem Gesundheitsministerium, ich weiß das. Ich habe nämlich jetzt einen guten Entwurf. Und wir haben an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Möglichkeiten, ihn ein Stückchen besser zu machen mit Impulsen, die wir jetzt im Laufe der Zeit auch von unseren Gesundheitspolitikern sicherlich bekommen. Dann werden wir in die Beratungen gehen und am Ende werden wir den besten Regierungsentwurf verabschieden nach Corona. Vielen Dank. Eine ziemlich optimistische Svenja Stadler, die unter anderem Mitglied im Parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie ist im Deutschen Bundestag. Nächster Redner ist Michael Henrich aus der Unionsfraktion, noch in der Unionsfraktion, muss man sagen, und noch im Bundestag im Frühjahr wird er ausscheiden aus dem Parlament und dann zu einem Pharmaverband wechseln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Einzelplan 15. Und als wir im letzten Jahr noch 64 Milliarden Euro im Gesundheitshaushalt eingestellt hatten, hatten wir die Hoffnung, dass wir im Jahr 2023 Entspannung haben. Und in der Tat schlägt sich das in den Haushaltszahlen nieder mit einem Etat von 22 Milliarden Euro. Wir nähern uns damit schrittweise dem Vor-Corona-Haushalt. Und ich bin Ihnen dankbar, Herr Minister Lauterbach, dass Sie heute in Ihrer Rede, anders als in der letzten Haushaltsdebatte, eine gesundheitspolitische Agenda aufgezeigt haben. Sie haben vier Themenpunkte angesprochen. Pflege, Krankenhaus, Digitalisierung und Kiosk. Und erlauben Sie mir, dass ich zu allen vier Punkten ein kurzes Statement mache. Beim Thema Pflege ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir in den Mittelpunkt stellen, das Thema Personal, und da geht es nicht nur um Bezahlung, sondern da geht es um Verlässlichkeit, da geht es auch um Entbürokratisierung, dass wir in den Mittelpunkt stellen, die zu Pflegenden, die heute oftmals auf einem Verschiebebahnhof sind, zwischen Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen und pflegenden Angehörigen. Beim Thema Krankenhaus ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was Sie, Herr Klein, angesprochen haben, dass wir das Thema dualistische Finanzierung wieder stärker in den Mittelpunkt stellen und auch etwas einfordern von den Ländern. Das Thema Digitalisierung, da ist mein Wunsch und mein Appell an Sie, dass wir das auch als Chance begreifen für den Standort. Ich kann mich daran erinnern, dass ein berühmter Professor im Bereich künstliche Intelligenz, Professor Schmidhuber, vor fünf Jahren mal in der FAZ einen Artikel hat und gesagt hat, wir haben die meisten Daten in Deutschland, wir haben unglaublich viel Potenzial beim Thema KI. Ich bin froh, dass im Haushalt 45 Millionen Euro eingestellt sind. Aber kommunizieren Sie das besser und geben Sie entsprechende Signale an die Gesundheitswirtschaft. Kritisch sehe ich das Thema Kioske, das gebe ich ganz offen zu, weil ich denke, dass wir genug Akteure in der Versorgung haben. Der Kollege Müller hat die Hausärzte angesprochen. Wir haben Apotheke, wir haben eine unabhängige Patientenberatung, wir haben Pflegestützpunkte und ich glaube, es ist wichtiger, dass wir die miteinander verzahnen. Und sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, die wichtigste Frage haben Sie offengelassen. Wie finanzieren wir das alles? Das ist heute meine letzte Rede als Gesundheitspolitiker nach 20 Jahren. Und ich hatte jedes Jahr die Hoffnung, dass wir diese grundlegende Finanzreform irgendwann hinbekommen. Und ich bin dem Kollegen Müller dankbar, dass er diese Woche in der FAZ ein Namensartikel hatte, wo er mal ganz wichtige, zentrale Themen angesprochen hat. Wie geht es weiter mit der Steuerfinanzierung? Wie bekommen wir eine faire Finanzierung der Pauschbeträge bei den Arbeitslosengeld-2-Empfängern? Ein Thema, das eigentlich diese Koalition versprochen hat, aber keinen Niederschlag findet in diesem Haushaltsentwurf. Und mein Wunsch und mein Appell wäre, gerade vor dem Hintergrund, lieber Herr Klein, was Sie sehr deutlich gemacht haben, dass wir eine echte grundlegende Strukturreform brauchen, dass wir vielleicht in dieser Legislatur tatsächlich noch mal so zusammenfinden, wie das damals bei Lahnstein war, zwischen dem Herrn Seehofer und dem Herrn Dressler, als Sie gemeinsam einen Kompromiss auf den Weg gebracht haben, dass wir in den schweren Zeiten, in denen wir momentan sind, zumindest in dem Bereich der Sozialversicherungen den Menschen eine Perspektive Klarheit geben. Das wäre mein Wunsch, den ich nach 20 Jahren habe. Ich werde es nicht mehr erleben, aber es wäre schön, wenn ich den in anderer Position begleiten könnte. Herzlichen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich zu bedanken für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich glaube, wir hatten eine besondere Atmosphäre im Gesundheitsausschuss, und das hat unsere Arbeit geprägt. Ich möchte mich bedanken bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob das bei den Abgeordneten ist, in den Ausschüssen oder im Ministerium, die ganz besonders in den letzten Jahren gefordert waren. Wenn wir samstags, sonntags zweistündige Videokonferenzen hatten, fing bei denen die Arbeit erst an. Auch Ihnen herzliches Dankeschön. Ich werde an anderer Stelle im Gesundheitswesen weiterarbeiten und würde mich freuen, wenn ich bei Ihnen ein offenes Ohr finde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Letzte Rede als Gesundheitspolitiker, aber hoffentlich nicht die letzte Rede im Parlament. Herzlichen Dank. Michael Henrich hat es selbst gesagt, wir hatten es eingangs auch schon erwähnt, wechselt im Februar zu einem Pharmaverband. Das heißt, er wird jetzt nicht mehr als Gesundheitspolitiker reden, aber auch noch nicht aus dem Parlament ausscheiden. Am Pult ist Saskia Weishaupt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Obfrau im Gesundheitsausschuss. Die Kürzung des Gesundheitsministeriums sinkt. Die Kürzung des Etats von 64 Milliarden Euro auf die 22 Milliarden Euro erscheint im ersten Moment sehr plausibel. Die kostenintensiveren Ausgaben der letzten Jahre im Zuge der Corona-Pandemie werden jetzt wesentlich zielgerichteter ausgegeben, sei es für die Impfstoffbeschaffung oder für die Aufklärungskampagnen. Uns ist allen klar, die Pandemie ist nicht vorbei, und deswegen ist es gut, dass wir hier noch mal Geld in die Hand nehmen. Aber die gute Gesundheitsversorgung ist noch wesentlich mehr. Gute Gesundheitsversorgung gibt Sicherheit. Sicherheit, dass, wenn Pflege benötigt wird, sie auch wirklich da ist. Sicherheit, dass, wenn der Kinderwunsch ansteht, man die Frau auch eine Hebamme findet und man sich keine Gedanken machen muss, dass niemand da ist und Ängste und Sorgen nimmt. Und bei dieser Sicherheit darf nicht gespart werden. Und ich weiß, die Haushälterinnen raufen sich jetzt die Haare, wenn wir als Fachpolitikerin hier unsere Wunschliste auspacken, wofür wir alles Geld hätten. Aber im Ernst, eine gute und gerecht finanzierte Gesundheitsversorgung ist kein Nice-to-have. Und das ist nichts, was Sie mal eben aus der Portokasse bezahlen. Es ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir wissen alle, es gibt wichtige Projekte, die wir umsetzen müssen und die kaum aufschiebbar sind. Ich gehe mal in die Geburtshilfe und zu den Hebammen. Die Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels Gesundheit rund um die Geburt. Die 1-zu-1-Betreuung durch Hebammen während der Geburt. Die hebammengeleiteten Kreißhäle, die wir aufbauen wollen. Oder die Vergütung für angestellte Hebammen in den Kliniken, die die Nach- und Vorsorge machen wollen. Und ehrlich gesagt, es ist nicht nur die Geburtshilfe. Wir können auch weiterschauen. Die Suchtprävention, die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, aber auch die Entlastung der Reha- und Mutter-Kind-Kliniken. Das sind Punkte, die alle finanzielle Mittel brauchen. Gesundheit ist eine wichtige, wichtige Aufgabe. Und deshalb dürfen wir uns selber nicht limitieren. Und es ist die Aufgabe aller, die hier Verantwortung haben, auch ernsthafte Lösungsvorschläge zu machen, wie wir das Ganze finanzieren können und gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen können. Und Lebensrealitäten von Menschen verbessern können. Und ja, wir leben in Krisenzeiten. Aber es ist keine Option, dass wir uns aus diesen Krisen heraussparen und damit maßgeblich in Kauf nehmen, dass sich die Gesundheitsversorgung hier in diesem Land verschlechtert und für die Menschen. Aber das machen Sie gerade! Denn wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, die Gesundheitsversorgung auch zu verbessern, dann brauchen wir Geld. Und dann müssen wir darüber nachdenken, ob das ewige Sparen der richtige Weg ist oder ob wir nicht die Schultern auch mehr belasten können, die auch mehr tragen können. Ich bin froh, dass wir am Anfang des parlamentarischen Haushaltsverfahrens sind. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eben auch, Handlungsspielräume zu erkennen, vielleicht auch Lücken zu erkennen und diese auch zu nutzen. Das erwarte ich von uns allen und ich freue mich darauf. Vielen Dank. Hier spricht Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 15 Euro bekommt jeder Arzt, wenn er Paxlovid von Pfizer verschreibt. 15 Euro pro Verschreibung, um die Gewinne eines Pharmakonzerns zu steigern, während Millionen Menschen nicht mehr wissen, wie sie Essen, Strom oder Gas bezahlen sollen. Die Prioritätensetzung dieser Regierung ist völlig falsch. So wie Sie mit der Gasumlage internationale Großkonzerne und deren Aktionäre finanzieren, genauso versorgen Sie in der Gesundheitspolitik die Pharmakonzerne mit Milliarden. Karl Lauterbach präsentiert sich als Pfizer-Minister, der deren Medikamente ständig über seine Kanäle bewirbt. Deutschland braucht endlich wieder eine Gesundheitspolitik und keine Pharmapolitik. Die Gesundheitspolitik besteht übrigens nicht nur aus Corona. Wir haben zum Beispiel einen massiven Mangel an Pflegekräften und Fachärzten. Viele Menschen müssen monatelang auf Termine warten, Monate, die oftmals zwischen Leben und Tod entscheiden. Diese Toten sind Karl Lauterbach und der Bundesregierung offensichtlich egal. Stattdessen kümmert man sich lieber darum, wie man wieder ab Herbst mit dem Infektionsschutzgesetz die Freiheitsrechte der Bürger einschränken kann. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat keine wissenschaftliche Basis. Sie ist einfach nur ein weiterer deutscher Sonderweg. Diese ganzen Sonderwege, die im Ausland als politischer Extremismus Deutschlands empfunden werden, müssen endlich aufhören, weil sie nur Schaden anrichten. Kein anderes relevantes Land steigt aus der Atomkraft aus. Kein anderes relevantes Land setzt rein auf Solar- und Windenergie. Kein anderes relevantes Land setzt auf unbegrenzte Zuwanderung. Kein anderes relevantes Land sanktioniert Rohstoffe, die für es selbst lebenswichtig sind. Nahezu alle anderen Länder haben Corona für beendet erklärt. Aber Deutschland will nun die Maßnahmen noch mal verschärfen. Wir, die AfD, vertreten bei Corona, wie auch in allen politischen Bereichen, das, was in 90 Prozent der Länder weltweit politischer Konsens ist. Wir sind der Mainstream, und die Politik dieser Regierung ist extremistisch. Von der Union braucht dazu gar niemand zu grinsen, denn Sie haben mit dieser Politik schließlich angefangen. Deutliches Zeichen des Extremismus der Regierung ist übrigens auch, dass den Abgeordneten wichtige Studienergebnisse vorenthalten werden, nur weil diese Ergebnisse zeigen, dass das Infektionsschutzgesetz überflüssig ist. Die Studien sind ja trotzdem durchgesickert heute früh. Sie zeigen, 95 Prozent der Menschen haben Antikörper. Corona ist vorbei. Hören Sie auf, die Menschen weiter zu gängeln. Die Schäden der Maßnahmen müssen schließlich die Bürger mit ihrem hart verdienten Geld und mit ihrer kostbaren Gesundheit bezahlen. Beenden wir die Politik der deutschen Sonderwege und kümmern wir uns endlich um die echten Probleme im Gesundheitswesen. Das wäre nicht nur besser für die Gesundheit der Menschen, sondern es werde auch deutlich weniger Geld erfordern. Christine Lüttger hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. war übrigens Pflegeunternehmerin vor ihrer Zeit im Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Bei manchen Reden ist man ja doch froh, wenn Sie zum Ende finden. Ich möchte hier wieder zur Sachpolitik zurückkehren. Mein Kollege, der Carsten Klein, der hat ja bereits erläutert, welche großen Themen und Bereiche im Haushalt des Gesundheitsministeriums aus liberaler Sicht besonders wichtig sind. Und unser gesundheitspolitischer Sprecher Andrew Ullmann wird später auch noch weitere nennen. Mir ist vor allem wichtig, dass wir auch die Innovationskraft des Gesundheitssektors immer mitdenken, mitfördern und essenzielle Branchen nicht einschränken. Denn darüber sind wir uns ja alle einig, unser Gesundheitssystem muss zukunftsfest werden. Durch Digitalisierung, durch Verwaltungsabbau, durch Innovationsförderung und dort, wo nötig, auch durch Paradigmenwechsel. Bürgerinnen und Bürger, Patientinnen und Patienten und die dauerhaft an demografische Herausforderungen ausgerichtete Leistungsfähigkeit unseres Systems, die müssen im Mittelpunkt stehen. Und da sind Vorsorge und Prävention oft die klügere, die günstigere und damit die nachhaltigere Wahl als Nachsorge und Schadensbegrenzung. Deshalb, werte Kolleginnen und Kollegen, möchte ich als sucht- und drogenpolitische Sprecherin meiner Fraktion hier noch das Augenmerk auf einen Teil des Haushalts lenken, den wir uns noch mal etwas genauer anschauen sollten. In der Einführung zum Einzelplan 15 heißt es, Ziel der Drogen- und Suchtpolitik ist die Reduzierung des Konsums legaler und illegaler Drogen, sowie die Vermeidung der Drogen- und suchtbedingten Probleme in unserer Gesellschaft. Diesem Ziel haben sich die Ampelkoalitionäre verschrieben, und unter dieser Vorgabe, nämlich Gesundheitsschutz und Prävention, betreiben wir das Anliegen der Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene. Und dabei handelt es sich um nichts weniger als einen dringend benotwendigten Paradigmenwechsel in der Cannabis-Politik in Deutschland. Weg von der Prohibition hin zu einem aufgeklärten Umgang mit Cannabis nach erfolgter Legalisierung. Aber das gilt auch für die Präventionsarbeit in Bezug auf Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Tabletten-Sucht, für Hilfe für Kinder aus suchtbelasteten Familien, aber auch im Bereich des Drug-Checkings und der Suchtberatung. Denn das alles wirkt hin auf die Vermeidung von Drogen- und suchtbedingten Problemen. Die Prävention muss dabei aktuelle Probleme bedarfsgerecht und flexibel aufgreifen, sowie auch darauf reagieren können, wie zum Beispiel auf Probleme, die auch durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden. Der Paradigmenwechsel muss sich daher auch im Haushalt widerspiegeln. Umso wichtiger ist es, dass wir in diesen Titeln ausreichend Mittel bereitstellen und unsere Anstrengungen verstetigen. Denn jeder hier angesetzte Euro ist eine Investition in die Zukunft unseres Systems, einem Gesundheitssystem, das auf Prävention und Vorsorge setzt und damit auch bei vielleicht vorübergehend höheren Ausgaben am Ende die nachhaltigere und haushalterisch zukunftsweisendere Strategie ist. Applaus Artis Göppina hat jetzt das Wort für die Fraktion der Innenstadt. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin ja schon relativ überrascht. Laut dem Haushalt und den bisherigen Reden ist die Corona-Pandemie offiziell abgeschlossen. Ich weise darauf hin, dass es im Sommer so viele Corona-Tote gab wie in den letzten beiden Jahren im Sommer nicht. Aber wenn wir uns den Haushalt anschauen, sind es 30 Milliarden weniger, was die Bundesregierung 2023 einplant. Das ist entweder die sehr, sehr optimistische Annahme, dass Corona in der Silvesternacht um 12 Uhr wirklich endet, oder der ganze Bereich Tests, Impfungen, Mehrkosten, Einnahmeausfälle von Pflegeheimen und Krankenhäusern wird die gesetzlichen Krankenversicherungen betroffen. Das wäre die Alternative. Das würde weitere Beitragserhöhungen bedeuten. Jetzt ist schon klar, dass die angekündigten Beitragserhöhungen nicht reichen werden, Herr Lauterbach. Weil Sie zu feige sind, endlich die Beitragsbemessungsgrenze zu erhöhen, wird das vor allem die Geringverdienenden betreffen. Und es müssten endlich auch die Besserverdienenden einzahlen, an die Sie sich nicht rantrauen. Selbst Kollegen von der CDU haben da mittlerweile Erkenntnisse sich angereichert in den letzten Jahren. Wieso lernen Sie nicht daraus und gehen endlich an die Beitragsbemessungsgrenze ran? Oder aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt bei den Krankenhäusern Pflegeheimen hängen. Aber die wenden sich jetzt schon an uns, weil sie voller Sorge die Mehrkosten im Winter spüren. und spüren werden, das eigentliche Problem ist aber weitaus größer. Die Pandemie hat ja deutlich gemacht, was das eigentliche Problem im Gesundheitssystem ist. Und mit dem Blick weg von der Pandemie verbinden Sie die Hoffnung, dass der gesamte Blick weg vom krisenhaften Gesundheitssystem kommt. Wenn der Fokus nicht mehr draufliegt, machen Sie weiter wie bisher. Und das wird Ihnen nicht gelingen mit uns im Hause. Das garantiere ich Ihnen. Und heute freue ich mich, dass im Hohen Hause die MFAs und ZFAs der Haushaltsdiskussion folgen, die gestern in Berlin demonstrierten und die von ihrer Milliarde an Pflegebonus nichts abbekommen haben, die völlig unberücksichtigt geblieben sind. Erklären Sie denen, warum Sie damals wild klatschten, als sie im Fokus standen. Aber nichts folgte und nichts folgt, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Beschäftigten im Gesundheitssystem werden Ihnen einstrichlich die Rechnung machen und wir werden Sie dabei unterstützen. Vielen, vielen Dank. Matthias Gürpiner verweist noch mal auf die Lage der Beschäftigten in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und zeigt sich irritiert, dass von dem einen oder anderen Redner hier im Plenum des Bundestages die Corona-Pandemie für beendet erklärt wird. Heike Engelhardt ist die nächste Rednerin. Sie kommt aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger hier oben und ganz besonders aus meinem Wahlkreis Ravensburg und aus dem Bodenseekreis. Nach dem größten Gesundheitsetat der Geschichte der Bundesrepublik starten wir in die Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr mit der größten Reduzierung, die es in diesem Bereich jemals gab. Normalerweise müsste ich als Gesundheitspolitikerin jetzt meckern und unzufrieden sein. Aber nein, es zeigt, wir haben die Pandemie im Griff, wir wissen, wie wir mit immer neuen Varianten umgehen können und wir haben die Instrumente, schnell zu reagieren. Ich will darauf jetzt nicht lange eingehen, weil wir ja im nächsten Punkt dazu debattieren werden. Aber Impfen, Testen, Masken und noch mal Impfen sorgen dafür, dass wir den Virus in den Griff bekommen und dass wir massiv bei den Kosten der Pandemiebekämpfung sparen können. Trotz der angespannten allgemeinen Haushaltslage hat der Gesundheitsminister einen guten Entwurf vorgelegt. Es gibt allerdings auch Punkte, meine Damen und Herren, bei denen Sie sich auf das Strucksche-Gesetz verlassen dürfen. Wir werden im parlamentarischen Verfahren bei der Kindergesundheit, bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen, bei der Aufklärung und Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten oder bei unseren Beiträgen für die globale Gesundheit genau drauf schauen und, wenn nötig, noch einiges drauflegen. Herr Professor Lautebach, Sie haben die volle Unterstützung unserer Fraktion, wenn es um zusätzliche Mittel für den Einzelplan 15 geht. Und falls der Finanzminister hier noch einen Vorschlag braucht, bei einer Abschaffung klimaschädlicher Subventionen wäre nach der Finanzierung eines kostenlosen Nahverkehrstickets auch noch einiges für den Gesundheitsetat übrig. Und wenn einige dadurch das Auto ja öfters stehen lassen und aufs Fahrrad steigen oder, so wie ich, zu Fuß gehen, sparen wir vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro bei der Diabetesbekämpfung. Ein letzter Punkt noch. Sorgen macht mir aktuell die kommende Einbudgetierung der HIV-Prophylaxe PrEP, also dem Medikament, das davor schützt, sich beim Geschlechtsverkehr mit HIV zu infizieren. Bereits jetzt warten insbesondere Männer, die Sex mit Männern haben, sehr lange auf einen Termin bei den FachärztInnen. Mir wurde von Wartezeiten von über sechs Monaten berichtet, in Städten wie Köln zum Beispiel. In ländlichen Regionen ist die Lage teilweise noch komplizierter. Und jetzt besteht die Gefahr, dass sich dies im nächsten Jahr durch die Änderung weiter verschlechtert. Hier müssen wir handeln und die Versorgung garantieren. Aber da bin ich zuversichtlich. Vielen Dank. Es steht mir nicht zu, Reden zu beurteilen oder zu übersetzen. Das will ich auch nicht tun. Aber da Sie einen Parlamentsinsider benutzt haben, nämlich das Struck'sche Gesetz, will ich für die jüngeren, neueren Kolleginnen hier im Hause sagen, das Struck'sche Gesetz ist Peter Struck, der leider viel zu früh gestorbene Kollege aus der SPD-Fraktion, deren Vorsitzender, der irgendwann gesagt hat, hier geht kein Gesetz so raus, wie es reingekommen ist. Das ist das Struck'sche Gesetz. Und weil es um etwas Parlamentarisches geht, habe ich mir das erlaubt. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Und ich gebe das Wort dem Kollegen Stefan Pilsinger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vom früheren US-Präsidenten Walter Wilton stammt das Zitat, wer keine Visionen hat, vermag weder große Hoffnungen zu füllen, noch große Vorhaben zu verwirklichen. Wenn man Ihren Haushaltsentwurf und den hier zentralen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der GKV-Finanzen anschaut, sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, ist weder erkennbar, dass Sie so etwas wie eine Vision von einer zukunftsfesten Gesundheitspolitik haben, noch dass Sie große Vorhaben auch nur skizzieren können. Dieses Gesetz ist Blickwerk und stellt einen fast um verzweifelten Versuch dar, das 17 Milliarden Euro im GKV-Finanzsystem für 2023 vorübergehend schließen zu können. Wir haben hier ein Sammelsurium von unkoordinierten Maßnahmen vor uns, die in keiner Weise strukturelle, nachhaltig wirkende Lösungen zur dauerhaften Stabilisierung der GKV-Finanzen darstellen. Sie schmelzen zum Beispiel die ohnehin schon dünnen Finanzreserven der Krankenkassen auf ein Niveau ab, das den Kassen in jeglicher unvorhersehbaren Situation finanziell die Luft abschneiden wird und Planungssicherheit unmöglich macht. Das ist unverantwortlich und wird zu Kasseninsolvenzen führen. Es ist absurd, die Neupatientenregelung, die Sie in der letzten Legislaturperiode selbst forciert haben, wieder zu streichen, mit der unabsehbaren Konsequenz, dass viele Neupatienten keinen Termin bekommen werden. Auch, dass Sie den Herstellerrabatt für patientengeschützte Arzneimittel im Jahr 2023 um 5 Prozentpunkte erhöhen wollen, von 7 auf 12 Prozent, ist kontraproduktiv. Das bis 2022 geltende Preismoratorium auf Arzneimittel um weitere vier Jahre verlängert. Mit diesen und weiteren geplanten arzneimittelpolitischen Einschnitten gefährden Sie jegliche Innovation auf unserem Arzneimittelmarkt und damit den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland auch im internationalen Wettbewerb. Wenn Sie den Apothekenabschlag von 1,77 Euro auf 2 Euro je Arzneimittelpackung erhöhen wollen, belastet das unsere Apotheken in der Krise finanziell spürbar und gefährdet die Versorgung mit Arzneimitteln, gerade im ländlichen Raum, und dass Sie die Honorierung der Vertragszahnärzte durch eine Budgetierung kürzen und so innovative, hochwirksame Behandlungen wie etwa die Baratontitisbehandlung faktisch einschränken, wenn nicht verhindern, führt zu einer zahnlosen Politik im wahrsten Sinne des Wortes. Die Giftliste und auch dachter Schnellschüsse ließe sich fortsetzen. Herr Bundesminister, wenn Sie durch Ihre Maßnahmen wenigstens eine nachhaltige, systematische Lösung erreichen würden, wären diese Punkte noch irgendwie diskutabel. Aber das ist bei Ihrer kurzsichtigen Flickschusterei keinesfalls der Fall. Nach aktuellen Prognosen des renommierten IGES-Instituts würde sich das Defizit bis 2040 auf 217 Milliarden Euro ausdennen, wenn das Problem nicht strukturell angepackt wird. Herr Bundesminister, wir wollen Sie als neue Serviceopposition im Bundestag nicht immer nur kritisieren. Deshalb machen wir Ihnen gerne zwei konkrete Vorschläge für eine dauerhaft wirkende Maßnahme. Erstens Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent. Warum zahle ich als Verbraucher 7 Prozent auf Grundnahrungsmittel, auf lebensrettende oder lebenserhaltende Medikamente aber 19 Prozent? Und zweitens die auch in Ihrem Koalitionsvertrag beabsichtigte und längst überfällige Erhöhung der Bundeszuschüsse für Beziehung von Arbeitslosengeld II endlich umsetzen. Es kann doch nicht sein, dass nur gesetzlich Versicherte für die ALG II-Empfänger aufkommen müssen. Allein diese beiden Maßnahmen würde der GKV nach Berechnung des GKV-Spitzenverbands jährlich 16 Milliarden Euro sparen, also um fast den Betrag des für 2023 prognostizierten Defizits entlasten. Zu einer langfristig wirkenden Lösung gehört es, auch die versicherungsfremden Leistungen genauer in den Blick zu nehmen, diese Leistungen überhaupt erst mal klar zu definieren, sie regelmäßig auf deren Sinnhaftigkeit und Bezahlbarkeit hin zu überprüfen. Und wo ordnungspolitisch angebracht über den regulären Staatshaushalt laufen zu lassen, nicht über den Gesundheitsfonds. So empfiehlt es auch der Bundesrechnungshof in seinem Bericht vom 1. Februar 2021. Herr Minister Lauterbach, durch Ihre Flickschusterei schaden Sie nicht nur der medizinischen Versorgung in Deutschland, sondern Sie halten auch den absehbaren Beitragszunami nicht auf. Bereits im Jahr 2024 und 2025 werden die Zusatzbeiträge wahrscheinlich um jeweils 1 Prozent steigen, wenn Sie so weiterwurschteln. Das sind dann für drei Jahre Beitragssteigerungen von 2 bis 2,5 Prozent. Das belastet die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dieser so schwierigen und sehr komplizierten wirtschaftlichen Lage noch zusätzlich. Haben Sie endlich Visionen, Herr Lauterbach, packen Sie die großen notwendigen Reformen an und geben Sie den Menschen in diesem Land Hoffnung auf eine gute und bezahlbare medizinische Versorgung auch über 2023 hinaus. Vielen Dank. Stefan Pilsiger, Mitglied im Gesundheitsausschuss und in Teilzeit gelegentlich immer noch tätig als Arzt in einer Hausarztpraxis in seiner Heimat in Bayern. Johannes Wagner ist der nächste Redner aus der Fraktion Bündnis 90 Grüne und es geht natürlich weiterhin um den Etat des Gesundheitsministers. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was unterscheidet ein gutes Gesundheitssystem von einem sehr guten Gesundheitssystem? Ein gutes Gesundheitssystem schafft es, Menschen mit unterschiedlichsten Krankheiten gut zu versorgen. Es kann zurückgreifen auf ausgebildetes Personal, wirkungsvolle Medikamente und moderne Medizinprodukte. Ein sehr gutes Gesundheitssystem jedoch lässt Menschen gar nicht erst krank werden, sondern hält sie gesund. Das erspart nicht nur jede Menge menschliches Leid, sondern auch eine ganze Menge Geld. Prävention ist die Antwort auf die Fragen, wie können Menschen lange und gesund alt werden und wie können auch die Gesundheitskosten bei einer alternden Gesellschaft bezahlbar bleiben. In der Vergangenheit war Prävention aber oft ein Feigenblatt. Prävention war in den letzten Jahren im Gesundheitssektor ein bisschen so wie Nachhaltigkeit im Klimasektor. Es stand fast überall drauf, aber war fast nirgendwo drin. Als Ampelbündnis haben wir Prävention endlich zum zentralen Punkt unserer Politik gemacht. Wir schieben Prävention nicht ab auf den oder die Einzelnen, sondern wir verbessern die Verhältnisse, in denen die Menschen leben. Das heißt eben mehr als nur der Yogakurs für Studierende. Und zwar endlich wirkungsvoll Armut, Unterversorgung und auch die Klimakrise zu bekämpfen. Wir haben es diesen Sommer doch erneut gesehen. Die Klimakrise, die Hitzewellen sind tödlich. Deswegen ist Klimaschutz auch Gesundheitsschutz. In den letzten Jahren wurde das viel zu sehr vernachlässigt, leider. Daher haben wir als Koalition vereinbart, dass wir einen nationalen Präventionsplan erstellen, das Präventionsgesetz überarbeiten und ein neues Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit gründen werden. Und dabei werden wir immer auch die Gesundheitsfolgen der Klimakrise mitdenken. Liebe Kolleginnen, zu einem sehr guten Gesundheitssystem, das auch an die Klimakrise angepasst ist, ist es noch ein weiter Weg. Das braucht Zeit und kostet erst mal Geld. Aber jeden Euro, den wir jetzt in Prävention stecken, bekommen wir mehrfach zurück. Deswegen sind diese Haushaltsmittel, gerade jetzt in einer Zeit, wo das Geld knapp ist, besonders wichtig. Lieber Herr Minister, ich bin mir sicher, Sie sehen das genauso. Denn ich weiß, uns eint die Leidenschaft für Vorsicht und Prävention. Vielen Dank. Dr. Christina Baum hat jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kürzlich kritisierte Richard Sunak, einst Finanzminister Großbritanniens, die von ihm selbst mitgestaltete Corona-Politik. Es sei falsch gewesen, Schulen zu schließen und Ängste mit Bildern von Menschen an Beatmungsgeräten zu schüren. Während sich diese Einsicht in fast allen Teilen Europas durchgesetzt hat, versucht der deutsche Krankheitsminister, weiterhin Angst und Panik zu verbreiten. Über zwei Milliarden soll den Bürgern Lauterbachs Sonderweg kosten. Davon ist der größte Teil allein für die zentrale Impfstoffbeschaffung gedacht. Wie viele zig Millionen Euro werden wohl davon buchstäblich zum Fenster rausgeschmissen, weil die Impfstoffe niemand mehr will und sie deshalb wieder entsorgt werden müssen? Für uns Bürger bedeutet es, dass unsere hart erarbeiteten Steuergelder letztendlich dazu benutzt werden, um uns erneut zu drangsalieren, zu demütigen und zu quälen. Und dies trotz der inzwischen gesicherten Erkenntnisse zu den schweren gesundheitlichen Folgen all dieser Corona-Maßnahmen mit verheerenden Auswirkungen, ganz besonders für unsere Kinder. Bereits im Mai 2020 wies ich darauf hin, dass die Menschen unter der restriktiven Politik leiden, dass jeder weitere Tag der Grundrechtseinschränkungen, der Vereinzelung, der Besuchs- und Kontaktverbote, des Schulausfalls und der Schließung von Betrieben zu schwerwiegenden wirtschaftlichen und nicht zuletzt psychischen Folgen führt, die den ohnehin fraglichen Nutzen all dieser Maßnahmen bei weitem übersteigen. Wir Menschen sind soziale Geschöpfe. Wir brauchen Nähe, Umarmungen, Liebe. Sonst verkümmern wir wie Pflanzen ohne Licht und Wasser. Doch meine Ermahnungen haben die verantwortlichen Politiker damals nicht interessiert und interessieren sie heute immer noch nicht. Herr Lauterbach, statt Millionen an Steuergeldern zu verschwenden, sollten Sie sich lieber um die vielen Impfopfer kümmern, die mit ihren schweren Krankheitssymptomen alleingelassen werden. Immer wieder habe ich als praktizierende Ärztin auf den so wichtigen Grundsatz in der Medizin hingewiesen, dass eine Therapie niemals größeren Schaden anrichten darf als die Krankheit selbst. Sie, Herr Lauterbach, haben diesen Grundsatz sträflich missachtet und tragen als Minister die Hauptverantwortung für die bedrückende Angstatmosphäre in unserem Land. Ich fordere Sie daher erneut auf, treten Sie zurück, damit die Menschen wieder frei atmen und leben können. Vielen Dank. Christina Baum aus der AfD war Zahnärztin, bevor sie die Parlamentskarriere eingeschlagen hat. Der nächste Redner hat auch sehr viel mit Medizin zu tun, ist nämlich Professor für Infektiologie an der Uni Würzburg. Und Innenmediziner Andrew Ullmann, Mitglied im Gesundheitsausschuss und Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was wir jetzt gerade eben gehört haben, ich wollte es ursprünglich nicht kommentieren, aber es entbehrt jede Grundlage. Frau Baum, Sie sind Zahnärztin, nur zur Erinnerung, und keine praktizierende Ärztin. Ich will an dieser Stelle sagen, ich bin praktizierender Arzt. Das sind auch hier 13 andere Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition. Und ich glaube, da ist die geballte Kompetenz auch vorhanden, die auch verstehen, wo Impfungen funktionieren, was Impfnebenwirkungen sind und natürlich nicht Impfschädigungen. Und meine Damen und Herren, das war ja der Grund für mich persönlich, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich war eigentlich, meine Motivation oder auch Vision war ja, dass wir ein besseres Gesundheitssystem haben müssen. Diese Hamsterrad-Systeme, die wir haben, ist viel Arbeit, Bürokratie, überbordende Bürokratie, fehlende Zeit für Patientinnen und Patienten, keine Digitalisierung vorangegangen. Und ich war wirklich, und ich bin es immer noch, als ich 2017 hier in den Bundestag kam, habe ich mich gefreut. Okay, jetzt habe ich die Chance, etwas zu machen, auch wenn wir in der Opposition waren und hatte auch gehofft, dass sich mit einem unionsgeführten Gesundheitsminister etwas ändert. Aber es hat sich nichts geändert. Das ist eigentlich sehr schade. Stattdessen, wenn wir darüber diskutieren, der Bund muss zahlen. Wir wissen, wie es funktioniert auf Länderebene. Ich komme, wie Herr Klein, auch aus Bayern. Und ich muss auch sagen, es läuft auch in Bayern nicht vernünftig. Und die Länder machen sich wirklich einen schlanken Fuß in der Krankenhausfinanzierung. Auch jetzt in der Krise machen sich die Länder einen schlanken Fuß, ob jetzt in Thüringen oder auch in Bayern und anderen Bundesländern. Und da erwarte ich eigentlich viel mehr. Denn wir brauchen ein besseres System. Wir brauchen, und das können wir jetzt machen in der Ampelkoalition, weil wir haben die Leute zusammen. Wir sind motiviert. Ich kann mich nur sehr gut erinnern an den Koalitionsverhandlungen. Und diese Fortschrittskoalition ist der Weg auch dahin. Im Einzelplan 15 zeigt der Weg dahin. Zusammen mit unserem Gesundheitsminister und den Kolleginnen und Kollegen hier in der Koalition. Denn die ersten Schritte sind jetzt gemacht worden. Die Krankenhauskommission ist eingerichtet worden. Endlich wird die Notfallversorgung auf bessere Füße gestellt in Deutschland. Die Kinderheilkunde wird auf bessere Füße gestellt. Auch die Geburtshilfe wird auf bessere Füße gestellt. Das ist Fortschritt, meine Damen und Herren. Und nicht diese Kacksalberei, was man sonst immer hört. Ich bin auch froh, dass wir einen Digitalisierungsminister haben. Der Volker Wissing. Der hat jetzt eine Digitalstrategie der Bundesregierung nach vorne gebracht. Das heißt, endlich haben wir einen Digitalisierungsfahrplan im Gesundheitswesen. Das war längst überfällig. Da hat die Union vier Jahre oder manche sagen auch 16 Jahre geschlafen. Da ist auch nichts passiert. Aber wir machen das. Wir sind eine Fortschrittskoalition. Und wir können das auch. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik. Das haben wir als Menschen, die jetzt auch im Gesundheitswesen gearbeitet haben, gilt auch unsere Prämisse in der Politik selbst. Das haben wir jetzt auch gezeigt, auch in der Pandemiekrise, wie wir da auch zusammen agieren können. Und uns ist auch klar, dass diese Verantwortung nicht nur in Deutschland gilt, sondern auch weltweit. Und deshalb finde ich gut, dass wir als Koalition die globale Gesundheit nicht nur theoretisch angehen, sondern auch praktisch mit Unterstützung der WHO. Die Kollegin Pichotte hat es ja auch schon hier erwähnt. Und ich wollte es auch als Vorsitzende des Unterausschusses globale Gesundheit hier explizit werden. Das ist auch, meine Damen und Herren, zu verstehen, dass hier gemeinsam, ich komme zum Schluss, wir Fortschritt auch in der globalen Gesundheit gestalten werden. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Entwo Ullmann aus der FDP-Fraktion, auch er Arzt, ich habe es eingangs gesagt. Zwei Ärzte kommen übrigens noch. Seien Sie gespannt. Und der Ausdruck heißt natürlich innere Medizin und nicht Innenmedizin. Wir haben etwas vom Innenausschuss verwirrt gerade. Ampult Dietrich Mondstadt aus der Unionsfraktion, auch er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen, meine Herren, die parlamentarische Sommerpause hat uns allen deutlich gezeigt, es herrscht in allen Bereichen Chaos in der Regierung, gerade und vor allem in der Gesundheitspolitik. Spiegelbild auch dafür ist dieser vorgelegte Haushaltsentwurf. Der Gesundheitsetat schrumpft auf 22 Milliarden Euro, ohne dass es ein Konzept gibt, dass das Gesundheitssystem die anstehenden Probleme oder gar die Folgen der Corona-Pandemie angeht. Herr Kollege Ullmann, dies als Fortschritt zu bezeichnen, da fehlt mir einfach die Fantasie. Dass der Zuschuss, meine Damen und Herren, für die Krankenkassen nach der Pandemie von 30 Milliarden wieder auf 14,5 Milliarden Euro zurückgeführt wird, zeigt, wie konzeptlos bei der Stabilisierung der Finanzen im Gesundheitssektor vorangegangen wird. Herr Minister, ein Problem sind die Umsetzungsfristen für Maßnahmen des Krankenhaus-Zukunftsfonds. Bereits 2020 hat die Union zusammen mit der SPD ein milliardenschweres Förderprogramm aufgelegt, um den digitalen Ausbau der Krankenhäuser voranzutreiben. Doch mittlerweile belasten die Umsetzungsfristen unsere Krankenhäuser. Ab 01.01.2025 sind einige Leistungen sanktionsbehaftet. Das führt dazu, meine Damen und Herren, dass diese Projekte erst gar nicht angegangen werden. Dazu kommen galoppierende Strom- und Gaspreise, die unsere Krankenhäuser, ist hier wiederholt angesprochen worden, vor enorme finanzielle Herausforderungen stellen. Eine Antwort darauf gibt der Haushaltsentwurf nicht. Aber, Herr Minister, Sie haben heute angekündigt, Sie wollen dort helfen. Zwar angekündigt, aber wir werden Sie dort beim Wort nehmen. Meine Damen und Herren, jedes Mal, wenn ich hier stehe, frage ich Sie, Herr Minister, was passiert mit der Umsetzung der nationalen Diabetesstrategie? Jedes Mal muss ich Sie auf die Dringlichkeit dieses Themas hinweisen, ohne dass irgendwas passiert. Sinnvolle Initiativen gibt es bereits, wie zum Beispiel eine nationale Diabetesdatenbank, die dazu beitragen könnte, Unter- und Überversorgung in einzelnen Regionen oder Patientengruppen zu identifizieren. Das würde zu einer Kostenstraffung und effizienteren Finanzierung von Behandlungen führen. Daten aus Israel zeigen uns, wie eine Datenbank moderne Diabetesversorgung unterstützen kann. Herr Minister, Ihr anstehender Besuch in Israel gibt Ihnen die Chance, sich dort auch zu diesem Thema zu informieren. Meine Damen und Herren, auch die Daten der Adipositas entwickeln sich alarmierend. In Deutschland sind es fast 60 Prozent der Erwachsenen, circa 30 Prozent der Jungen und 27 Prozent der Mädchen, die übergewichtig sind und adipös sind. Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit der Corona-Pandemie dicker geworden. Eine ganze Generation ist von diesem Übergewicht betroffen. Experten und Ärzte mahnen, dass es sich um eine nie dagewesene Gewichtszunahme handelt. Herr Minister, richtige Prävention, vernünftige Präventionspolitik liegt in Ihren Händen. Mein Appell an die Bundesregierung, handeln Sie schnell, effektiv und nachhaltig, handeln Sie jetzt. Meine Damen und Herren, die Inaktivität dieser Regierung macht mir und uns auch an anderer Stelle große Sorgen. Das wichtige Thema der EU-Medizinprodukte-Verordnung, MDR, muss von der Regierung deutlich ernsthafter angegangen werden. Ich begrüße ausdrücklich den im Juli 2022 begonnenen Dialogprozess bei der Implementierung dieser Verordnung. Doch Dialog alleine reicht nicht aus. Wir brauchen Lösungen. Ansonsten verlieren wir geschätzt 10 Prozent insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen und ca. 40 Prozent der zugelassenen Medizinprodukte. Die Lage ist dramatisch. Wir, das heißt alle betroffenen Patienten, Anwender oder Unternehmen, brauchen jetzt Entscheidungen. Medtech-Unternehmen müssen jetzt Entscheidungen darüber treffen, welche Produkte am Markt gehalten werden können und welche nicht. Nicht jedes Produkt, welches aus dem Markt genommen wird, steht für die Versorgung auf Dauer nicht mehr zur Verfügung. Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf ist eindeutig ein Rückschritt, vor allem in den von mir angesprochenen Bereichen. Wir läden ihn entschieden ab. Herzlichen Dank. Dietrich Mondstadt war das aus der Unionsfraktion, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und der nächste Redner ist jetzt nicht Arzt im klassischen Sinne, aber Dr. Med der Neurobionik, Christos Spadazis aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Herausforderungen der letzten Jahre, wie der Corona-Pandemie sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, haben zu einer schwierigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage geführt. Infolgedessen sehen wir uns mit einer angespannten Haushaltssituation des Bundes und der Sozialversicherungsträger konfrontiert. So steht die gesetzliche Krankenversicherung, die tragende Säule unseres Solidarsystems, unter einem enormen finanziellen Druck. Bereits seit 2019 schreibt sie rote Zahlen. Ein anhaltender Reformstau hat zu einem Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben und folglich zu einem milliardenschweren Defizit geführt. Allein im nächsten Jahr fehlen ihr mindestens 17 Milliarden Euro. Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Diese Zahl macht einmal mehr deutlich, es herrscht akuter Handlungsbedarf. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen bekennen wir uns als Fortschrittskoalition, ich zitiere, zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Zur kurzfristigen Deckung der Finanzlücke steht das vom Bundeskabinett nun beschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz unter anderem vor, Beitragsreserven von Kassen- und Gesundheitsfonds heranzuziehen, Darlehen zu vergeben und letztendlich auch Zusatzbeiträge in einem moderaten Rahmen zu erhöhen. Für die SPD-Fraktion ist dabei maßgeblich, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Neben der Pharmaindustrie werden auch Ärztinnen, Zahnärztinnen, Apotheken und andere ihren Beitrag zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung leisten müssen. Für meine Fraktion kann ich ferner perspektivisch erklären, dass wir die im Koalitionsvertrag festgehaltene regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses sowie höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln auch weiterhin avisieren. Wir streben eine ausgewogene und nachhaltige Finanzierung aus Steuerzuschüssen, Effizienzsteigerungen, Einbeziehungen weiterer Einkunftsarten sowie auch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze an. Und hier freue ich mich, dass nach Jahren der Blockade nun die Union in der Opposition offenbar ihr, ich sage es mal so, sozialdemokratisches Herz entdeckt hat und sich genau diesen Forderungen angeschlossen hat. Die Lektüre der FATS, Herr Müller, hat mir wirklich sehr gefallen. Ich freue mich, Sie jetzt auch an unserer Seite zu wissen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wir halten nachhaltige Strukturreformen im Gesundheitssystem für unumgänglich, so zum Beispiel in der Krankenhauslandschaft. Die Notwendigkeit eines Strukturwandels wird mittlerweile auch von Krankenhausställen bestätigt. Erste Reformschritte für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung wurden mit der Einberufung der Regierungskommission, der Kollege Ullmann hat es schon gesagt, gemacht. Mittlerweile hat diese erste Vorschläge für die Bereiche Pädiatrie, Kinderchirurgie und Geburtshilfe vorgelegt. Weitere sollen folgen und dann Grundlage der Krankenhausreform werden, die ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden soll. Während der Bund also erste Schritte für den Strukturwandel unternimmt, müssen auch alle, es ist gesagt worden, Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen nachkommen. Niedersachsen beispielsweise wird dieser Verpflichtung bereits jetzt gerecht. Neben einem wegweisenden neuen Krankenhausgesetz stellen Ministerpräsident Weil und Gesundheitsministerin Behrens weitere 210 Millionen Euro für Krankenhäuser zur Verfügung. Das ist ein starkes Signal für eine stabile Gesundheitsversorgung, und ich hoffe sehr, dass weitere Bundesländer diesem Beispiel folgen werden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme abschließend zum Schluss und fasse zusammen. Auch unter schwierigen finanziellen Bedingungen wird sich die SPD-Fraktion weiterhin entschieden für ein solidarisches, sozialverträgliches und gerechtes Gesundheitssystem für alle einsetzen. Das Getreuen der Losung unseres Kanzlers niemanden zurücklässt, weder Hilfsbedürftige noch Beschäftigte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christos Pandazis und damit kommen wir vom Dr. Meta-Norobionik zu einem studierten Anästhesist und Intensivmediziner. Jetzt ist er Vorsitzender im Haushaltsausschuss, war der letzte Kanzleramtsminister der letzten Merkel-Regierung, Helge Braun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten, das ist eben mehrfach gesagt worden, einen Entwurf des Haushalts für Gesundheit, der von über 60 auf 22 Millionen Euro reduziert. Und das ist überall da auch sachgerecht, wo die hohen Aufwendungen der Vergangenheit durch die Corona-Pandemie inzwischen weggefallen sind. Aber Sie, Herr Lauterbach, haben hier davon gesprochen, dass es Ihr Ziel ist, die Krankenhäuser zum Beispiel in ihrer Belastung zu entökonomisieren. Und wenn man in diesen Haushalt hineinschaut, sieht man, der Kostendruck in der gesetzlichen Krankenversicherung wird im nächsten Jahr massiv steigen. Und die besonderen 70 Milliarden, die die Krankenhäuser in den letzten drei Jahren zusätzlich bekommen haben, sind allesamt gestrichen. Das heißt in der Konsequenz, dass die Krankenhäuser, die heute noch in ihrem Leistungsniveau etwa unter 20, also etwas über 80 Prozent von dem Niveau sind, was vor Corona war, haben 20 Prozent weniger Leistungsfähigkeit, insbesondere durch Personalprobleme. Sie haben die höheren Energiekosten. Sie haben zusätzliche Personalausgaben in Zukunft, auch durch Ihr Gesetz, was Sie im August vorgestellt haben. Und das alles führt dazu, dass die Krankenhäuser, dass wir Insolvenzen sehen werden. Und Sie lösen es nicht dadurch, dass Sie jetzt eine Strukturreform auf den Weg bringen, sondern Sie lösen es über Kostendruck. Und viele Menschen, die heute noch gerne im Krankenhaus arbeiten, die werden diese Lust in den nächsten Jahren verlieren, weil Sie nicht Reformen machen, sondern weil Sie versuchen, das Problem über den Kostendruck zu lösen. Ein Thema, was uns in der letzten Haushaltsberatung hier sehr intensiv beschäftigt hat und auch von Carsten Klein und Frau Pischotter hier angesprochen hat, war das Thema der Bürgertest. Und wir haben neben der Tatsache, dass wir es richtig fanden im Haushaltsausschuss, dass die Länder stärker in die Finanzierung eingebunden werden, einen sehr deutlichen Hinweis des Bundesrechnungshofs gehabt, dass die Kontrolle des Missbrauchs dieser Bürgertests verbessert werden muss. Und da haben wir Ihnen eine Maßgabe gegeben im Haushaltsausschuss, dass Sie sich darum kümmern sollen. Und dann ist was ziemlich Skurriles passiert. Eines Abends im Fernsehen sagen Sie, das Problem ist gelöst. Nächsten Morgen widerspricht Ihnen die Kassenärztliche Vereinigung. Dann setzen Sie sich mit der KV zusammen. Die KV ist die Institution in Deutschland, die das Thema Qualitätssicherung und Ausgabenkontrolle im Gesundheitswesen als zentrale Aufgabe hat mit weit über 10.000 Beschäftigten. Dann sagen Sie der KV zu und akzeptieren, dass die sagen, Sie können diese Kontrolle mit Ihrem gesamten Apparat nicht wahrnehmen und kommen dann auf die Idee, dem Robert-Koch-Institut, den Virologen, den Labormedizinern, den Immunologen, die dort strukturell an Fragen der Pandemie, der Gesundheit und des öffentlichen Gesundheitswesens arbeiten, denen die Ausgabenkontrolle in die Hand zu geben. Und ich bin ziemlich sicher, damit haben wir das Problem nicht gelöst, sondern wir haben es verschlimmert. Und ehrlich gesagt, mir ist es auch peinlich gegenüber den Experten im RKI, dass wir Ihnen diese Aufgabe übertragen haben. Nebenbei hatten Sie auch angekündigt, dass Sie die Surveillance, also die Frage, wie das Krankheitsgeschehen sich in der Bevölkerung entwickelt, international und national voranbringen wollen. Was wir jetzt sehen, ist, dass für die Krankenhaus-Surveillance über Atemwegserkrankungen Sie dem RKI sogar die Mittel streichen. Und es ist auch angeklungen bei mehreren, insbesondere bei Ihnen, Herr Ullmann, wie wichtig uns das Thema der internationalen Gesundheit, der globalen Gesundheit ist. Und das ist etwas, da haben wir die Mittel in der Pandemie hochgefahren. Aber jeder weiß doch, dass genau diese Aufgabe jetzt nicht vorbei ist, sondern eigentlich erst anfängt. Und die Tatsache, dass in diesem Haushalt die Mittel glatt halbiert werden gegenüber dem Vorjahresniveau, das kann man nicht damit begründen, dass die Pandemie vorbei ist, sondern das heißt, die internationale Gesundheit hat in diesem Haushalt keine Priorität. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir die Haushaltsberatung nutzen. Und da sind wir auch an Ihrer Seite, wenn die Koalition dazu bereit ist, dass wir im Bereich globale Gesundheit, internationale Gesundheit diesen Entwurf grundlegend überarbeiten müssen. Viel gesprochen worden ist auch über die gesetzliche Krankenversorgung und den Entwurf des Sicherungsgesetzes. Carsten Klein hat gesagt, er gibt uns einmal Luft, um sozusagen die Reformen auf den Weg zu bringen. Ich finde, dieser Entwurf gibt nicht Luft, er lässt die Luft raus. Die Mindestreserve bei den gesetzlichen Krankenkassen wird so abgesenkt, dass bei kleinen Kassen in der Größenordnung von drei Millionen plus nur ein bisschen liegt. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel bei so einer Erkrankung wie Spinalatrophie eine Einzeltherapie, also ein neuer Patient einer kleinen Krankenkasse Kosten von bis zu zwei Millionen Euro alleine verursachen kann, wird man sehen, dass kleine Krankenkassen, die plötzlich ein solches Risiko realisiert bekommen, dann in ernste Probleme kommen und dann wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen, weil sie die Zusatzbeiträge so erhöhen müssen, dass sie auf der anderen Seite nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Sie lassen die letzte Luft raus, ohne eine strukturelle Reform der GKV auf den Weg zu bringen. Und das ist auch keine gute Nachricht für die Zukunft. Carsten Klein hat auch angesprochen, dass dieses strukturelle Defizit von 17 Milliarden in den nächsten Jahren aufwächst auf über 30 Milliarden. Zwei Milliarden sind sie bereit, zusätzlich aus dem Bundeshaushalt zu decken. Den großen Anteil müssen die Bürgerinnen und die Bürger und die Arbeitgeber zahlen über die Zusatzbeiträge. Was sie aber auch tun, ist, dass sie aus dem Bundeshaushalt ein Darlehen von einer Milliarde zur Verfügung stellen. Und angesichts eines aufwachsenden strukturellen Defizits frage ich mich, wie soll denn dieses Darlehen von den Kassen in Zukunft jemals wieder zurückbezahlt werden? Sie wissen ganz genau, dass das nicht funktioniert. Und deshalb gibt es nur eine einzige Begründung für dieses Darlehen. Es ist nämlich eigentlich ein verlorener Zuschuss. Aber sie deklarieren es als Darlehen, weil sie es sozusagen als kleine Mogelpackung nicht auf die Schuldenbremse anrechnen wollen. Und ich rechne damit, sie werden mit diesem Darlehen in den nächsten Jahren weitermachen. Sie werden es immer höher machen und sie werden es nie zurückbekommen. Und damit ist es eine klassische Schummeldei. Sie halten die Schuldenbremse hier nicht ein. Diesem Entwurf können wir so nicht zustimmen. Vielen Dank. Elke Braun, Vorsitzender im Haushaltsausschuss des Bundestages, war der vorletzte Redner in der Debatte in der ersten Beratung des Einzelplans 15. Das ist der Etat für das Bundesgesundheitsministerium. Und da ist jetzt die letzte Rednerin, Linda Heitmann aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Prävention. Die medizinische Definition dieses Begriffes lautet durch zielgerichtete Maßnahmen Krankheiten vorbeugen und verhindern. Wir beraten hier heute den Gesundheitsetat. Und unsere Aufgabe ist es dabei auch, präventiv und vorausschauend zu handeln. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir in Deutschland leider wieder zugenommen. Und auch beim Thema Alkohol müssen wir leider sehen, dass die ersten Auswirkungen der Pandemie zeigen, Menschen, die vorher schon viel getrunken haben, haben während der Pandemie meist noch mehr getrunken und sind häufig sogar in eine Suchterkrankung gerutscht. Und viele alkoholkranke Menschen, die trocken waren, haben auch Rückfälle erlitten während der Pandemie. Ich finde deshalb, wir dürfen wirklich bei der Prävention in diesem Bereich nicht sparen. Denn jeder Euro, den wir hier investieren, der zahlt sich hinterher auch doppelt aus. Und ich beschäftige mich im Gesundheitsausschuss noch mit einer weiteren Folge der Pandemie, nämlich mit dem Phänomen von Long-Covid beziehungsweise Post-Covid. Denn viele Menschen in diesem Land betrifft das Thema einer Covid-19-Erkrankung leider deutlich länger, als sie die zwei Striche auf ihrem Test sehen. Wir sehen das Phänomen, dass von schlimmen Lungenerkrankungen bis hin zu starken Erschöpfungssymptomen wirklich die Infektion mit Covid-19 ihre Spuren hinterlässt. Und deshalb finde ich, auch das muss sich in unserem Haushalt widerspiegeln. Wir müssen hier in Forschung investieren, um zu Long-Covid genauere Aussagen zu kriegen, zielgerichtet Medikamente entwickeln zu können und auch die Behandlungen darauf auszurichten, dass diesen Menschen gut geholfen werden kann. 2022 haben wir damit im Haushalt schon angefangen und Geld für die Erforschung von Long-Covid-Medikamenten eingestellt. Das müssen wir 2023 auch fortführen und in allen Haushaltsetats gucken, dass wir vernünftig an dieses Phänomen herangehen. Weitere Themen, die mir in meinem Bereich wichtig sind, für die reicht hier leider meine Redezeit nicht mehr. Aber gerade auch die Sprachmittlung im Gesundheitswesen ist mir ein wichtiges Anliegen, denn auch das ist Prävention, dass Menschen, die Sprachbarrieren haben, besser behandelt werden können, zielgerichteter verstehen, was Ärztinnen und Ärzte ihnen zu vermitteln versuchen. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam in diesem Haushaltsentwurf gucken, dass wir überflüssige Kosten im Gesundheitswesen durch vernünftige Präventionsmaßnahmen verhindern. Dazu werde ich mich gern mit in die Beratungen einbringen und freue mich drauf. Vielen Dank. Linda Heitmann war die letzte Rednerin in der ersten Beratung des Etats für den Bundesgesundheitsminister. 22 Milliarden stehen auf der Liste. Da wird es die eine oder andere Veränderung noch geben in den Beratungen im Haushaltsausschuss, im Gesundheitsausschuss. Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs, verlassen die Beratungen für das Haushaltsgesetz 2023, also den Haushaltsetat, sondern es geht jetzt um die Stärkung des Schutzes der Bevölkerung vor Covid-19 oder vereinfacht gesagt, es geht um das Infektionsschutzgesetz und dessen Änderungen, das hier vorgelegt worden ist von der Ampelkoalition. Und da geht es um wesentlich mehr als nur die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden oder in Fernzügen oder in Flugzeugen ab kommendem Herbst und Winter. Neben diesem Gesetzentwurf liegen hier vor Anträge aus der Unionsfraktion, aus der AfD und der Linken, die sich auch mit diesem Themenfeld beschäftigen. Das wird jetzt diskutiert, wenn ich es gerade richtig im Blick habe, gut 90 Minuten lang. Dann wird namentlich über den Gesetzentwurf abgestimmt. Herr Lauterbach wird vielleicht den Auftakt machen bei dieser Debatte. Er hat ja schon angekündigt, dass er Details zum Thema Infektionsschutz und Covid-19 hier in diese seine Rede reinschieben werde. Deswegen hat er sich vorhin, als es um seinen Etat ging, dazu noch nicht besonders ausführlich geäußert. Jetzt also der Bundesgesundheitsminister. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, wir gehen jetzt in den dritten Herbst der Pandemie und wir wissen wirklich nicht, wie die Pandemie sich im Herbst entwickeln wird. Der Expertenrat der Bundesregierung hat mit drei Szenarien gearbeitet, einem leichten Szenario, einem mittelschweren Szenario und einem schweren Szenario. Das mittelschweren Szenario ist im Moment am wahrscheinlichsten und sehe vor, dass wir mit einer Variante wie der derzeit dominierenden BA5-Variante zu tun hätten oder einer vergleichbaren Variante wie BA275. Egal, was kommen wird, egal, was das Szenario zum Schluss sein wird, wir werden diesmal sehr gut vorbereitet sein. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden im Herbst die Lage gemeinsam im Griff haben mit der Vorbereitung, die wir hier haben. Ich will das hier auch ausleuchten. Wir haben im Prinzip mit vier grundsätzlichen Initiativen die Vorbereitung gestartet. Zum einen, wir sind mit Impfstoffen jetzt ausgestattet, die sehr wirksam sind. Zum zweiten, wir haben eine viel bessere Arzneimitteltherapie organisiert. Zum dritten, wir haben eine viel bessere Datenlage, als wir sie jemals gehabt haben. Zum vierten, wir haben ein Infektionsschutzgesetz vorbereitet, womit wir auf jedes der drei Szenarien sofort reagieren könnten. Ich fange mit der Impfkampagne und mit den Impfstoffen an. Wir haben Impfstoffe, die für die Varianten, die wir derzeit kennen und sehen, eine sehr gute Wirkung haben und somit nicht nur besser schützen vor schwerem Verlauf, sondern von den Studien, die wir derzeit haben, auch abgeleitet, besser schützen vor der Infektion. Das heißt, wir können über die Impfungen auch die Zahl der Infektionen wieder zurückdrängen. Das sind Impfstoffe, die besonders gut wirken für diejenigen, die besonders gefährdet sind. Wir werden in den nächsten Wochen eine Kampagne machen, dass jeder genau versteht, wie diese Impfstoffe wirken, für wen sie besonders geeignet sind. Wir werden die Impfstoffe auch so verteilen, dass sie leicht zugänglich sind über die Impfzentren, über die Praxen, über die Apotheken. Ein leichter Zugang von Impfstoffen, die gut wirken, über die wir gut aufgeklärt haben, im Rahmen einer deutschlandweiten Kampagne. Ich möchte hier noch einmal ganz ausdrücklich sagen, es wird immer wieder bemängelt, wenn ich über Medikamente spreche. Das wäre nicht angemessen, wir würden Reklame für Medikamente machen. Wir können dankbar sein, dass wir jetzt erstmalig Medikamente haben, die bei den älteren Menschen und bei den Menschen, die Risikofaktoren haben, die Sterblichkeit um 80 bis 90 Prozent reduzieren. Wir können alle dankbar sein, dass wir diese Medikamente haben. Wir können dankbar sein. Und dieser pauschale billige Vorwurf gegen die pharmazeutische Industrie ist nicht platziert. Die pharmazeutische Industrie hat diese Medikamente entwickelt. Wir werden sie anwenden. Wir nutzen sie derzeit zu wenig. Aber damit können wir die Zahl der Todesfälle reduzieren. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass wir jetzt jeden Tag 100 Menschen sterben. Wir dürfen das nicht zur Normalität werden lassen. Wir müssen die Impfung, das sein wird, müssen wir die Sterblichkeit senken. Das ist so ein moralischer Pflicht. Herr Minister, es gibt eine Zwischenfrage aus der AfD. Möchten Sie die zulassen? Auf keinen Fall. Ich komme zu dem dritten Punkt, der Pandemieradar. Wir haben diesmal auch deutlich bessere Daten. Bis zu 2.000 Krankenhäuser haben wir über das DEMIS-System an das Robert-Koch-Institut angeschlossen, sodass wir tagesaktuell die Fallzahlen haben, die behandelt werden. Wir haben die tatsächlich belegbaren Betten. Wir haben zu jedem Zeitpunkt auch die Entwicklung der Pandemie. Wir haben ein Abwassermonitoring zum ersten Mal. Wir haben die Fallzahlen aus den Intensivregistern. Wir werden auch erstmalig besser unterscheiden können, wer kommt wegen Covid ins Krankenhaus, wer kommt mit Covid ins Krankenhaus. Die Krankheit wird aber mit Covid verschlimmert oder man stirbt sogar an einer anderen Krankheit, aber die wäre ohne die Covid-Infektion nicht so tödlich verlaufen. Oder ist es eine Covid-Infektion, die sich auf den Krankheitsverlauf nicht auswirkt. Somit können wir deutlich bessere Daten tagesaktuell anbieten. Daran haben wir monatelang gearbeitet. Das ist viel zu spät gekommen. Das ist genau das, was uns im letzten Herbst gefehlt hat. Und jetzt haben wir es vorbereitet über den Sommer. Wir werden es nutzen. Und schließlich der vierte Punkt. Ich komme zum Infektionsschutzgesetz. Das Infektionsschutzgesetz erlaubt es uns, auf jedes der drei Szenarien sofort einzugehen. Wir haben Basismaßnahmen, aber wir können zusätzliche Maßnahmen einbringen über die Länder, wenn dies notwendig ist. Wir schützen im Fernverkehr, in der Bahn, im Fernverkehr, in Bussen. Wir schützen dort mit der FFP2-Maske diejenigen, die dort lange Strecken fahren. Wir schützen in den Krankenhäusern, in den Kliniken, in den Praxen, in den Pflegeeinrichtungen über den verschärften Schutz mit der FFP2-Maske deutlich besser als in der Vergangenheit. Und werden somit in diesen Bereichen, wo wir sonst viele gefährliche Infektionen erwarten müssen, werden wir die Zahl der Infektionen deutlich senken. Ich möchte das hier klar sagen. Ich höre das oft. Jetzt haben wir hier leichtere Varianten. Und trotzdem wird die Maskenpflicht hier verschärft. Wir gehen jetzt über von der OP-Maske zur FFP2-Maske. Macht das Sinn? Eine harmlosere Variante und trotzdem die wirksamere Maske. Ja, und zwar deshalb, weil die weniger gefährliche Variante deutlich ansteckender ist. Daher ist es wissenschaftlich sicher. Wir müssen die Masken so bewerten. Wenn wir Masken tragen, müssen sie auch wirken. Und bei diesen Varianten wie BA 275 oder BA 5 wirken nur die FFP2-Masken sicher. Daher bedanke ich mich, dass Kollege Buschmann, aber auch die Fraktionen hier mitgegangen sind und haben dem wissenschaftlichen Sachstand Platz gemacht. Ich weiß, dass das schwer zu erklären ist. Aber es gibt auch Leute, denen werden wir das niemals erklären können. Aber darauf verzichten wir. Wir halten zusammen. Wir gehen mit der Wissenschaft. Das waren auch die Experten. Wir gehen mit dem Expertenrat. Und die niederträchtigen Bemerkungen von der Seite werden nicht dazu beitragen, dass wir das nicht umsetzen. Weil mittlerweile auch in der Medizin das Konsens ist. Die Wissenschaft geht voran. Wir steigen da nicht mehr aus. Ich komme zu den weiteren Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Wir erlauben es den Ländern, wir ermöglichen es den Ländern, die Maskenpflicht in den Innenräumen wieder einzuführen, sollte dies medizinisch geboten sein. Wir ermöglichen es den Ländern, mit Testungen die Maskenpflicht zu ergänzen. Wir ermöglichen es den Ländern, mit frischen Genesenen- und Impfnachweisen, das Einlassmanagement in den Innenräumen, in der Gastronomie, bei den Veranstaltungen zu verbessern. Wir ermöglichen es, indem wir die Corona-Warn-App vereinfachen, indem dort ein frischer Test, eine frische Impfung oder einer frischen Genesenen-Status mit einer grünen Farbe sofort erkennbar ist. Somit ermöglichen wir es den Ländern, zielgenau, je nach pandemischer Lage, genau das anzubieten, was notwendig ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber die Länder sind dann zu jedem Zeitpunkt vorbereitet und können auf diese Maßnahmen und werden auf diese Maßnahmen auch zurückgreifen. Es gebe jetzt noch den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Von der CDU, ja. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Bundesminister Dr. Lauterbach, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. Zum einen, Sie haben gerade davon gesprochen, dass die Länder die Möglichkeit erhalten sollen, zielgenau in den Innenräumen eine Maskenpflicht anordnen zu können. Und ein Verzicht auf eine mögliche Maskenpflicht dann bei entsprechenden Testungen oder eine Impfung nach drei Monaten möglich wäre. Sie sprechen von zielgenau. Der Punkt ist aber, im Gesetzentwurf stehen nur unbestimmte Rechtsbegriffe. Die Länder wissen nicht, ab welchen Schwellen sie überhaupt eine Maskenpflicht anordnen können. Wenn wir den Begriff der Verhältnismäßigkeit, weil es auch um Grundrechte und Grundrechtseingriffe geht, ernst nehmen, dann meine ich schon, hätten Sie in diesem Gesetzentwurf ganz konkrete Schwellenwerte festlegen müssen, ab denen die Länder befugt sind, entsprechende Maskenpflichten anzuordnen. Zweiter Punkt, nochmal zurückkommen zur Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln. Mit diesem Gesetzentwurf wird ja in den Flugzeugen die Maskenpflicht abgeschafft, während in den Fernzügen die Maskenpflicht durch FFP2-Maske verschärft wird. Könnten Sie nochmal erklären, was denn vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit der Unterschied zwischen einem Flugzeug und einem IC-Waggon ist? Ich will jetzt nicht die HEPA-Filzer hören, weil typischerweise in Flugzeugen sind übrigens die Menschen enger zusammen, übrigens auch zwei oder drei Stunden, und in den Fernzügen nicht. Vielleicht könnten Sie das nochmal evidenzbasiert darlegen, auch mit Verweis auf die Regelungen in anderen europäischen Staaten. Ja, die erste Frage ist eine sehr wichtige Frage. Wieso haben wir keine fixen Grenzwerte genommen, zum Beispiel einen Inzidenzwert? Oder beispielsweise so und so viele Betten sind belegt? Naja, beim Inzidenzwert wird zum Beispiel davon abhängen, was ist für eine Variante? Wie gefährlich ist die Variante? Oder wenn Sie jetzt bei den Betten aussprechen, dann ist die Frage, wie lange liegen die Leute? Was sind das für Betten? Somit ist die beste Umsetzung, und das haben uns auch die rechtsgelehrten, aber auch die erfahrenen Experten gesagt, und da bin ich auch der Expertise von Kollegen Marco Buschmann gefolgt, die beste Arbeitsweise ist hier, dass man die sogenannte Gesamtschau heranzieht, aber bei der Gesamtschau müssen Daten berücksichtigt werden. Somit die schnelle Antwort ist, Daten ja, und damit haben wir mit dem Pandemieradar viel vorbereitet, also ja, Daten, aber keine fixen Grenzwerte. Das ist der rechtliche Stand. Damit arbeiten wir, und das ergab auch übrigens die Auswertung der Gerichtsurteile in der Vergangenheit. Die Gerichtsurteile in der Vergangenheit haben in der Regel die getroffenen Maßnahmen dann bestätigt, wenn eine Gesamtschau mit Daten gegeben wurde, wenn man aber nicht versucht hat, mit einem fixen Grenzwert das zu arrondieren. Somit ist das die Lage, und da bin ich wirklich Marco Buschmann auch dankbar. Wir haben darüber sehr viel gesprochen, und wir haben uns auch mit Rechtsexperten sehr intensiv ausgetauscht. Es klingt zunächst einmal weniger plausibel, aber es ist so. Viele Daten, ich sage mal, in der Vergangenheit hatten wir wenig Daten, aber fixe Werte. Diesmal haben wir viele Daten, aber arbeiten ohne fixe Werte. Das wird besser sein. Der zweite Punkt ist, wo liegt der Unterschied zwischen einem Zug und einem Flug? Zunächst einmal, es geht in Deutschland ja um die Gesamtgefahrenabwehr. Es sind in Deutschland natürlich sehr viel mehr Züge unterwegs und sehr viel mehr Menschen in Zügen unterwegs als Fliegen. Und zum Zweiten, es ist einfach so, obwohl die Luftdurchwälzung im Flugzeug nicht perfekt ist, ist sie doch deutlich intensiver, auch ausweichlich der Studien, als in einem Bus oder in einem Zug. Somit ist das ein großer Unterschied. Daher sind die Züge deutlich gefährlicher und betreffen auch eine viel größere Gruppe von Menschen. Dennoch ist es so, wenn die pandemische Lage es notwendig macht, dann können wir und werden wir als Regierung auch in den Flugzeugen die FFP2-Maske wieder einführen. Also wenn es tatsächlich pandemisch notwendig ist, dann haben wir dafür die Verordnungsermächtigung und werden das auch tun und werden dann auch nicht zögern, das zu tun. Aber jetzt kann man das gut vertreten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man von der FFP2-Maske in den Flugzeugen noch Abstand nehmen, insbesondere da sie sehr schwer durchzusetzen ist. Die Flugbegleiter können das zum Teil nicht durchsetzen und mussten ganze Flüge abgesagt werden, weil es nicht durchsetzbar war. Ich komme zum Schluss. Wir werden in diesem Herbst sehr gut vorbereitet sein und wir sind auch gut vorbereitet, wenn das passiert, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht voraussage. Aber wenn es wirklich so wäre und wir hätten tatsächlich eine Entwicklung, dass wir hohe Fallzahlen haben, viele Patienten mit großem Schweregrad, mehr Sterblichkeit und auch viele Long-Covid-Fälle, dann haben wir das Instrumentarium, um zu reagieren. Dann kann die Maskenpflicht ausgedehnt werden in den Innenräumen mit der Testung, ohne dass eine Impfung oder ein Genesenenstatus eine Alternative ist. Dann können wir sogar die Maskenpflicht in den Außenräumen, zum Beispiel bei großen Veranstaltungen, können wir diese einführen. Und dann können wir auch Begrenzungen der Personen vornehmen, die an Veranstaltungen oder in Räume hineinkommen. Dann haben wir wirklich ein volles Instrumentarium. Somit, ich fasse zusammen, wir sind für alle drei Szenarien sehr gut vorbereitet. Wir werden die Lage im Griff haben. Wir werden versuchen, mit so wenig Einschränkung der Freiheit der Menschen wie möglich, aber mit so viel wie nötig zu verhindern, dass wir viele Tote haben, dass wir viele schwere Fälle haben, dass wir Long-Covid haben. Das schulden wir der Bevölkerung. Wir haben die Lage im Griff. Aber wir werden nicht zögern, die Instrumente, die wir haben, auch einzusetzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Gesetzentwurf der Koalition zu Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Er sieht Deutschland gut vorbereitet für den Herbst und was Corona angeht. Bessere Datenlage trage dazu bei und besser schützende Impfstoffe, die auch wieder mehr vor Infektionen schützen und nicht nur vor schweren Verläufen. Es gibt eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Eigentlich wollte ich gar keine Intervention stellen, aber die wirren und willkürlichen Regelungen hier lassen mir eigentlich keine andere Wahl, weil mich ähnlich wie den Kollegen aus der Union umtreibt, dass uns viele Bürger kontaktiert haben, die gesagt haben, Wir verstehen gar nicht diese Regelung mit, warum die Maskenpflicht im Flugzeug jetzt fallen soll. Hängt das damit zusammen, dass man jetzt den Bundeskanzler und den Wirtschaftsminister erwischt hat, dass sie ohne Maske geflogen sind und dass viele Bürger sagen, na, wenn die ständig ohne Maske fliegen, warum dann nicht wir? Die Bürger verstehen auch nicht, warum hier im Parlament nahezu 80 Prozent der Abgeordneten aller Fraktionen ohne Maske rumsitzen und sie plötzlich dann wieder im Zug FFP2-Maske tragen müssen. Das ist für die Menschen unverständlich, wenn hier 700 Abgeordnete ohne Maske rumsitzen können. Warum müssen sie es dann im Zug halten? Deswegen wüsste ich gerne von Ihnen, Sie haben in der Ausschusssitzung am Dienstag gesagt, es geht um europaweite Harmonisierung. Deswegen wird es im Flugzeug abgeschafft. Warum machen Sie nicht auch eine europaweite Harmonisierung im Bahnverkehr? Österreich, wenn Sie von Österreich kommen, wenn Sie von Frankreich kommen, in diesen Ländern gibt es keine Maskenpflicht. Wenn die Leute dann plötzlich nach Deutschland müssen, müssen Sie die Maske aufsetzen. Warum machen Sie eine europaweite Harmonisierung im Flugverkehr, aber keine europaweite Harmonisierung gleichzeitig im Bahnverkehr? Das wäre doch nur konsequent. Können Sie das mal eben bitte erklären? Herr Minister Lauterbach, Sie haben die Gelegenheit zu antworten, wenn Sie es wollen. Gut. Eine Harmonisierung ist in der Tat immer sinnvoll, aber nicht, wenn es eine Harmonisierung ist, so wie Sie sich diese Harmonisierung vorstellen, nämlich stetig nach unten mit immer weniger Sicherheit, dass mehr Menschen sterben. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Wir wollen tatsächlich eine Harmonisierung, wenn diese Harmonisierung dazu beiträgt, dass die Menschen sicher sind und nicht, wenn die Menschen sterben müssen, weil wir keine Regeln gemacht haben. Karl Lauterbach mit seiner Replik auf Martin Sichert aus der AfD-Fraktion und Bundestagsvizepräsident Kubicki, der die Leitung hier übernommen hat, hat jetzt ans Pult gerufen. Tino Sorge, den gesundheitspolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundesminister Lauterbach, als wir vor der Sommerpause hier an dieser Stelle standen, haben Sie uns versprochen, es würde im Hinblick auf die Pandemiebekämpfung im Herbst ein geordnetes Verfahren geben. Das, was wir erlebt haben, waren absurde Diskussionen über die Maskenpflicht in Flugzeugen versus Maskenpflicht in der Bahn. Das, was wir erlebt haben, waren 80 Seiten Änderungsanträge vor der finalen Ausschusssitzung, wenige Stunden vorher. Im Grunde kann man das, was Sie hier als geordnetes Verfahren angedeutet oder angekündigt haben, nur als Chaos am Verhandlungstisch beschreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb finde ich es auch so schade, dass heute wieder die Chance vertan wird, diesen Herbst so zu gestalten, einen zweiten Übergang in die Normalität. Mehr Eigenverantwortung, mehr Pragmatismus. Und wenn Sie schon davon sprechen, dass wir europäische Harmonisierung wollen, dann schauen wir doch mal, was die europäischen Nachbarn machen. Dann lassen Sie uns doch zumindest ansatzweise so vorgehen, wie das die europäischen Nachbarn machen, nämlich viel mehr Pragmatismus statt Alarmismus. Und diese Chance haben Sie heute wieder vertan, Herr Kollege Lauterbach. Und was viel, viel schlimmer an diesem Gesetzentwurf ist, dass er erhebliche handwerkliche Mängel hat. Es ist ja durchaus sinnvoll, dass wir sagen, natürlich brauchen die Länder vor Ort Maßnahmen, die Länder brauchen Möglichkeiten zu reagieren, individuell, wie dann die Corona, die pandemische Lage vor Ort im Herbst sein sollte. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass Sie nicht definieren, unter welchen Grundvoraussetzungen diese Maßnahmen dann anwendbar sein sollen. Das wäre genauso, als wenn Sie sagen, die Länder sollen mal den Verkehr regeln, das Tempo bestimmen, aber gleichzeitig nicht definieren, ob jetzt rechts- oder linksverkehr geht. Und das haben Sie hier wieder versäumt. Sie machen es sich dazu einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Und was viel, viel schlimmer ist, auch angesichts der Diskussion, die wir ja haben bei der Energiepreisdebatte. Und, Herr Kollege, Sie sind ja auch im Energiesektor unterwegs. Das Problem ist, es brennt überall lichterlos. Sie lassen die Kliniken allein. Die Ampel tut nichts, um den Kliniken finanziell unter die Arme zu greifen. Und ich sage Ihnen jetzt schon voraus, es wird im Herbst gefährlich für die Versorgung werden, falls es im Herbst zu weiteren Schließungen kommt. Und deshalb kann ich Sie nur appellieren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, lassen Sie die Kliniken nicht im Stich. Herr Kollege Sorge, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ullmann? Aber selbstverständlich lasse ich Sie zu. Herr Kollege Sorge, ich danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich würde gerne eine Gegenfrage stellen. Können Sie mir vielleicht berichten, was die Länder unter Unionsführung bisher unternommen haben, um die Krankenhäuser in dieser Krise zu unterstützen? Also, lieber Herr Kollege Ullmann, da wir ja sehr gut zusammenarbeiten, auch im Gesundheitsausschuss, wundert mich diese Frage sehr. Weil das ist ja im Grunde die Diskussion, die wir immer haben, dass dieses Pingpong-Spiel zwischen Bund und Land kritisiert wird, insbesondere Bayern. Aber auch viele andere Bundesländer haben ja bei der Frage der Investitionskostenverpflichtung erheblichen Nachholbedarf. Und deshalb ist es ja auch so schade, dass wir in der Debatte jetzt, wie wir diesen Gesetzentwurf verbessern können, nicht nur einen eigenen Antrag gestellt haben, einen eigenen Entschließungsantrag. Wir haben Änderungsanträge gemacht, wo wir gesagt haben, um die Kliniken zu unterstützen, beispielsweise im Vorsorge- und Reha-Einrichtungsbereich, wollen wir unabhängig von der pandemischen Lage zusätzliche Corona-Sonderzahlung zulassen. Und das haben Sie mit dem Argument abgelehnt, dass man das nicht braucht. Und das, glaube ich, ist ziemlich scheinheilig, was da passiert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb will ich auch noch mal auf einen Punkt hinweisen, um den Sie sich in dem Gesetzentwurf und als Ampel, als Bundesregierung schon seit Monaten herumdrücken, das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht. Mittlerweile sagen die meisten Akteure, Krankenhäuser, Pflegeheime, Wohlfahrtsverbände, die einrichtungsbezogene Impfpflicht brauchen wir nicht. Aber Sie schweigen zu dem Thema. Sie trauen sich nicht klar, Stellung zu nehmen. Und deshalb sagen wir Ihnen als Union ganz deutlich, wir können uns keine Personalengpässe erlauben. Die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit lassen sich nicht mehr rechtfertigen. Darum fordern wir Sie auf, setzen Sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht aus, besser heute als morgen. Im Fazit kann man festhalten, Sie haben heute wieder eine Chance vertan, für den Herbst einen wirklichen Plan auf den Weg zu bringen. Stattdessen sehen wir halbgare Kompromisse. Wir sehen Unklarheiten, unklare Rechtsbegriffe. Es wird zu einem Wirrwarr führen im Herbst. Schade, weil Sie es besser hätten machen können. Hätten Sie unseren Anträgen zugestimmt, dann wäre alles besser geworden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sorge. Als nächste Rednerin hält das Wort die Kollegin Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Haus! Es ist gerade bei der Vorstellung durch den Minister schon deutlich gemacht worden. Wir gehen in diesem Herbst handlungsfähig für den Ernstfall. Wir verbinden Vorsorge und Schutz. Und gleichzeitig achten wir darauf, dass die Schutzmaßnahmen so wenig eingreifend wie irgend möglich sind. Und diese Kunst ist uns gelungen, obwohl wir als Koalitionsfraktionen aus ganz unterschiedlichen Grundhaltungen kommen. Das will ich an dieser Stelle eindeutig festhalten. Und damit sind wir sehr viel weiter, als Sie im letzten Herbst uns hier die Republik hinterlassen haben. Da hatten wir kein Konzept, da hatten wir keine vernünftige Impfstoffbeschaffung. Wir haben ganz, ganz schnell aus den Reihen des Parlamentes für Schutz und Maßnahmen sorgen müssen. Das war die Situation, die Sie uns hinterlassen haben. Hier gehen wir vorbereitet in den Herbst und so, dass man sagen kann, mit Augenmaß und gleichzeitig handlungsfähig. Wir haben Impfstoffe parat. Wir haben antivirale Medikamente parat, die gerade diejenigen, die besonders gefährdet sind, schützen. Und wir haben einen Maßnahmenkatalog. Und dieser Maßnahmenkatalog wird gemäß den Empfehlungen des Expertenrats Basismaßnahmen enthalten, die bundesweit gelten und durch die Länder zu veranlassende Maßnahmen, die darüber hinausgehen können. Auch das entspricht dem, was die Wissenschaft uns empfohlen hat, in weiten Teilen. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Und wenn hier die CDU redet von Übergang in Normalität, Pragmatismus, Eigenverantwortung, wir hören das ja von allen Seiten, dann fehlen mir die anderen Worte. Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir es schaffen, dass alle in dieser Gesellschaft mitgehen können, dass alle in dieser Gesellschaft den notwendigen Schutz erfahren, an denen sie brauchen, und dass wir dafür Sorge tragen, dass es keine Überlastung sowohl der wichtigen Infrastrukturen im Gesundheitsbereich als auch generell gibt. Und dass das ein ganz, ganz wichtiges Parameter ist, was wir im Hintergrund haben müssen, ist doch sehr, sehr klar. Wir haben dieses Jahr zwei umfangreiche Wellen erlebt, die unsere Krankenhäuser, unsere Pflegeheime unter Stress gestellt haben, ohne Ende. Das können wir und sollten wir im Winter und im Herbst vermeiden, soweit wir das irgendwie können. Und dann wurde hier angemerkt, das sei alles nicht konkret genug definiert. Im Übrigen hat die Sachverständige in der Anhörung gesagt, es ist eine bedeutend bessere Konkretisierung und Definition vorgelegt worden, als das vorher der Fall war. Und wir müssen natürlich ganz, ganz klar sagen, Omikron ist eine ganz andere Variante, Corona-Variante, als die früheren Varianten. Wir können nicht mit den gleichen Schwellenwerten von damals arbeiten. Schwellenwerte alleine werden uns auch nicht den Weg aus dem Problem führen. Auch das ist in diesem Gesetz berücksichtigt worden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir mit den Kriterien mit dem zusätzlichen Monitoring da weite Schritte gehen. Was wir in den nächsten Monaten im Blick behalten müssen, das wird ja auch zu Recht angesprochen. Wir sind gewohnt, dass wir einen Corona-Schutzschirm hatten für alle Einrichtungen. Der existiert in dieser Art und Weise nicht mehr. Es überlagern sich aber gleichzeitig verschiedene Krisen, insbesondere auch die Energiekrise, die große Auswirkungen auf unsere Einrichtungen im Gesundheitswesen haben wird. Da müssen wir nachsteuern. Da werden wir jetzt auch in den Haushaltsberatungen und im Gesetzgebungsverfahren, was entlang von GKV-Finanzierung und Haushalt ansteht, noch mal hinschauen und sehr genau schauen, dass wir da zu Absicherungen kommen. Weil ganz klar ist, wir nehmen natürlich nicht in Kauf, dass diese wichtigen, lebensnotwendigen Infrastrukturen im Gesundheitswesen gefährdet werden. Sondern natürlich geht es um Versorgungssicherheit und Sicherheit insgesamt in allen Lebenslagen. Da komme ich zu dem weiteren Punkt. Wir haben die Kinderkrankengeldregelung weiter fortgeführt, die wir schon aus Corona kannten. Weil für uns ist die Pandemie nicht zu Ende. Wir müssen immer noch damit rechnen, dass es zu großen Wellen kommt. Und natürlich ist es gerade für die Familien eine ungeheure Herausforderung, wenn sie kranke Kinder haben oder aber Kinder, die zu Hause bleiben müssen, weil sie infiziert sind, dass sie das mit ihrem Berufsleben auch vereinbaren können. Da haben wir für Sicherungen gesorgt, genauso wie für die pflegenden Angehörigen. Auch die waren uns ein ganz, ganz großes Anliegen. In so einem Sinne, wir haben hier eine Vorlage, der Sie, wer verantwortlich handeln will, guten Gewissens zustimmen können. Eine Vorlage mit Augenmaß und gleichzeitig mit einem Maximum an Handlungsfähigkeit für den Fall, dass sich die Pandemie noch mal in größerem Ausmaß als Bedrohung darstellt. Wir sind gerüstet. Das ist genau richtig. Das ist verantwortliches Handeln. Und das ist in diesen Krisenzeiten, ich meine auch, ein richtiges Signal Richtung Optimismus. Wir wissen, wir sind handlungsfähig. Und das ist ein wichtiger Punkt. Dankeschön. Nach nur wenigen Alltagsauflagen im Sommer sollen jetzt für Herbst und Winter wieder mehr Corona-Schutzvorgaben möglich sein. Der Bundestag will also ein ganzes Gesetzespaket der Ampel dazu ja heute beschließen. Und Maria Kleinschmeink hat es angesprochen, auch mit, darin nicht nur die Änderung mit Infektionsschutzgesetz, sondern auch die Kinderkrankentage, also wenn Eltern wegen der Erkrankung eines Kindes zu Hause bleiben, bekommen sie als gesetzlich versicherte bis Ende 2023 weiterhin zusätzliche Kinderkrankentage pro Kind wieder, um den Schulbesuch zu ermöglichen. Pro Kind, Verzeihung, sind es 30 Arbeitstage je Elternteil. Kai-Uwe Ziegler für die AfD jetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Ich zitiere. Ich schlief, als ich den schwersten Anruf meines Lebens bekam. Der Arzt sagte, dass das Herz meines Vaters zu schlagen aufgehört habe. Wir konnten uns nicht von ihm verabschieden. Erst in der Leichenhalle begegnete ich meinem Vater wieder. Ich konnte nur auf den Leichensack starren, da wegen der Ansteckungsgefahr nicht geöffnet werden durfte. Als die Menschen vom Bestattungsinstitut meinen Vater abholten, trugen sie Schutzanzüge. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Sie brachten ihn direkt ins Krematorium. Ich konnte meinen Vater erst wieder in den Arm nehmen, als ich die Urne nach Hause brachte. Meine Damen und Herren, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ziegler. Nächster Redner ist für die Bundesregierung Herr Bundesminister Dr. Marco Buschmann. Ja, der Bundesjustizminister jetzt hier am Rednerpult. Es war ja bei diesen neuen Corona-Regeln auch ein Miteinander, aber auch ein Ringen zwischen Gesundheitsministerium und Justizministerium. Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Die Fortschrittskoalition steht für eine bessere Corona-Politik. Sie ist transparenter, sie ist parlamentarischer, sie stärkt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Grundrechte. Das ist das Fazit, das der Staatsrechtler Oliver Lepsius vor wenigen Tagen in der Tageszeitung die Welt gezogen hat. Und dem ist nichts hinzuzufügen, denn das ist die Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben die epidemische Lage von nationaler Tragweite beendet, noch bevor wir eine Regierung gebildet haben. Und wir haben im Frühjahr dieses Jahres fast alle Corona-Schutzmaßnahmen beendet. Das war damals sehr umstritten. Wir sind Gegenstand von intensiver Kritik gewesen. Aber mit dem Wissen von heute können wir sagen, dass es richtig war. Denn wir sind gut durchs Frühjahr und gut durch den Sommer gekommen. Und ich bleibe bei einem. Wenn es nicht nötig ist, in Grundrechte einzugreifen, dann ist es nötig, nicht in Grundrechte einzugreifen, meine Damen und Herren. Aber, und das gehört zu einer rationalen Politik eben genauso dazu, wenn uns eben eine breite Gruppe an Experten, fast alle seriösen Experten sagen, dass man auch in diesem Winter nicht sicher sagen kann, aber mit einer Verschärfung der Lage rechnen muss, dann sind wir es auch schuldig, den Staat handlungsfähig zu machen, und zwar auch in Abwägung mit Verhältnismäßigkeit und Grundrechten. Und genau das leistet dieser Gesetzentwurf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil es dazu so viele Falschbehauptungen und auch Missverständnisse gibt, will ich zu einzelnen Punkten ein paar Anmerkungen machen, um hier für Klarheit zu sorgen. Wir beschließen heute über 28 B des Infektionsschutzgesetzes. Der enthält keine Lockdowns, keine Betriebsschließungen, keine Schulschließungen, keine Demonstrationsverbote. Und egal, wie häufig man es auf Twitter behauptet, es bleibt eine Lüge, meine Damen und Herren. Und wenn Leute auf den alten 28a verweisen, ich will den Hinweis geben, das ist die alte epidemische Lage von nationaler Tragweite, das hat diese Koalition abgeschaltet. Und es müsste sich schon die Hölle unter uns auftun, bis wir den anfassen. Das haben wir nicht mal in der schweren Deltawelle im letzten Winter getan. Das bitte ich einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Und lieber Herr Kollege Sorge, ich finde es ja gut, dass Sie sich für Maßhalten bei Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen. Aber sagen Sie das mal bitte Ihren Ministerpräsidenten, das Bundesland Bayern, das Bundesland Hessen und das mittlerweile leider schwarz-grüne Bundesland Nordrhein-Westfalen haben nach Kontaktbeschränkungen und 2G, 3G Zugangsbeschränkungen gerufen. All das machen wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will zweitens einen Hinweis geben, weil ich immer wieder von bundeseinheitlichen Maskenpflichten in Innenräumen lese. Wenn die Lage das gebietet, können Bundesländer, wahrscheinlich, wenn es die Lage das gebieten würde, würden es auch alle tun, zu so einem Instrument greifen. Aber das Einzige, was der Bundesgesetzgeber bundeseinheitlich qualitativ an zusätzlichen Maßnahmen anordnet, das ist ein höherer Sicherheitsstandard in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Ich will mal eines sagen, dort leben besonders viele alte, vulnerable und schutzbedürftige Menschen. Die haben wir in den vergangenen Corona-Wellen als Staat häufig im Stich gelassen. Und das ist keine übermäßige Belastung, wenn wir unsere betagten Kranken und Alten Eltern und Großeltern vor Tod und Krankheit schützen wollen. Das ist eine verhältnismäßig vernünftige Maßnahme. Ich will auch eines sagen, im Gesetz stehen Ermächtigungsgrundlagen für die Länder. Damit können die Länder je nach Lage verantwortungsbewusst umgehen. Es muss kein Land, wenn es der Meinung ist, etwas zu tun, die Maske überall anwenden, sondern je nach Lage. Man kann das in Behörden machen, man kann auch Bereiche rausnehmen. Und warum tun wir das? Weil die Länder über zwei Jahre konkrete Pandemiebekämpfungserfahrungen haben. Wer, wenn nicht die Länder vor Ort, müssen denn wissen, ob man die Gastro rein- oder rausnehmen soll, ob man die Hochschulen rein- oder rausnehmen soll. Und das ist vernünftig. Gefahrenabwehr ist im deutschen Föderalismus immer Ländersache gewesen, meine Damen und Herren. Zwei Bemerkungen noch. Eine Bemerkung zur Schule. Da haben wir am intensivsten miteinander diskutiert. Denn eins ist doch klar, wenn es eine Gruppe gibt, die besonders gelitten hat in den letzten Jahren, dann waren es die Schülerinnen und Schüler in diesem Land. Und deshalb war das Recht auf Bildung uns so besonders wichtig. Und ich will mal das, was im Gesetz steht, übersetzen. Dort steht im Grundsatz, es findet Präsenzunterricht ohne Maske statt. Und von diesem Grundsatz gibt es für die jungen Schüler bis zur Grundschule keine Ausnahme. Und wenn man für die älteren Schüler eine Ausnahme machen will, dann nur, wenn die Alternative wäre, dass kein Präsenzunterricht mehr stattfindet. Ich muss doch sagen, es ist doch besser, wenn Schülerinnen und Schüler mit der medizinischen Maske Präsenzunterricht bekommen, als wenn wir sie massenweise nach Hause schicken müssen. Das ist doch vernünftig, meine Damen und Herren. Und deshalb, ich komme zum Schluss. Wir können natürlich nicht ewig weitermachen mit dem An- und Abschalten von Maßnahmen. Und natürlich wird Corona ab einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemeinen Lebensrisiko gehören, ob uns das gefällt oder nicht. Und meine persönliche Hoffnung ist, meine persönliche Hoffnung ist, dass das der letzte Winter mit Corona-Schutzmaßnahmen war. Herzlichen Dank. Ja, sagt hier der Bundesjustizminister Marco Buschmann, die künftigen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz, die sollen gelten vom 1. Oktober bis 7. April 2023. Und Marco Buschmann hat es ja noch mal ausgeführt. Die Länder können Vorgaben verhängen und bei kritischer Lage auch ausweiten. Katrin Vogler für Die Linke, jetzt die gesundheitspolitische Sprecherin. Frau Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer und Zuschauer. Ja, die Bundesregierung ist nicht zu beneiden. Fortschreitende Klimakrise, Inflation, Angriffskrieg, Putins Gasembargo. Und dann, auch wenn wir es wirklich nicht mehr hören können, immer noch und immer wieder Corona. So viele Baustellen, so viel drängender Handlungsbedarf. Aber wenigstens am letzten Punkt, da haben doch viele Leute gehofft, dass es jetzt im dritten Pandemiejahr mit einem Karl Lauterbach als Gesundheitsminister mal nicht erst auf den letzten Drücker ein halbgares Maßnahmen-Murkspaket durchs Parlament gepeitscht wird, sondern dass frühzeitig geplant und sorgfältig beraten wird, alle die wurden schmerzlich enttäuscht. Und, Herr Minister Buschmann, wenn Sie sagen, wir seien gut durch den Sommer gekommen, was sagen Sie den Angehörigen der über 3.000 Menschen, die in diesem Juli an Corona oder mit Corona verstorben sind, was viel, viel mehr sind, das ist ungefähr mehr als das Zehnfache von dem ist, was im Juli 2020 und im Juli 2021 an Todesfällen gab. Was sagen Sie denen? Und, Herr Minister Lauterbach, Sie sagen, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Ich glaube nicht. Ich frage mich zum Beispiel, warum im dritten Pandemiesommer diese Bundesregierung nicht die Gelegenheit genutzt hat, die Schulen nicht nur verbal in ihrem Gesetzentwurf auf den Winter und Herbst vorzubereiten, sondern tatsächlich mit Luftfiltern und mit einer Strategie, dass die versprochene Verhinderung von Schulschließungen und Fernunterricht tatsächlich umgesetzt werden kann. Das frage ich mich doch. Also, ja, offensichtlich haben Sie sich ja lange nicht einigen können. Sie haben uns dann sehr kurzfristig umfangreiche Änderungen noch mal zu Ihrem eigenen Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt. Und dann haben Sie aber noch auf die Lobby gehört. Das kann man doch niemandem erzählen, dass man in Nahverkehrszügen vielleicht, in Fernverkehrszügen ja, aber in Flugzeugen keine Maske tragen muss. Und, Herr Lauterbach, Sie waren ja ganz ehrlich zu uns im Gesundheitsausschuss. Das fand ich wirklich beeindruckend. Sie haben uns genau beschrieben, wie die Lobbyisten von der Lufthansa AG zu Ihnen in die Bundesregierung gekommen sind und gesagt haben, ja, das ist alles so schrecklich kompliziert und unser Personal ist belastet mit der Durchsetzung der Maskenpflicht und vielleicht verzögern sich dadurch auch Flüge. Ja, meinen Sie denn, im Fernverkehr, das Personal ist nicht belastet mit der Durchsetzung der Maskenpflicht? Die Leute in Bussen und Bahnen, die da eigentlich nur die Fahrkarten kontrollieren sollen, die sind nicht belastet davon. Es werden doch jetzt die nächsten Anforderungen kommen und die nächsten Lobbyisten bei Ihnen ein- und ausgehen in der Tür. Was ist denn das für eine Bundesregierung? Was ist denn das für eine Bundesregierung, wo der Finanzminister sich von Porsche die E-Fuels in den Koalitionsvertrag schreiben lässt, der Wirtschaftsminister sich die Gasumlage von den Energiekonzernen diktieren lässt und der Gesundheitsminister, der Luftverkehrslobby einknickt und den Gesundheitsschutz opfert? Also, Herr Lauterbach, das ist keine gute Vorbereitung, das ist nicht konsistent. Und es ist auch nicht so, dass es nur verwirrend und unplausibel klingt. Es ist unplausibel, und das wird es den Menschen wahnsinnig schwer machen. Wir haben Ihnen einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, mit guten Maßnahmen langfristig zu planen und zu implementieren, beispielsweise eine Teststrategie, eine bessere Kommunikation über das Impfen. Das haben Sie alles ignoriert und liegen gelassen. Also, ich spieße es Ihnen noch mal an. Wir werden uns bestimmt noch mal sehen hier zum Infektionsschutzgesetz vor dem Ende des Jahres. Nehmen Sie unsere sehr guten Punkte auf und kümmern Sie sich darum, dass die Menschen in diesem Land sicher sein können. Diesem Maßnahmen-Murks-Paket werden wir nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Nesad Baradari, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Können Sie sich noch an den September letzten Jahres erinnern? In unserer schnelllebigen Zeit vergessen wir, wie es damals um die Vorbereitung auf die zu erwartenden Steigerungen der Corona-Infektionszahlen stand. Wir waren nicht gut vorbereitet, haben aber dazugelernt. Das vorliegende Gesetzespaket mit einem abgestuften Instrumentenkasten gibt einen richtigen Rahmen für die Pandemiebekämpfung vor. Laut dem Struckschen Gesetz verlässt kein Gesetzesentwurf dem Bundestag so, wie es reingekommen ist. Auch in diesem Fall ist es uns Abgeordneten gelungen, einen Kompromiss innerhalb der Ampelkoalition zu erzielen, um vulnerable Gruppen zu schützen und unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Als Abgeordnete im Parlament und Ärztin musste ich lernen, dass die reine medizinische Lehre nicht eins zu eins in Gesetzestexte übernommen werden kann. Die Herausforderung besteht darin, die Alltagsrealität der Menschen und die Umsetzbarkeit unserer Gesetze im Fokus zu haben. Das ist uns mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gut gelungen. Im laufenden Prozess sind wir immer wieder auf Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, von Fachverbänden, auch pädiatrischen Verbänden und Wissenschaftlern eingegangen und haben diese Perspektiven einfließen lassen. Insbesondere als Kinderärztin bin ich froh, dass wir im vorliegenden Gesetzesvorschlag zwei wichtige Aspekte im Sinne unserer Eltern gut regeln konnten. Erstens. Die Corona-Infektion ist nicht laut § 34 Infektionsschutzgesetz meldepflichtig geworden. Das ist eine große Erleichterung. So müssen Kinder bzw. ihre Eltern weder bei Verdacht noch bei durchgemachter Infektion jedes Mal ein ärztliches Attest für den Kindergarten bzw. Schule erbringen. Nach 30 Monaten der Pandemie, in denen gerade die Jüngsten unserer Gesellschaft und ihre Familien eine große soziale Last zu tragen hatten, hätte ich dies nicht für angemessen gehalten. Daher bin ich überaus glücklich, dass wir diese Verschärfung der Regelung aus dem Gesetz streichen konnten. Liebe Eltern, es wird einfacher. Zweitens. Aus meiner praktischen Erfahrung weiß ich, wie wichtig und wie hilfreich das Instrument der sogenannten Kinderkrankentagegeldregelung für viele berufstätige Eltern ist. Es ermöglicht den Familien, sich nicht selber krankschreiben lassen zu müssen. Eltern können bis Ende 2023 30 Tage und Alleinerziehende 60 Tage beanspruchen. Dies ist genau der richtige Schritt für die Verbesserung der Situation von Familien. Die Kinder und Jugendlichen haben in der Pandemie gelitten. Das zeigen uns zahlreiche Studien, wie die COPSI-Studien und der Kinder- und Jugendreporter DAK. Angesichts dieser Entwicklung ist es zur Stützung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auch die absolut richtige Entscheidung und das richtige Signal, Schulen und Kitas in jedem Fall offen zu halten. Wir müssen und werden es den Jüngsten der Gesellschaft unter den gegebenen Umständen so leicht wie möglich machen, an Bildung zu partizipieren und am sozialen Leben teilzuhaben. Wir folgen nicht populistischen Kampagnen. Wir folgen dem klaren Ziel, dieses Land und unser Gesundheitssystem auf Basis niedrigschwilliger, verlässlicher Maßnahmen in einem abgestuften Plan auch mit Länderverantwortlichkeiten durch den kommenden Winter zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn wir uns das wünschen oder einregen mögen. Daher müssen wir gut präpariert sein. Packen wir es an. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Simone Borchardt, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mehr Selbstbestimmung und weniger Regulierung, das muss unsere Prämisse sein. Die anderen Länder innerhalb der EU machen es uns vor. Wir brauchen weniger Gängelung und endlich Maßnahmen, die auf wissenschaftlich fundierte Daten aufbauen. Wer sich heute gegen diesen Virus schützen will, der kann das bereits sehr eigenverantwortlich für sich selbst entscheiden, indem er freiwillig eine Maske trägt und sich freiwillig impfen lässt. Schaffen Sie bitte endlich klare und nachvollziehbare Vorgaben für den Herbst und Winter. Die Bevölkerung, die Wirtschaft und besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen werde ich Ihnen danken. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, schaffen Sie bitte endlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab. Diese ist nicht umsetzbar und belastet die betroffenen Einrichtungen mit unnötiger Bürokratie. Sie belastet die Beschäftigten und sorgt für Probleme bei der Personalgewinnung und vor allem bei der Personaleinsatzplanung. In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, über die Quarantäneregelung nachzudenken, denn die ist so, wie sie jetzt ist, auch nicht mehr zeitgemäß. Zu oft denken Sie auch nicht an die Folgen Ihres Handelns. Das hat der Aufschrei der Kinder- und Jugendärzte gezeigt letzte Woche. Es wurde ausdrücklich vor den Folgen gewarnt, Covid-19 in den Katalog der Erkrankungen aufzunehmen. Das hätte schwerwiegende Folgen für die Praxen gehabt. Aber anstatt dem Ausschuss unserem Änderungsantrag zuzustimmen, schaffen Sie wieder eine Zusatzregelung mit umfangreichen Testungen. Leider haben Sie auch schon im Frühjahr unseren Antrag auf Einrichtung eines Impfregisters abgelehnt. Sie haben schon im Frühjahr unsere Forderung nach frühzeitiger, vor allem Verbesserung der Datenlage und dem Aussetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht abgelehnt. Und es gibt bis heute keine kohärente Datenerfassungsstrategie. Stattdessen müssen wir sogar in der Presse lesen, dass Sie Daten zur Immunität in der Bevölkerung erst Ende September herausgeben wollen. Und das nach Abstimmung in diesem Plenum zu diesem Gesetz. Und eigentlich sollte es ja umgedreht sein. Die Politik sollte der Wissenschaft folgen. Nur leider erleben wir es wieder genau andersrum. Und das ist keine Art und Weise, mit solchen Themen umzugehen. Vertrauen gegenüber der Bevölkerung ist für uns wesentlich zielführender und effektiver als jede Pflicht, die Sie hier gerade schaffen wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fordere Sie daher auf, stimmen Sie unserem Antrag zu. Ermöglichen Sie endlich mehr Selbstbestimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Borchardt. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Janusz Dahme, Bündnis 90 Die Grünen. Er sitzt im Gesundheitsausschuss für Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die als Gäste heute zuschauen, es ist schon erstaunlich, in welchem atemraubenden Tempo die Union sich von einem wissenschaftsbasierten Kurs verabschiedet hat. Da werden Nebelkerzen geworfen, fehlende Datengrundlage, Verabschiedung vom wissenschaftlichen Kurs. Ich kann weder in der vorliegenden Gesetzesnovelle erkennen, worauf Sie sich da beziehen, noch wie Ihre Anträge dazu beitragen sollen, dem Expertenrat den Empfehlungen von Wissenschaft Rechnung zu tragen, sondern muss vielmehr sagen, es ist heiße Luft, was hier an Oppositionsarbeit gemacht wird. Es gibt sicher Fehler, die in der Pandemie passieren und die kritisiert werden können. Aber das, was hier vorgelegt wird, ist weder eine Alternative, noch trägt es dazu bei, dass die Akzeptanz für das, was gemeinsam im Zusammenstehen zur Bewältigung der Krise getan werden muss, wirklich nach vorne gestellt wird. Herr Kollege Dahme, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion? Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion? Gerne. Lieber, sehr geschätzter Kollege Janusz Dahmen, danke, dass du die Zwischenfrage zulässt. Meine Frage ist, da du ja von wissenschaftlichen Erkenntnissen gesprochen hast, wie argumentierst du wissenschaftlich, dass man die Maskenpflicht in Flugzeugen abschafft und im Fernverkehr beibehält? Vielen Dank, Frau Kollegin Zeuner, für die Frage. Die gibt mir die Gelegenheit, noch einmal aufzuklären, wie es zu dieser Vereinbarung gekommen ist und warum wir an dieser Stelle hier das Gesetz weiterentwickeln. Selbstverständlich interessiert sich das Virus nicht dafür, ob es sich bei einem Menschen in der Bus, Bahn, Auto oder auch immer verbreitet, sondern überall, wo Menschen gerade im Innenraum zusammenkommen, besteht weiterhin ein hohes Risiko, sich anzustecken. Deshalb ist es richtig, dort Maske zu tragen und sich selbst und andere zu schützen. Gleichwohl tragen wir mit diesem Gesetz Rechnung, dass wir dort, wo wir grenzüberschreitenden Flugverkehr haben, Regeln anpassen an das, was im übrigen Europa als überwiegender Standard gilt und erhalten uns über eine Rechtsverordnung weiter die Möglichkeit, darauf zu reagieren, sollte sich die Lage zu verschlimmern, auch hier die Maskenpflicht wieder einzuführen. Das heißt, gerade als Arzt kann ich nur appellieren, weiter auch Maske tragen im Flugzeug, auch wenn wir die Regeln hier an europäische, übrige Regeln anpassen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das unwissenschaftlich ist, sondern eine Harmonisierung, gerade auch im Sinne der Nachvollziehbarkeit, die von Ihnen hier wiederholt eingeführt wurde. Lassen Sie mich aber zurückkommen zu dem, was eigentlich zu tun ist. Ich glaube, es ist entscheidend, noch einmal auf die vier Punkte zurückzukommen, die der Minister eingangs nach vorne gestellt hat. Es ist jetzt entscheidend, dass wir die verbliebenen Wochen bis zum Herbst, wenn die Menschen im Innenraum wieder zustande kommen, nutzen, noch einmal Vollgas zu geben mit einer Auffrisch-Impfkampagne, die wir brauchen in diesem Land. Mit neuen Impfstoffen, die wir in ausreichender Zahl beschafft haben, die explizit davor schützen, dass Menschen, die besonders gefährdet sind, auch mit diesen neuen Virustypen schwer erkranken. Und auch das Risiko, andere anzustecken, nach geltender Datenlege deutlich reduziert wird. Wir werden das mit einer breit angelegten Kampagne, um genau dafür zu werben, um die Menschen aufzuklären, noch einmal in den Vordergrund stellen. Und wir werden, das ist Punkt zwei, eben nicht nur Impfstoffe, sondern auch die Medikamente einsetzen, um schwere Krankheiten zu verhindern. Es ist ja richtig, was angesprochen wurde hier in der Debatte, dass es ausgesprochen bekümmerlich ist, dass wir in einem Sommermonat Juli 3.000 Menschen erneut wegen Corona verloren haben in diesem Land. Und hier gezielt Medikamente einzusetzen. Und ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie in die Pflegeeinrichtungen, gehen Sie dort, wo organisierte Wohnformen, vulnerable Gruppen beheimaten hin. Und fragen Sie mal nach, sind hier Menschen gestorben, schwer erkrankt? Und wie häufig wurden solche Medikamente, die ja seit vielen Monaten zur Verfügung stehen, bisher eingesetzt? Sie werden feststellen, viel zu selten. Und das ist skandalös. Es geht um jedes Leben, was wir hier retten können, was wichtig ist. Und deshalb setzen wir diese Medikamente durch gestärkte Unterstützung und Regeln entsprechend auch ein. Dritter Punkt. Anders als es hier von der Union gerade behauptet wurde, verbessern wir die Datengrundlage. Wir führen ein Pandemieradar ein, der endlich dafür sorgt, dass wir eben nicht nur einen Indikator haben, sondern ein großes Maß an Datentransparenz, die dafür sorgt, Versorgung im Gesundheitswesen, Kapazitätsüberblick verstärkt in den Blick zu nehmen. Indem wir betreibbare Betten nicht nur auf den Intensivstationen erfassen, sondern auch auf den Normalstationen. Indem wir durch einen Anschluss an das Notaufnahmeregister umfassende Daten zur Notfallversorgung erfassen. Als Sentinellprogramm, als Warnprogramm, um frühzeitig festzustellen, was passiert. Indem wir Abwassermonitoring zusammen mit den Ländern flächendeckend einführen, neue Virusvarianten gegebenenfalls frühzeitig feststellen können. Das ist wissenschaftsgetrieben, das ist datengetriebene Politik, die gezielt darauf reagiert, wo es Gefahren gibt und wo Maßnahmen greifen müssen. Letzter Punkt. Die Novelle des Infektionsschutzgesetzes ist eben keine, die dort ansetzt, wo Maßnahmen ungezielt zu einem Zeitpunkt, wenn die Lage eskaliert, erst greifen, sondern sie setzt da an mit einfachen, wirkungsvollen Maßnahmen in der Breite, nämlich Masken, die Menschen vor Infektionen schützen, die dafür sorgen, dass wir erst gar nicht in die Situation kommen wie im letzten Herbst, wo ein unionsgeführter Gesundheitsminister erst reagiert hat und erst bereit war, wirklich für konsequente Maßnahmen zu sorgen, als die Lage viel zu schlimm war, als Masken allein nicht mehr gereicht haben. Das machen wir anders. Ein breiter Basisschutz, eine Rechtsgrundlage, die den Ländern ermöglicht, wenn es erforderlich ist, gezielt regional zu reagieren. Einheitlichkeit bedeutet nicht Gleichzeitigkeit, sondern gezielte Steuerung. Dem tragen wir mit einem gezielten Gesetz hier entsprechend Rechnung. In diesem Sinne lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir haben sehr wohl gehört, dass dort, wo Kliniken in aktuell wirtschaftlich schwierige Situationen kommen, wo Pflegeeinrichtungen, wo Reha-Kliniken gesagt haben, wir haben wirtschaftliche Probleme, dass wir dort reagieren werden. Aber nicht im Infektionsschutzgesetz, sondern im Rahmen der Haushaltsberatung, des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes und gegebenenfalls auch eines Rettungspaketes für Sozialwesen, wo wir uns darum kümmern, werden genau gezielt auf die Not, die dort ist, auch entsprechend zu reagieren. Zum Schluss. Die Pandemie hat uns jetzt im dritten Jahr allen viel abverlangt. Wir sollten dafür sorgen, dass wir angesichts der multiplen Krisen, die uns darüber hinaus begleiten, gezielt an dieser Stelle auch darauf reagieren, dass wir die Lage erst hier gar nicht schlimmer werden lassen. Das liefert dieses Gesetz in diesem Sinne. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Ich kann Sie von der Opposition angesichts der teilweise fragwürdigen Vorschläge und Regen dazu auffordern. Vielen Dank. Die Maskenpflicht bundesweit soll in Kliniken, in Pflegeheimen und in Arztpraxen auch ab 1. Oktober weiterhin gelten. Das gilt beispielsweise auch für Fernzüge. Im Flugverkehr wird die Maskenpflicht entfallen. Darauf hatte ja vor allem die FDP getrunken. Die Neuregelung betrifft innerdeutsche Flüge sowie Flüge aus und in Deutschland, auch aus Deutschland und nach Deutschland. Es ist Zeit, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich eine Krankenschwester. Seit einiger Zeit arbeite ich in einer psychosomatischen DINIC. Dort habe ich erlebt, wie von einem Tag auf den anderen 200 Patienten für zwei Wochen in ihrer Zimmer eingesperrt wurden, weil eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde. Das Krasseste dabei ist, das Gesundheitsamt ordnete die Quarantäne an dem Tag an, als noch Patienten anreisten. Man stelle sich vor, es kommen psychisch kranke Menschen in eine Klinik, um dort eine Therapie zu machen, und werden als erstes in ihre Zimmer eingesperrt. Diese Zustände wollen wir nie wieder erleben. Meine Damen und Herren, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Eigenverantwortung zurück. Vielen Dank, Herr Kollege Dietz. Thomas Dietz für die AfD-Fraktion war das. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP-Fraktion. Und Lukas Köhler ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines der schwierigsten Unterfangenen und eines der wichtigsten Unterfangenen der Demokratie ist das Abwägen. Das Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit, das Abwägen zwischen Eigenverantwortung und Schutz. Und ab und zu ist es auch ein schwieriges Unterfangen, eine gemeinsame Position zu finden. Zum Glück ist das hierbei nicht der Fall gewesen. Zum Glück haben die Minister sich gut einigen können. Zum Glück haben wir uns in dieser Situation als Regierungstragende Koalitionsfraktionen gut einigen können. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Umso mehr verwundert mich das, was die Union heute hier macht. Und das, was die Union in den letzten Tagen gemacht hat. Und bei der AfD wundert mich nichts mehr. Aber diese Kakophonie aus unterschiedlichen Stimmen, das, was Länder auf der einen Seite sagen, das, was Sie jetzt heute hier in Ihren Reden sagen, das ist doch schon sehr verwundernd. Ich glaube, Sie sollten sich mal zusammensetzen und mal noch mal darüber nachdenken, was Sie so mit der Corona-Pandemie für eine Position vertreten. Wenn ich mich richtig erinnere und letztens, als ich nachgeguckt habe, ist der Gesundheitsminister aus Bayern immer noch Teil der CSU. Und der scheut im Moment kein einziges Mikrofon, in dem er nach neuen, härteren, schärferen Maßnahmen schreit. Es ist verwunderlich, wenn ich mir das anhöre, was ich hier von Ihnen aufgetischt bekomme. Auf der anderen Seite hören wir hier gerade, dass Quarantäne-Regeln ein Problem sind. Naja, Paragraf 30 Infektionsschutzgesetz. Liebe Kollegin, die Länder können das ganz einfach ändern. Ich erwarte also nach dem heutigen Tag eine Änderung in den Bundesländern, die von der Union geführt werden, nach der anderen. Ich freue mich darauf, dass Sie den Worten, die Sie hier so zahlreich verkünden, auch Taten folgen lassen. Das wird, glaube ich, ein wahres Fest der Demokratie. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Schritt. Und Frau Kollegin Vogler, Sie hatten ja gerade die Lufthansa angesprochen. Was mich ein bisschen wundert, ich dachte immer, die Linke wäre sehr eng verbandelt mit der Gewerkschaft. Und jetzt ist meine Position als FDPler ja oft nicht immer die gleiche, die die Gewerkschaft einnimmt. Aber die Gewerkschaften waren die Ersten, die gesagt haben, es ist gut für die Menschen in den Fliegern, die da arbeiten, arbeiten müssen, dass sie nicht die ganze Zeit Maske tragen. Ich bin ein bisschen verwundert. Ich bin ein bisschen verwundert, was hier passiert. Meine Damen und Herren, das Infektionsschutzgesetz tut exakt das, was es tun soll. Es verbindet Eigenverantwortung und Schutz, und zwar genau so, wie es richtig ist. Auf der einen Seite so viel Eigenverantwortung, so viel Freiheit wie möglich, und auf der anderen Seite so viel Schutz wie nötig. Und ich glaube, da ist uns was wirklich Gutes gelungen. Denn die Menschen haben andere Sorgen in diesem Winter. Das wollen wir auch ehrlich sagen. Die Leute sorgen sich vor den hohen Preisen. Die Leute sorgen sich vor der Inflation. Und ich glaube, mit diesem Gesetz sind wir alle gut darauf vorbereitet, wie wir die nächsten Monate miteinander gestalten. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch für dieses Gesetz. Wollen Sie einen noch fragen, die Zwischenfragen zu lassen? Es hätte ja jeder eine Möglichkeit herausgeholt, aber es ist leider zu spät. So, also, nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Christina Baum, AfD-Fraktion. Vielen Dank. Herr Präsident, Heidi Fischer ist eine autistische Frau, und sie schrieb eine Mail an alle Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, dass ich heute daraus zitiere. Zitat. Ich schreibe Ihnen, weil ich aufgrund meiner Behinderung und meines Autismus mit den ganzen Corona-Maßnahmen überhaupt gar nicht klarkomme. Und weil mir diese Maßnahmen sehr extrem riesengroße Angst und Panik machen. Ich habe sehr extrem riesengroße Probleme, dass ich bei meinem Gegenüber durch die Masken überhaupt gar keine Mimik und Gestik sehen kann. Mich irritieren und verwirren diese Masken vor dem Gesicht meiner Mitmenschen. Umarmungen, Streichel- und Kuscheleinheiten und anderer liebevoller Körperkontakt muss sehr dringend und sehr schnell wieder möglich sein. Zitat Ende. Geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Als nächster Redner hat das Wort, nachdem ich ihn aufgerufen habe, der Kollege Dr. Andreas Filippi, SPD-Fraktion. Der schnell am Rednerpult war. Für die SPD-Fraktion ist er im Gesundheitsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer. Gestatten Sie mir eine Bemerkung zu diesem Spiel, was Sie hier machen mit Ihren siebenmal eine Minute Spielen. Ich höre sehr wohl zu und ich habe sehr viele von diesen Menschen behandelt. Das, was Sie hier machen, entlarvt sich nämlich ganz deutlich, wenn man die Taz von gestern liest und hört, dass Sie es wünschen, dass Menschen im Winter frieren, dass kein Gas da ist. Sie haben sich entlarvt. Und das Gleiche tun Sie auch, wenn Sie einen Freiheitstag wünschen. Sie nehmen billig in den Kauf, dass Menschen frieren, sterben. Sie hassen dieses Land. Sie sind vaterlose Gesellen, vaterlandslose Gesellen. Herr Kollege, Herr Kollege Filippi, bei aller Bewürdigung der Emotionen, die hin und her gehen, wir sollten uns mit Kategorien wie vaterlandslose Gesellen und anderes nicht traktieren im Deutschen Bundestag. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, eine soziale Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, wie man mit ihren Schwächsten umgeht, wie man mit den vulnerablen, verletzlichen Gruppen in ihrer Mitte umgeht und diese vor Krankheit, schwerer Krankheit und sogar tödlicher Krankheit oder auch vor langwierigen Folgen von Erkrankungen schützt. Wir fragen uns, wie finanzieren wir unser Gemeinwesen und schützen unseren Wohlstand. Und noch grundlegender, wie sichern wir eine gute und gesunde Zukunft für uns alle? Wie gelingt der Spagat zwischen persönlichen Freiheitsrechten und gesamtgesellschaftlicher Solidarität? Wir haben aus 30 Monaten Pandemie gelernt und unser politisches Handeln angepasst. Die Ampelkoalition hat sich vorbereitet und denkt auch an Eventualitäten und Notfälle. Wir übernehmen damit Verantwortung für die Menschen hier in unserem Land. Das, meine Damen und Herren, macht gute Politik aus. Und genau dieses Motto steckt in unserem Gesetzentwurf für die Stärkung des Schutzes der Bevölkerung gegen die COVID-19-Pandemie. Unser Ziel ist es, Überlastung von Notaufnahmen, Kliniken und Intensivstationen zu vermeiden. Unser Ziel ist es, die Kräfte der Pflegenden zu schonen. Und unser Ziel ist es, die Sterblichkeit durch COVID-19 weiter deutlich zu senken. Und last but not least die Funktionsfähigkeit von kritischer Infrastruktur, damit meine ich nicht die Parteizentrale der CDU, zu gewährleisten. Mit diesem Gesetzentwurf, der von Oktober bis Ostern gelten soll, sind wir gut auf den Winter vorbereitet. Mit einem neuen angepassten politischen Instrumentenkasten statten wir Bund und Länder aus, um auf weitere pandemische Entwicklungen zielgenau, zügig, aber auch maßvoll reagieren zu können. Meine leider erkrankte Kollegin Heike Behrens, der ich von hier aus, ich denke, im Namen aller, gute Besserung wünsche, hätte heute gesagt, niemand will Schneeketten anlegen, wenn die Straße eisfrei ist. Aber wenn wir im Winter in die Berge fahren, sollten die Ketten im Kofferraum breit liegen. Was ist also neu? Was ist anders? Was haben wir gelernt? Hier drei kurze Beispiele. Wir sind pragmatischer geworden und haben die Kritik der Kinderärzte aufgenommen und keine umständliche Gesundheitsschreibung, Frau Kollegin Baradari hat es schon erwähnt, von Kindern mehr ein negativer Test reicht aus. Zweitens, wir sind zielgenauer geworden und haben die FFP2-Maskenpflicht über die Bereiche der Pflegeheime und Krankenhäuser hinaus nun bundeseinheitlich auf die Arztpraxen, die Erlösereinrichtungen und den Rettungsdienst ausgedehnt. Denn dort, wo sich potenziell kranke Menschen nahe kommen, soll der Schutz erhöht werden. Ich komme zum Schluss. Ein letzter Satz, dann entziehe ich Ihnen das Wort. Wie effektiv Masken die Ansteckung verhindern, zeigen die geringen Inzidenzen bei Influenza- und RS-Viren in den letzten beiden Jahren. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Ich kann bei der AfD-Fraktion nicht auf die Redezeit achten und Sie überziehen 30 Sekunden. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Frank Rink, AfD-Fraktion. Danke, Herr Präsident. Werte Kollegen, alle Argumente, die dagegen sprechen, wurden von unserer Fraktion hier schon vorgebracht. Darum zitiere ich heute Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe vom 27.06. dieses Jahres aus der Frankfurter Rundschau. Aktuell ist die Bundesregierung eher im Panikmodus unterwegs, um es ganz klar zu sagen. Masken tragen und Abstand halten ist gegenwärtig nicht notwendig. Es gibt keine Anzeichen für eine Überlastung des Gesundheitswesens, und das schiebt außerdem nur die Infektion nach hinten. Verhindern wird man sie sowieso nicht. Ebenfalls Klaus Stöhr, am 3.7. dieses Jahres, der Standard, notwendig sind einschränkende Maßnahmen dann, wenn das Allgemeinwohl gefährdet ist. Doch das ist aktuell bei Corona nicht mehr der Fall. Meine Damen und Herren, Dr. Philippi, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Georg Kippel, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir steuern jetzt auf den dritten Corona-Winter zu. Es kann ein guter Winter werden, oder besser gesagt, es könnte ein guter Winter werden, wenn das, was die Ampel im Infektionsschutzgesetz vorschlägt, auch wirklich greift. Wir haben eine Menge von Informationen aus den letzten zweieinhalb Jahren, auch Erfahrungen mit Erfolgen beziehungsweise mit einem entscheidenden Kriterium, das für die Wirksamkeit dieses Gesetzes von Bedeutung ist, nämlich die Akzeptanz in der Bevölkerung. Bei den Schilderungen von Bundesminister Lauterbach haben wir eben einen bunten Strauß von Eventualmaßnahmen, wenn, dann und auch gegebenenfalls warum, als nächstes gehört und vernommen. Und diese hochkomplexe Schachtelung von verschiedenen Maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen ist bedauerlicherweise alles andere als geeignet, die Akzeptanz und die Vorhersehbarkeit der Bevölkerung herbeizuführen. Und der Hinweis, dass sich unter Umständen aus den lokalen Unterschieden in den einzelnen Bundesländern veränderte Betrachtungen ergeben, ja, das ist dem Grunde nach vielleicht zutreffend. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass der Weg vom Wohnort zum Arbeitsplatz in ein anderes Bundesland führen kann und insofern die Praktikabilität und damit auch die Akzeptanz schwindet. Was mir aber ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass sowohl in den Ausführungen von Minister Lauterbach als auch von meinem Kollegen Janosch Dahmen der Wert und die Umsetzung der Impfung jetzt mit den neuen Impfstoffen einen sehr großen Stellenwert eingenommen hat. Der Nutzen der Impfung ist jedenfalls bei mir und bei der CDU-CSU-Fraktion vollkommen außer Frage. Aber wir haben Anfang des Jahres feststellen müssen, dass die Akzeptanz für die Impfung flächendeckend in der Bevölkerung nur sehr schwer oder möglicherweise in bestimmten Bereichen nicht erreicht werden kann, sodass auf diese Art und Weise eben eine sofortige Lösung des Corona-Pandemie-Problems nicht gewährleistet werden kann. Nun, es sollte jedenfalls auch nicht indirekt der Versuch unternommen werden, gewissermaßen über eine Impfpflicht durch die Hintertür zu suggerieren, dass dies das Allheilmittel ist. Die Impfung ist wertvoll, wichtig und sie sollte immer wieder fortgeschrieben und empfohlen werden. Aber Ihre Werthaltigkeit muss bei der Bevölkerung auch klar betont werden, dass eben die Akzeptanz für dieses Reaktionsmittel unbedingt wichtig ist. Arbeiten Sie deshalb in der weiteren Umsetzung dieses Gesetzes maßgeblich dafür, weil wir nicht wissen, in welchem Stadium und in welcher Stufe wir uns mit der Corona-Pandemie in den nächsten Wochen, Monaten oder auch vielleicht Jahren beschäftigen müssen. Und als Schlusssatz noch die Bemerkung, sehr geehrter Herr Minister, ein gutes Gesetz wird nicht deshalb ein gutes Gesetz der Ampel, wenn Sie mit Ihrem Kollegen Buschmann einig in der Pressekonferenz sitzen. Dazu gehört mehr. Und deshalb lehnen wir das Gesetz ab. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kippels. Nächste Rednerin ist die Kollegin Carolin Bachmann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, wir geben den Betroffenen eine Stimme, die traurige Mutter von Lea. Mein Mann und ich haben der Regierung geglaubt und uns gegen Corona impfen lassen, weil wir sozial sein wollten. Auch die Freundinnen unserer Tochter waren bereits geimpft. Daher haben wir unsere geliebte Tochter auch impfen lassen. Wir hatten vor der Impfung ein wirklich kerngesundes, lebensfrohes Kind, das mit beiden Beinen im Leben stand. Ich zitiere Tim aus der vierten Klasse. Ich habe Asthma und muss daher keine Maske tragen. Meine Lehrerin setzte mich in die Ecke, ans kalte, offene Fenster, damit ich niemanden anstecke. Ich fühle mich ausgegrenzt und allein. Die anderen Kinder beneiden mich, weil sie lieber allein anstelle mit Maske sitzen. Geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung endlich zurück. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Erwin Rüttel, CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In weiten Teilen Europas haben die Regierungen sich darauf verständigt und Corona zu den Akten gelegt. Es handelt sich dort weitestgehend um den Umgang mit Grippe oder anderen Erkältungskrankheiten. Nur Deutschland will wieder einen Sonderweg gehen. Ohne Evidenzgrundlage und ohne valide Daten sollten aber keine Maßnahmen beschlossen werden. Auch bei uns hat sich durch Grundimmunisierung, durch neue Impfstoffe und neue Medikamente die Lage grundlegend verändert. Selbst die Welle im Sommer wurde gebrochen, ohne dass das Gesundheitssystem überfordert war. Negative psychosoziale Auswirkungen auf Kinder, etwa durch Schulschließungen oder Masken, müssen vermieden werden. Kinder und Jugendliche müssen endlich wieder Normalität erfahren. Wir steuern mit Inflation und Energiekrise ohnehin auf sehr große Herausforderungen zu. Auch deshalb sollten wir die Menschen und die Wirtschaft nicht noch zusätzlich verunsichern und belasten. Ja, wir wollen die vulnerablen Menschen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen schützen. Aber unsere Gesellschaft muss den Weg zurück in Normalität finden. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Ein Leben ohne Gängelung muss wieder Alltag werden. Die Menschen müssen in die Eigenverantwortung entlassen werden, wozu selbstverständlich auch gehört, dass diejenigen zu Hause bleiben, die krank sind. Und schließlich gibt es jenseits von Corona in der Gesundheitspolitik auch noch andere große Probleme, wie wir das in der Haushaltsdebatte eben gehört haben. Die GKV ist auf seriöse Finanzierung angewiesen. Die Eigenanteile in der Pflege steigen. Die Digitalisierung lahmt. Die Kliniken sind in Not. Es fehlen Ärzte und Pflegekräfte. Was soll zur Spezialisierung im Krankenhaus geschehen? Was wird aus Diagireform und Notfallversorgung? Und wird zur Überwindung der Sektorengrenzen und für die vernetzte ambulante Versorgung etwas getan? Zu alledem gibt es vom Minister keine klaren Aussagen. Der beschwört stattdessen bei Tag und bei Nacht auf Twitter neue Krisenzustände durch Corona hervor, weshalb der Justizminister, ich zitiere, ihn öffentlich ermahnt, die Bürger nicht mit Horror-Szenarien verrückt zu machen. Ich fordere den Bundeskanzler auf, seine Richtlinienkompetenz auszuschöpfen und den Gesundheitsminister auf den richtigen Weg, auf den Pfad der Tugend zur Reform des Gesundheitssystems zu bewegen. Vielen Dank. Das sagt hier Erwin Rüddel für die CDU-CSU-Fraktion. Die Unionsfraktion übrigens legt hier zur Debatte, es wird ja gleich über die Corona-Novelle hier abgestimmt, über das veränderte Infektionsschutzgesetz, aber auch über diverse Anträge, beispielsweise aus der CDU, aber auch aus der AfD-Fraktion. Da spricht jetzt Jürgen Braun. Herr Präsident, liebe Kollegen, der Arzt Dr. Paul Brandenburg über die Stürmung seiner Wohnung am Tag des Grundgesetzes, 23. Mai. Da standen plötzlich Leute auf mir mit dicker Polizeiaufschrift, Helmen und automatischen Gewehren. Sie haben mich in meinem Flur nackt stehend angetroffen, morgens zwischen 5 und 6. Irgendwann rumste es an der Tür mehrfach. Ich bin reflexhaft aus dem Schlaf erwacht und dachte, das war es jetzt. Da kommen irgendwelche Irren, um mich zu killen. Dann flogen die Türen auf, und vor mir standen mehrere Männer in Panzermontur, und ich guckte in mehrere Laufmündungen von automatischen Gewehren. Und dann bekam ich ein Schild über den Kopf und einen Stiefel in den Nacken. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, geben Sie den Menschen ihre Freiheit. und ihre Selbstbestimmung zurück. Nächste Rednerin ist die Kollegin Diana Stöcker, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich blicke mit Sorge auf die Situation der Reha-Kliniken. Denn ich sehe nicht, dass die Ampelkoalition die Verantwortung im Regierungshandeln übernimmt. Der Gesetzentwurf enthält zwar eine Verlängerung des Mindererlösausgleichs und Hygienezuschläge für Reha- und Vorsorgekliniken, aber nur für den Fall, dass die Bundesregierung eine epidemische Lage erneut ausruft. Wir fordern in unserem Änderungsantrag, dass Ausgleichszahlungen und Zuschläge bis zum 30. April 2023 verlängert werden, ohne die Voraussetzung einer epidemischen Lage. Wir wollen Vorsorge und Reinrichtungen schützen und weitere Insolvenzen verhindern. Die Belegung der Reha-Kliniken ist in der Pandemie stark zurückgegangen. Auch aktuell gibt es wegen Corona viele kurzfristige Absagen und vorzeitige Abreisen von Patientinnen und Patienten, ohne dass die Kliniken darauf Einfluss nehmen können. Ohne einen finanziellen Schutzschirm droht vielen Kliniken wirtschaftliche Instabilität und Insolvenz und damit ein Abbau von Reha-Plätzen, den wir uns nicht erlauben können. Denn der Reha-Bedarf nimmt Corona-bedingt eher zu. Hinzu kommt die zu Beginn des Jahres vereinbarten Erhöhung des Vergütungssatzes von durchschnittlich 2,29 Prozent reichbarweiten nicht aus, die stark gestiegenen Kosten des Wareneinkaufs und der Energie zu kompensieren. Die Reha-Kliniken sind wie alle Einrichtungen des Gesundheitswesens stark von steigenden Preisen betroffen, da sie beispielsweise Heizungen in Zimmern und Therapieeinrichtungen eben nicht runterdrehen können. Die Kliniken haben auch weiterhin mehr Aufwand durch Testungen und Masken, der durch den Hygienezuschlag finanziert werden muss. Darüber hinaus ist der Tagessatz der Reha-Kliniken erhält sowieso sehr knapp ausgestaltet und deckt nicht nur gesundheitliche Leistungen, Unterkunft und Verpflegung, sondern auch Gebäude, Unterhalt und Sanierung ab. Es ist also aus allen drei Gründen für die Träger der Einrichtungen keinerlei Puffer da, um Kostensteigerungen und Verluste auffangen zu können. Deshalb, liebe Ampelregierungen, müssen Sie jetzt handeln. Sie müssen hier eine gesundheitsökonomische Perspektive einnehmen. Jeder Euro, der in die Rehabilitation und Vorsorge investiert wird, bringt später einen volkswirtschaftlichen Gewinn von 5 Euro. Und, meine Damen und Herren, das Geld für Corona-bedingte Mehrausgaben wäre ja da, wenn es nicht von der Ampelkoalition für den Klimaschutzfonds umgewidmet worden wäre. Bei einem meiner vielen Gespräche in den letzten Monaten mit Reha-Kliniken vor Ort wurde mir dieser Staffelstab übergeben. Er trägt die Losung Reha braucht dich. Und ich habe das Versprechen gegeben, ihn an Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu übergeben, damit Sie, Herr Minister, sich ebenfalls für die Reha einsetzen und sich diesen Auftrag zu eigen machen. Und ich würde mich daher sehr freuen, Herr Minister, wenn Sie sich nach der Debatte eine Minute Zeit nehmen können, damit ich Ihnen diesen Staffelstab übergeben kann. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die Anna Stöcker von der CDU-CSU-Fraktion war das. Das Wort der Kollegin Martin Reichert, AfD-Fraktion. Das werden die beiden dann nochmal sozusagen bilateral besprechen müssen. Jetzt hören wir für die AfD Martin Reichert. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Zwölf Jahre habe ich als Offizier der Panzertruppe diesem Land gedient. In den letzten Wochen habe ich zahlreiche Gespräche mit Kameraden der Bundeswehr geführt. Viele haben die Impfpflicht nur aus tiefer Sorge vor Repressalien und aus Sorge um die Existenzen ihrer Familien und Kinder zugelassen. Wie diese Repression aussieht, dazu das Zitat eines lang gedienten Kameraden. Ich habe einen Eid auf die Fahne geschworen, dass ich dieses Land, das Recht und die Freiheit verteidigen werde. Wenn meine Vorgesetzten mir mit unehrenhafter Entlassung und Strafarrest wegen einer Impfung drohen, dann läuft aus meiner Sicht hier etwas verkehrt in diesem Land. Und ich muss getreu dem Eid mit ganzem Herzen mich diesem entgegenstellen. Ich habe keine Angst mehr. Ich sehe und höre täglich von Kameraden, denen mit Rauswurf und Gefängnis gedroht wird, weil sie die Impfung nicht wollen. Meine Damen und Herren, diese Menschen wollen Deutschland dienen, aber es wird ihnen verwehrt. Geben Sie auch den Soldaten ihre Freiheit und Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Applaus Liebe Kolleginnen und Kollegen, letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dorothee Bär. Und ich darf darum bitten, doch noch ausreichend aufmerksam zu sein und die Gespräche auf die Zeit nach drei Minuten zu verlegen. Frau Kollegin Bär, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe zu, dass ich in dieser Debatte von der Amtregierung eines vermisst habe, nämlich auch mal den Dank, Herr Kollege Lauterbach, den Dank an die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, weil wir sie nämlich mit unseren Änderungsanträgen vor Chaos und vor allem auch vor Betreuungsnotstand vor diesem Herbst und Winter bewahrt haben. Wenn wir nicht Druck gemacht hätten, wenn wir nicht Änderungsanträge eingebracht hätten, hätten die Menschen in Deutschland demnächst eine Regelung, die wirklich chaotische Folgen nach sich gezogen hätte. Sie hatten, nur damit Sie es mal sich klar machen müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Tribüne, Herr Lauterbach hat eine Attestpflicht geplant für Kinder und Jugendliche bei Corona-Verdacht, was bedeutet hätte, dass Kinder erst wieder in die Schule und in den Kindergarten gekonnt hätten, wenn sie beim Kinderarzt oder beim Hausarzt gewesen wären. Wenn das so gekommen wäre, wären nicht nur die Kinderarztpraxen in Deutschland massiv überfordert gewesen. Nein, sie hätten auch das Kindeswohl derer gefährdet, die im familiären Alltag ihre Kinder außer Haus betreuen lassen, und das sind eben die meisten in unserem Land. Wir hätten die Betreuung von Kindern, von Jugendlichen in Einrichtungen der Tagespflege, in Horten, in der stationären Inobhutnahme nicht mehr gewährleisten können, und wenn auch schon für die Beschäftigten mit Erkältungssymptomen ein Betretungsverbot da gewesen wäre. Und auch das waren die Pläne der Ampel, bis die CDU-CSU-Bundestagsfraktion massiv eingeschritten hat an dieser Stelle. Und was mich wundert, ist, dass Sie diese Vorgabe auf den Weg geschickt haben, 30 Monate nach Pandemiebeginn und zu Beginn einer Jahreszeit, wo eine Schnupfennase für die meisten eben leider auch dazu gehört. Ich will es nicht verharmlosen. Ich kann nur hoffen, Herr Lauterbach, dass eine solche Verschärfung der Rechtslage, wie wir sie noch nie hatten, nur ein Versehen Ihres Hauses war an dieser Stelle. Aber gut, wir sind ja da, wir helfen ja gerne. Sie haben es eingesehen, haben es gerade noch über Nacht beseitigt, wie Sie selbst gesagt haben. Und vielleicht ein kurzer Exkurs, damit man mal sieht, dass das überall so passiert. Beim Elterngeld im März war es ja ganz genauso. Wir hatten einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion zur Verlängerung der coronabedingten Elterngeldregelungen. Sonst wäre es auch glatt vergessen worden von dieser Bundesregierung. Und deswegen, wie gesagt, ein kleiner Dank. Und vielleicht auch, Herr Kollege Buschmann, ein bisschen weniger Hybris, wenn Sie bei so einem Thema sprechen. Das würde ich mir ehrlicherweise persönlich auch wünschen. Ein bisschen weniger Buschmann, ein bisschen mehr Lukas Köhler, der nämlich in seiner Rede dankenswerterweise auch gesagt hat, dass es manchmal schwer ist mit den Abwägungen, ja, um zu sagen, es geht auch anders in der FDP-Fraktion. Aber zum Schluss zurück zum Infektionsschutzgesetz. Jetzt vor allem als Familienpolitikerin mein dringender Appell, führen Sie zielgerichtige Maßnahmen ein. Denken Sie an die Verhältnismäßigkeit und haben Sie ein besonderes Augenmerk auf unsere Kleinsten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Damit schließe ich die Debatte. Wir kommen zur Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 2a bis 2d, zunächst 2a. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor Covid-19. Hierzu liegen mir eine Vielzahl von Erklärungen zur Abstimmung gemäß § 31 Geschäftsordnung des Bundestages vor. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe a seine Beschlussempfehlung auf Drucksachen 3312 und 3328 den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 2573 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Ich bitte die Abgeordneten im Saal, noch hier zu bleiben, da noch weitere Abstimmungen einschließlich der abschließenden Beratungen ohne Aussprache folgen werden. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Bei Bedarf werde ich diesen Zeitraum verlängern. Ja, wie üblich hier in Corona-Zeiten sind die namentlichen Abstimmungen. Sie haben es gehört, über diesen Gesetzentwurf wird namentlich abgestimmt. Und die Abgeordneten haben dazu nicht nur 20 Minuten Zeit, sondern sie dürfen auch den Saal oder müssen dafür sogar den Saal hier verlassen. In der Westlobby werden dann üblicherweise die Urnen aufgestellt und dort die Abstimmungskarten. Aber das Ergebnis, wenn Sie hier die zweite Lesung gesehen haben, Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, hat es ja dann auch erläutert, die Koalitionsfraktionen stimmen natürlich für diesen Entwurf. Schließlich haben sie ihn ausgehandelt und vorgelegt. Und die Opposition wird geschlossen dagegen stimmen. Dieses Abstimmungsvotum wird sich mutmaßlich dann auch bei der namentlichen Abstimmung zeigen. Das Ergebnis natürlich, das erfährt man im Laufe des Nachmittags, das werden Sie natürlich auch hier bei uns erfahren. Also die kalte Jahreszeit rückt näher und damit eben wohl auch wieder eine schwierigere, möglicherweise Pandemie-Lage. Darauf will sich die Bundesregierung vorbereiten und dafür eben jetzt zusätzliche Eindämmungsmöglichkeiten mit diesem Gesetzentwurf besiegeln. Aber es gibt ja auch eine Lockerung, Sie haben es mitbekommen in den Beratungen, wo der beispielsweise die Maskenpflicht im Flugverkehr noch gestrichen. Diese Regelungen, die ja zum Teil bundeseinheitlich sind, was beispielsweise die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen anbelangt, aber auch weitergehende Regelungen, die im Ermessen der Länder liegen, die sollen dann gelten ab 1. Oktober bis zum 7. April im nächsten Jahr, wenn der Bundestag heute zustimmt und wenn der Bundesrat das dann in der nächsten Woche tut. So, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben einige Zeit hier, bis diese ganzen Abstimmungen hier bewerkstelligt worden sind von den Abgeordneten. Aber ich darf noch mal kurz darauf hinweisen, dass ungefähr in einer Viertelstunde, schließlich sind wir ja eigentlich mitten in den Haushaltsberatungen, erwarten wir hier noch mal den Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dem ist nämlich heute an diesem Tag sozusagen noch ein Stück, eine Rede hier für die Einbringung seines Erstlingswerks, ja dieses Haushaltsgesetz 2023, was ja an diesen vier Tagen gelesen wird in erster Beratung. Er war am Dienstag bei der Einbringung hier, nicht im Bundestag, wegen eines Trauerfalls in der Familie. Heute Mittag gibt es sozusagen die Fortsetzung der Einbringungsrede zu seinem Haushaltsentwurf, also das ist bei uns ungefähr eine Viertelstunde. Wir wollen ihn aber in dieser Zeit, in der hier abgestimmt wird, noch einmal zeigen, was sich heute am Vormittag hier ereignet hat. Da gab es nämlich die große Debatte zum Einzelplan Wirtschaft und Energie und wir haben Ausschnitt in dieser Debatte, die sehr bewegt war und sehr kontrovers für sie zusammengestellt und es beginnt der zuständige Minister, Robert Habeck. Eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Sehr geehrte Damen und Herren, das tun wir mit einigem Erfolg. Seit einer Woche gibt es kein Gas aus Russland. Die Speicher füllen sich weiter. Nach einem kurzen Ausschlag in der Börse ist der Preis noch immer hoch und zu hoch, aber nicht explodiert. Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas wegen der konsequenten und vorausschauenden Handlungsfähigkeit dieser Regierung und dieser Koalition. Gestern hat Frankreich, nachdem es immer Abnehmerland war, erstmals Gas nach Deutschland geredet. Erfolg von diplomatischen Anstrengungen und Bemühungen. Es war ein Testbetrieb, dennoch gleichzeitig ein historischer. Denn es verstärkt die europäische Solidarität. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir da stehen, wo wir sind, liegt daran, dass diese Regierung von Tag 1 an einen konsequenten Kurs gefahren hat und wusste, wohin sie will und weiß, was die Not des Tages erfordert, nämlich ein Bekämpfen der aktuellen Krise bei Beibehalten der strukturellen notwendigen Veränderungen, die dieses Land in die Zukunft führen wird. Deswegen haben wir immer alle Maßnahmen mit der Not- und notwendigen Transformation kombiniert. Die Energieeffizienz, der Ausbau der Erneuerbaren war immer integraler Bestandteil unserer Politik. Und dass die Union in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise ernsthaft dagegen klagt, dass die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Wasserstoffhochlauf und auch noch in die Robustheit der Unternehmen verfassungswidrig sein soll, das ist ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn den Unternehmen erklären, dass sie am Ende in dieser Situation, wo wir einen Nachfrageschock haben, keine staatlichen Unterstützungen mehr bekommen? Es zeigt, wes fossilen Geistes Kind Sie noch immer sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Ausmaß die Herausforderungen der Zeit erfordern, welche Anstrengungen wir nehmen müssen, welche Umstellungen auch in der Art, wie wir Politik denken, notwendig sind. Stattdessen immer nur weiter, dass Oppositionsgeklinge und möchte gern Wirtschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise an subventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden. Morgen ist der Energieministerrat in Brüssel. Die Vorschläge der Kommission liegen vor. Man sieht, wie gut Europa arbeiten kann, und sie gehen sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber auch das muss man aussprechen. Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre Beratung gebraucht hätte. Wir gehen an das Strommarktdesign rein, und wir halten uns eine Option offen. Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Wir werden auch beim Gaspreis etwas machen müssen, wenngleich komplizierter. Aber es ist nicht richtig, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, wo wir es für jeden Preis einkaufen. Wir werden auch dort Mechanismen finden und den Gaspreis herunterbringen. Wir stoppen damit den Abfluss des Geldes ins europäische oder ins globale Ausland. Wir stoppen es am stärksten perspektivisch, indem wir uns nicht nur von russischen Energien, sondern von den fossilen Energien insgesamt losmachen. Wer das verkennt, verkennt, in welcher Phase wir uns eigentlich befinden. Bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen, und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die kleinen und die KMUs unter diesem Rettungsschirm runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm, öffnen für KMUs. Wir werden damit die Handelsbezogenheit als Kriterium aufgeben. Wir werden es branchenöffen gestalten, aber an Kriterien natürlich festhalten. Kriterien kann beispielsweise der Energiekostenanteil am Produkt oder am Umsatz sein. Es wird zeitlich befristet sein, weil wir an anderen Instrumenten arbeiten, nämlich die Preise stoppen und so die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Es kann also keine Dauersubvention sein. Aber dieses Programm wird aufgelegt werden, und es wird der deutschen Wirtschaft den Weg in diese neue Zukunft erleichtern bzw. dafür sorgen, dass wir ihn gehen können. Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht alle Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten. Wir haben einen Nachfrageschock. Das Geld in den Haushalten wird knapp. Deswegen werden wir weitere Maßnahmen, wirtschaftspolitische wie vor allem strukturelle Maßnahmen ergreifen müssen, dass die Menschen in Deutschland genug Geld haben, auch zu konsumieren und so die Unternehmen stützen können bzw. Unternehmen ebenfalls geschützt werden, die nicht nur alleine über die energieintensive Produktionsweise von dem Programm, wie eben skizziert, erfasst werden. Fünftens werden wir im Oktober einen Mechanismus auflegen, wo Gas gegen Geld, den Gasverbrauch runterbringt und die Unternehmen, die dann in der Produktion etwas zurückfahren, schützt und finanziell entschädigt. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins Angriff zielt auch auf unser Wirtschaftssystem. Es wird immer gesagt, es ist die schwerste Energiekrise seit 1973. Das ist nicht richtig. Diese Energiekrise ist weit komplexer. Die Aufgaben sind weit größer. Deswegen müssen wir das, was im Normalfall gut funktioniert, jetzt hinterfragen und ändern. Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidungen fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Und wir sollten vielleicht auch überdenken, in welcher Rolle Opposition und Regierung sich manchmal befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Mit Kritik an der Union an, wie er sagt, fehlender Selbstkritik bezüglich der Energiepolitik der vergangenen Jahre hat der Bundeswirtschaftsminister Habeck die Debatte über seinen Etat für 2023 eröffnet. Energie in allen Facetten wird beherrschendes Thema dieser Aussprache sein, auch in der ersten Rede aus der Opposition. Und da steht schon bereit Jens Spahn, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion Jens Spahn. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jede Kilowattstunde zählt. Das ist Ihr Mantra in dieser Krise, Herr Minister. Damit begründen Sie Duschtipps und Einsparverordnung. Denn wenn in dieser Krise aber jede Kilowattstunde zählt, dann müssen wir schon fragen, ob dieses Mantra, dieses Motto auch für Ihre Regierung und Ihr Handeln gilt. Denn wenn jede Kilowattstunde zählt, dann zählt auch jede Form, jede Form der möglichen Energieerzeugung, die hier in Deutschland möglich ist. Und da tun Sie nicht, da tun Sie nicht, was geht. Sie nutzen das Potenzial von Biomasse, Biogas nicht. Sie haben unseren Antrag im Juli hier abgelehnt. Im Sommer haben Sie gesagt, jetzt wollen Sie es doch tun. Einen konkreten Regelungsvorschlag haben wir bis jetzt nicht. Wir nutzen die erneuerbaren, klimaneutralen Möglichkeiten beim Biogas seit Monaten nicht. Und das ist Ihr Versäumnis. Kohle. Wir haben hier im März gesagt, Kohlekraftwerke aus der Reserve hochfahren, um beim Gas die Verstromung runterzufahren. Da haben Sie noch gelacht. Im Juli haben Sie dann die Gesetze geändert, um es tun zu wollen, muss man ja sagen. Mittlerweile, zweieinhalb Monate später, sind zwei, in Worten, zwei Kohlekraftwerke nur neu am Netz wegen Ihrer bürokratischen Vorgaben, weil Sie zu spät gehandelt haben. Wenn jede Kilowattstunde zählt, dann hätten diese Kohlekraftwerke schon längst am Netz sein müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann Kernkraft. Sechs Monate Debatte mit Verschleppen, Falschaussagen, Streit. Sie hätten am Montagabend einen Befreiungsschlag machen können für Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Stattdessen haben Sie das Chaos perfektioniert. Sie handeln gegen die Empfehlung des Stresstests, der ausdrücklich sagt, die drei Kernkraftwerke im Streckbetrieb zu lassen. Sie haben uns immer gesagt, es ginge nicht. Personal, man müsse Gesetze ändern, Sicherheitsanforderungen. Jetzt machen Sie genau das. Sie ändern das Gesetz, Sie halten das Personal, Sie stellen die Sicherheit sicher, nur Sie produzieren keinen Strom. Das ist das Problem an Ihrer Lösung. Familien, Handwerker, Pflegeheime haben jeden Tag Stresstest seit Monaten. Die können nämlich ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Und Stromrechnungen, Strompreise sind deswegen hoch, weil das Angebot in Europa zu niedrig ist. Und das heißt, jedes Kraftwerk muss ans Netz. Aber Herr Minister, das Kernkraftwerk in Lingen, das ist nur wirklich die Spitze des Irrsinns. Sie wollen, das ist der Vorschlag, Ölkraftwerke auf Schiffen zu teuren Preisen anmieten, um im Norddeutschland die Netzstabilität zu gewährleisten, anstatt das klimaneutrale Kernkraftwerk laufen zu lassen. Wer hier den Geist von fossilen Energien hat, das können wir da gerne mal diskutieren. Nur weil Ihre Wahlkämpfer in Niedersachsen bei Bayer Tom auf die Plakate geklebt haben, lassen Sie als grüner Klimaminister lieber Ölkraftwerke auf Schiffen laufen, anstatt ein sicheres Kernkraftwerk. Und ich finde, das ist Harakiri in der Lage, in der wir aktuell sind. Und Gaspreise, das ist die Leerstelle auch ihres Entlastungspaketes. Beim drängendsten Thema von 20 Millionen Deutschen und vielen Unternehmen nichts, keine Lösung. Stattdessen die Gasumlage. Wie sagte jemand so treffend? Deutschland ist, wenn die Regierung plant, per Umlage auch Konzerne mit Milliardengewinnen zu subventionieren, dafür dann die Mehrwertsteuer gesenkt wird, um von der Umlage betroffene Verbraucher zu entlasten, um dann über eine Übergewinnsteuer die Unternehmen, die profitieren, dann wieder zu belasten. Stoppen Sie diese Chaosumlage. Stoppen Sie diesen Irrsinn. Stimmen Sie nachher unserem Antrag zu, das aufzuheben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und geben Sie vor allem den Menschen Sicherheit für diesen Winter, bei Gas und bei Strom. Strompreisbremse, keiner weiß wann, in welcher Höhe, beim Gas gar kein Angebot für jeden Haushalt verlässlich einen Grundbedarf, 75 Prozent des Vorjahresverbrauchs definieren und Sicherheit geben für diesen Winter. Das bräuchten wir dringend. Denn, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland steht ein schwerer Winter ins Haus. Deutschland und die Deutschen werden ärmer jeden Tag wegen hoher Gas- und Strompreise. Wir sollten alles tun, soziale Not zu lindern, Familien, Handwerkern der Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Wir haben Ihnen mehrfach angeboten, jetzt warten Sie doch mal. Wir haben Ihnen mehrfach angeboten, Herr Minister, in dieser schweren Zeit mit in die Verantwortung zu gehen, Kompromisse zu suchen. Das haben Sie abgelehnt. Sie sind Ihren Weg gegangen, und das, finde ich, haben Sie gerade auch in der Art noch mal sehr, sehr deutlich gemacht. Das ist Ihr gutes Recht. Sie haben die Mehrheit. Aber damit ist eins auch klar. In diesem Winter sind Höchstpreise bei Strom und Gas. In diesem Winter ist die Unsicherheit von Millionen Menschen im Land. Ist jeder Strom- und Gasausfall, ist jede Insolvenz und jede Betriebsaufgabe dann auch Ihre Verantwortung. Reden Sie sich nicht mit 16 Jahren raus. Es geht hier um Ihr Krisenmanagement seit sechs Monaten. Darum geht es. Deutschland und die Deutschen bräuchten in dieser Lage nichts mehr als Zuversicht und Zusammenhalt. Deutschland und die Deutschen bräuchten in dieser Lage nichts mehr als Zuversicht und Zusammenhalt. Sie müssen sich die Frage stellen, ob die Entscheidungen, die Sie treffen, und die Art, wie Sie Politik machen, wirklich geeignet sind, Zuversicht und Zusammenhalt im Land zu stärken. Mein Eindruck ist das nicht. Das waren Ausschnitte heute Morgen aus der Debatte zum Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Jetzt sind wir wieder live hier zurück. Eigentlich sollten die Haushaltsberatungen weiter fortschreiten, sozusagen am Nachmittag. Wir haben ja noch diverse Einzelpläne hier auf der Tagesordnung stehen. Wir haben live heute die Sitzung verlassen, als abgestimmt wurde über die Corona-Schutzmaßnahmen, über das entsprechende Gesetzespaket. Und es sollten noch weitere Abstimmungen hier folgen zu anderen Punkten. Aber wenn Sie jetzt mal in den Plenarsaal mit uns schauen, dann sehen Sie, dass die Abgeordneten hier warten. Denn die Sitzung ist unterbrochen worden. Es ist eine etwas unübersichtliche Situation hier tatsächlich entstanden während dieser Sitzung. Und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der jetzt hier, sehen Sie ihn, die Sitzung in diesen Stunden leitet, der hat dann gesagt, Moment, dann müssen wir erst mal unterbrechen, müssen erst mal die Abstimmung zu den Corona-Maßnahmen abwarten. Die ist nämlich hier in die Westlobby verlagert aus Corona-Abstandsgründen sozusagen nach wie vor. Da hat man etwas mehr Platz und etwas mehr Zeit. Die namentliche Abstimmung läuft. Also darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern Wolfgang Kubicki hat in dieser Zeit, als diese namentliche Abstimmung in der Westlobby hier des Bundestages lief, weitere Abstimmungen vorgenommen. Und dann ging es um etwas, was Jens Spahn übrigens in diesem Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, nämlich angesprochen hat. Nämlich die CDU-CSU-Fraktion, die hat hier einen Antrag vorgelegt zur Aufhebung der Gasumlage. Und darüber sollte abgestimmt werden, ohne Aussprache, weil wir befinden uns ja eigentlich mitten in der Haushaltswoche. Und da hat Wolfgang Kubicki sozusagen das Votum eingefordert. Es sollte eigentlich mit einfachem Handheben gehen bei dieser Abstimmung. Und da konnte keine klare Mehrheit weder für diesen Antrag noch gegen diesen Antrag festgestellt werden. Was aber auch daran lag, dass viele Abgeordnete sich eben in der Westlobby aufgehalten haben. Die Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion, die haben allerdings verlangt, dass es einen Hammelsprung gibt. Nämlich, dass es ein Abstimmungsverfahren, wo dann eben nachvollzogen werden kann, wie denn die tatsächliche Mehrheit ist. Hintergrund. Ja, die Gasumlage ist ja durchaus umstritten. Die Regierung will die ja per Verordnung einführen zum 1. Oktober. Es geht ja darum, dass für die Gasimporteure die höheren Beschaffungskosten durch den Ausfall von russischem Gas damit kompensiert werden sollen. Für den Verbraucher wird es dann 2,4 Cent mehr pro Kilowattstunde bedeuten. Und ja, das wollte die Union hier stoppen. Und das Abstimmungsergebnis, wie gesagt, konnte nicht festgestellt werden. Und wenn Hammelsprung verlangt ist wegen unklarem Abstimmungsergebnis, dann müsste das eigentlich das Präsidium so beschließen. Aber aus Grund dieser besonderen Situation, dass ja parallel die namentliche Abstimmung lief, hat Wolfgang Kubicki das nochmal zurückgestellt und wird das wohl gleich nochmal aufrufen. Wir schauen mal kurz in den Saal, denn eigentlich müsste jetzt tatsächlich die namentliche Abstimmung geschlossen werden. Wir hören mal ganz kurz, was Wolfgang Kubicki sagt. Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, noch nicht mit der Aussehlung zu beginnen, da wir zunächst den Hammelsprung durchführen müssen. Die Bediensten des Deutschen Bundestages werden die Urne bewachen, dass da nichts mehr passieren kann. Keine Sorge, das Ergebnis der namentlichen Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Wir setzen die Beratung zu Top 6b fort. Betrifft die Abstimmung in den Antrag der Fraktion der CDU und CSU auf Drucksache 19.3275 mit dem Titel Unverzügliche Aufhebung der Verordnung der Bundesregierung nach § 26 des Energiesicherungsgesetzes über einen finanziellen Ausgleich durch eine saldierte Preisanpassung. Wir kommen zum Hammelsprung, der von der Union, von der Union, ich muss es wiederholen, von der CDU und CSU beantragt worden ist durch Zählung der Stimmen. Ich bitte Sie alle, den Saal zu verlassen, damit die Türen geschlossen werden können und anschließend einzeln durch die entsprechenden Türen ihres Abstimmungsverhaltens wieder einzutreten. So, tatsächlich hat Wolfgang Kubicki doch, es war nicht ganz klar, ob er diesen Antrag nochmal aufrufen wird und nochmal eine einfache Abstimmung vornehmen wird, aber er hat es ja nochmal sehr deutlich gesagt, CDU, CSU-Fraktion hat hier einen Hammelsprung verlangt, also dann wird es so passieren. Das ist ganz interessant. Wir können Ihnen zumindest einige Bilder davon zeigen, hier von der Regie ganz schön eingefangen. Sie sehen es, dass jetzt erstmal alle Abgeordneten den Saal hier verlassen müssen. Das gehört zu diesem Abstimmungsverfahren dazu. Das ist ja ein Abstimmungsverfahren, wie gesagt, was angewendet wird, wenn es unklare Mehrheiten gibt bei einfachen Abstimmungen. Bei namentlichen Abstimmungen ist es ja leichter, da werden Karten eingeworfen. Der Hammelsprung, der hat schon eine ziemlich lange Tradition, aber wir sehen hier erstmal noch diesen Vorgang, dass die Abgeordneten also den Plenarsaal verlassen, die werden sich dann in der Westlobby versammeln und erst wenn alle diesen Saal verlassen haben, dann dürfen sie wieder eintreten und zwar durch die sogenannten Hammelsprung-Türen, die umgangssprachlich tatsächlich immer noch so heißen und die Regie versucht jetzt ein bisschen, ja, sie können es spiegelverkehrt lesen, diese Türen einzufangen. Es gibt drei Türen hier zentral, durch die man den Plenarsaal betreten kann. Über einer Tür steht Ja, über einer Tür steht Nein und über einer Tür steht Enthaltung. Dann werden dort entsprechend dann Schriftführer positioniert, dann zählen die wieder eintretenden Abgeordneten in diesen Plenarsaal und dann hat man natürlich ein Ergebnis. Nun kann die Koalition hier, die Ampelkoalition diese Zeit nutzen, denn es gab ja einen gewissen Vorlauf und das ist dann auch üblich, dass sozusagen in allen Gebäuden, in allen Büros, hier rund um den Reichstag, in den Abgeordnetenbüros, die klingeln, läuten und dann zum Hammelsprung geläutet wird. Und natürlich wird die Koalition versuchen, hier ihre Mehrheit zusammenzubekommen, eine klare Mehrheit, die sie ja normalerweise hat hier im Deutschen Bundestag. Und die Opposition, ja, es wird darauf ankommen, also wie schnell bekommt man die eigenen Leute hier in den Reichstag zu diesem Abstimmungsverfahren. Also das Verfahren, um nochmal ein bisschen auf die Historie auch zu schauen, ist bereits 1874 im Reichstag der Kaiserzeit eingeführt worden. Und der Begriff Hammelsprung, der ist zwar tatsächlich nie in der Geschäftsordnung des Parlaments aufgetaucht oder aufgenommen worden, aber wird eben seit Langem verwendet. Auch der Architekt des alten Reichstagsgebäudes, nämlich Paul Wallot, der kannte den Begriff, als er 1894 entsprechend der damaligen Geschäftsordnungslage die Abstimmungstüren geschaffen hat. Und es gab auch mal ein, ja, ein Intarsienbild sozusagen, was diesen Hammelsprungbegriff begleitet hat. Da geht es nämlich um einen Ausschnitt aus der Odyssee. Und dieses Bild, das zeigte den blinden Zyklopen, wer da etwas bewandert ist, Polyphem, der seinen Wittern über den Rücken streicht und unter deren Bäuchen, da klammern sich Odysseus und seine Gefährten fest, um diesen Riesen zu entkommen. Deswegen also der Hammelsprung dieses Verfahren. Ja, Sie sehen es hier eigentlich ganz gut eingefangen, doch mit den Kameras, die hier im Plenarsaal vorhanden sind. Und wir sehen ganz schön dieses Verfahren. Sehr schön. Dann würde ich jetzt die Abstimmung eröffnen und bitte die Menschen durch Eintritt zu zählen. Die Abstimmung ist eröffnet. Ja, Wolfgang Kubicki, Sie haben es gehört. So läuft das hier ab. Jetzt werden die Türen geöffnet. Die Saaldiener helfen da etwas. Und dann wird es, Sie sehen, das rechts und links, die Schriftführer stehen dort bereit. Von den Fraktionen werden die ja jeweils dann gestellt, die auch sonst bei den Auszählungen üblicherweise hier helfen, dass diesen Abgeordneten, die zu Beginn der Legislatur bestimmt werden von jeder Fraktion, die hier die Abstimmung entsprechend mit überwachen. Und dann wird gezählt. Vielen Dank. Also Sie sehen hier die Abgeordneten aus der Westlobby dann in diesem Plenarsaal zurück. kommen. Leider kann man tatsächlich, wir sitzen ja hier in der Sprecherkabine, im Plenarsaal mit dabei und wir können von hier aus tatsächlich nicht in die Westlobby hinaus schauen, also wie viele Abgeordnete sich dort versammelt haben. Und es ist natürlich ganz schwer abzuschätzen, wie es die einzelnen Fraktionen, wie es der Ampelkoalition gelungen ist, ihre Abgeordneten hier noch herbeizurufen. Vielen Dank. 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 So, also. Es gab keine klaren Mehrheiten bei dieser einfachen Abstimmung, wo die Abgeordneten einfach die Hand heben. Und wenn sich das Sitzungspräsidium nicht einig ist, also der amtierende Bundestagsvizepräsident in dem Falle, Wolfgang Kubicki, rechts und links sitzen immer zwei Schriftführerinnen und zwei oder zwei Schriftführer, das sind Abgeordnete der Fraktionen, immer ein Schriftführer, hier sehen Sie es nochmal rechts und links, jeweils von der Opposition, eine Schriftführerin in dem Fall von der Koalition und dann ist gesagt worden, nein, keine klaren Mehrheiten und deswegen kam es eben hier zu diesem Hammelsprung. Ja, während die Abgeordneten hier reinkommen, kann ich nochmal einen Blick mit Ihnen werfen, was eigentlich an diesem Tag, an diesem dritten Tag der Haushaltsberatung hier im Bundestag noch auf der Tagesordnung steht. Da erwarten wir nämlich als nächsten Tagesordnungspunkt, zu dem auch gesprochen wird, dann erstmal den Bundesfinanzminister, nämlich Christian Lindner, dessen sozusagen Debüthaushalt das ja ist, dieses Haushaltsgesetz mit all seinen Einzelplänen für 2023. Er konnte am Dienstag zur Einbringung des Haushaltes hier nicht persönlich hier sein und bekommt heute also nochmal entsprechend auch Redezeit. Das ist angedockt sozusagen an den Einzelplan Finanzen. Eigentlich ein kleinerer Einzelplan in der Haushaltssystematik, aber hier sehen Sie ihn auch, Christian Lindner, der eigentlich schon hier auf der Regierungsbank gewartet hat, sozusagen auf seine Rede. Also dann haben wir im weiteren Verlauf dieses Nachmittages und in den Abend hinein noch die Einzelpläne Justiz, den großen Einzelplan Arbeit und Soziales, das ist ja der größte Einzelplan im Haushalt, dann wird noch zu Ernährung und der Landwirtschaft gesprochen und am späteren Abend steht auch noch der Einzelplan für Bildung und Forschung hier auf der Tagesordnung, also noch ein längeres Programm. Deswegen war Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki auch etwas ungehalten, muss man vielleicht vorsichtig sagen, dass er gesagt hat, ja die CDU-CSU-Fraktion, die will diesen Hammelsprung, damit verzögert sie natürlich auf der einen Seite hier die Haushaltsberatung, auf der anderen Seite ist es natürlich das gute Recht, das ist parlamentarisches Verfahren. Wenn diese Abstimmung nicht eindeutig war, dann muss sie natürlich hier nachvollziehbar vorgenommen werden. Allerdings war es tatsächlich eine sehr schwierige Situation, die zustande gekommen ist, weil parallel die namentliche Abstimmung lief zu der Novelle des Infektionsschutzgesetzes, da waren die Abgeordneten eben auch teilweise draußen in der Westlobby unterwegs, um ihr Kärtchen einzuwerfen in die Abstimmungsurnen und dann sollte hier parallel eben über diesen Antrag der CDU-CSU-Fraktion abgestimmt werden und irgendwie hat das nicht zusammengepasst und jetzt haben wir eben diesen Hammelsprung. Ja, Sie sehen, die Abgeordneten sind ja hier noch relativ entspannt, das dauert noch ein paar Minütchen hier im Gespräch. Sie sehen Volker Wissing, den Minister für Digitales und Verkehr. Der hatte übrigens seinen Einzelplan bereits hier am Dienstag, am ersten Haushaltstag. Und dann schauen wir hier in die Reihen der SPD-Fraktion. Ja, die meisten Abgeordneten, wenn ich so in den Saal schaue, sind tatsächlich hier wieder in den Plenarsaal zurückgekommen. Ah, und Wolfgang Kubicki lässt die Türen schließen. Damit ist der Hammelsprung beendet. Also wer bis jetzt nicht da ist, hat keine Chance mehr zumindest an dieser Abstimmung teilzunehmen. Ja, das dauert tatsächlich nicht lange, bis dieses Ergebnis mitgeteilt wird, denn die Schriftführerinnen und Schriftführer... Darf ich die Schriftführerinnen und Schriftführer, die sich vorhin an den Stimmenabgabegeräten, also an den Urnen aufgehalten haben, darum bitten, jetzt mit der Auszählung der namentlichen Abstimmung zu beginnen? So, also die Schriftführerinnen und Schriftführer, die ja jetzt oben an den Eingangstüren standen, wie gesagt, da wird relativ schnell das Ergebnis dann zu Wolfgang Kubicki hingetragen werden. Ja, Sie sehen hier sehr viele jetzt im Saal, den Landesgruppenchef von der CSU hier, Alexander Dobrindt, haben Sie gesehen, einen Blick in die Reihen der CDU-CSU-Fraktion. Auf deren Initiative ging ja dieser Hammelsprung zurück. Hier nochmal ein Blick auf die Regierungsbank, Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, der hier wartet auf seine Rede zum Haushaltsgesetz 2023 und währenddessen sortiert sich hier im Saal dann etwas, sortieren sich etwas die Reihen und die Abgeordneten und die Ersten tatsächlich verlassen schon wieder den Saal.